Season 7 ist da bei Sea of Thieves. Wir kaufen jetzt unser erstes eigenes Schiff, geben ihm einen Namen und schauen nochmal, weil, ich die Webcam kurz weg mache, Moment. Ist das da ein Fuchs hinter mir? Oder ist das ein Hund mit einem Skin, den ich schon habe oder noch? Wir finden das alles heraus, ne? Bleibt dabei, es wird spannend. Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und warum sitze ich jetzt hier heute so nicht im Greenscreen? Ganz einfach, draußen sind 36 Grad, ich habe eine Dachgeschosswohnung, das funktioniert nicht. Hier in voller Piratenmontur mit Hut und Papagei aus Duropo, es ist eine Attrappe, jetzt habe ich es geleakt. Das macht keinen Sinn, ich gehe da kaputt. Das ergibt keinen Sinn. Dann hatte ich noch ein Handtuch, Sea of Thieves. Das habe ich gerade mal aufgehangen. Das ist nicht ganz so kahl, wirklich die weiße Wand. Und ja, hier sind wir, ne? Season 7, wir werden auch später noch mehr, also Hannibal ist mit dabei und Hero Jäger. Die kommen aber noch, ich dachte ich fange schon mal an, um mir hier mal so alles anzugucken. Was hier so schönes gibt. Wir kaufen zuerst mal das kostenlose Emote. Gibt ja jede Season ein kostenloses Emote im Shop. Äh, ist es ein Piratenpasser? Komm. So, ja genau, genau, genau. Es gibt einmal den, den Plunderpass Season 7. Ich werde nicht den gleichen Fehler machen wie bei Handschaudern und mir den sofort blind kaufen. Wobei, ich sag mal, hier, hier mache ich wahrscheinlich nichts falsch. Ja? Anders da, wie ich mich bei Handschaudern und die Tage geäugert habe. Ähm, wir gucken mal. Ich bin ja nicht in Eile. Wir gucken uns dann Ingame an, was es alles gibt. Es gibt Schiffswappen. Da kann man verschiedene kaufen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Ah, ich bin doch kein Captain. Okay, weil ich, also dann kann ich mir die hier kaufen. Die kosten auch wie immer diese Ingame-Währung hier, ne? Da oben, die man sich, äh, äh, dann für Echtgeld erstehen muss. Diese Währung. Äh, Preise. Steht auch noch der Euro-Preis drunter. Wahrscheinlich, weil sie es müssen. Ich will denen nichts unterstellen, aber... Naja, in der Regel machen das doch Spielerentwickler ja nicht, ne? Schön, schön verwirrend alle Währungen, dass man, ich weiß nicht, wie man ausgibt, ne? So, hallo hier, Eure. Schön, dass du schon reinschaut. Du musst noch essen, ne? Ja, hier gibt's die Wappen. Verschiedene. Wer das in der Standardwappen? Erstmal, ich hab ja gar kein Schiff gekauft. Wir gehen mal zurück. Dann gibt es, was ist das? Schiffskollektion der Brackenschnapperbändiger. Okay. Man kann's auch in Euro kaufen. Ja, aber ich dachte, ich muss es umwandeln hier, Eure. Also, da kann ich die Währung nehmen oder Euro? Ah, okay. Gibt's wahrscheinlich nicht viel, ne? Ähm. Ja, das Set hier ist jetzt nicht ganz so meins. Unter anderem, weil es auch wieder Elemente hat. Die leuchten in der Nacht. Das Segelset sieht geil aus. Aber ist wahrscheinlich auch sehr hell in der Nacht. Ändert hat nix daran. Das ist halt immer noch ein PvE-Pvp-Spiel. Und. Währung umstellen. Die zwei. Ah. Ah ja. Danke dir, Oli. Verlesen kann es klar im Vorteil. Ich lese es nicht. Ja, okay. Da sieht man es auch nochmal, ne? Ähm. Gut. Ansonsten. Das ist jetzt. Ich will das kostenlose. Was ist das? Ach ja. Also ich muss jetzt gleich ein Schiff kaufen. Und ich hab mir schon einen Namen überlegt. Und dann muss ich das kaufen. Will ich es umbenennen, kostet mich das 5,49 Euro. Das ist schon bitter, oder? Das find ich schon fies. Ich weiß nicht. Ich hätt das anders gemacht. Aber dass das echt Geld kostet. Weil so hast du das Problem, dass sauviel Leute im Ladebildschirm. Also, die das Spiel jetzt heute erst spielen. Oder sie jetzt erst einloggen. Und sich's noch nicht überlegen. Und ja, ich bin gespiegelt hier, Oli. Ähm. Weil das Logo gespiegelt ist. Ähm. Weil ich will ja ins Spiel reingucken. Nicht vom Spiel weg. Und die Kamera auf die andere Seite. Ne, das passt hier besser. Ähm. So. Also. Unbedingt der Schiffe kostet so viel. Ne? Und, ähm. Da kriegen wir nochmal den Überblick. Also. Ja, okay. Lassen wir es mal dabei. Jetzt kommen die üblichen verdächtlichen Sachen. Piratenleben. Begleiter. Also, sie haben keinen Fuchs reingepatcht. Es war wohl der Hund, den ich schon habe. Der Inus war es wohl. Der da hinten gerade lag. Ich hätte mich gefreut über einen Fuchs. Natürlich. Vielleicht blätter ich auch jetzt auf eine Seite weiter. Und es kommt ein Fuchs. Aber... Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Oder sie hätten es mehr umworben. Dass einer kommt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt... Ne, jetzt kommt nichts mehr. Ich würde leicht ausrasten vor Freude. Wenn ein Fuchs hier drin wäre. Aber leider nein. Ja, ich meine die Papageien, die Katzen und so weiter. Und die Hunde. Das ist alles schon ganz cool. So. Hier gibt es das kostenlose, vielversprechendes Porträt. Zeitlich beschränkt der Preis. Neun. Quasi, wenn man so ein... Es gibt ja diese... Ich habe noch nie so eins gemacht. Wenn man ein Foto von sich macht und hält den Rahmen dann so. Das war mal eine Zeit lang modern. Jetzt gibt es ein Bundle. Also, falls mir das normale nicht reicht, habe ich noch verschiedene... Nein. Also, man kann sein Geld auch anderweitig investieren und kriegt mehr dafür, finde ich. So, dann haben wir hier... Ich glaube, das war eigentlich alles jetzt, ne? Habe ich das gerade richtig gelesen? Stage Diving Emote Bundle. Die Festivalzeit beginnt. Sea of Thieves ist dabei. Ah, okay. Okay, okay. Oh, ich muss es ja nicht... Genau, die Taschenkrabbe, die Taschenratte. Die Ratte ist echt ganz süß. Habe ich mir schon überlegt zu holen. Aber es ist mal... Als Emote zu der Tasche rausziehen kann. Der Krug. Der Fassbombe ist auch ganz geil. Naja, gut. Das war eigentlich der Shop im Großen und Ganzen. Hier tut sich nicht viel. Und das sind die ganzen Schiffsskins. Die kennen wir natürlich auch. Warum jetzt nicht alles durchgehen. Da hat sich nicht so viel getan. Da kommt in der Regel in einer Season ein neues Kaufbares dazu. Manchmal noch zwei. War nicht irgendwas mit dabei? Oder... Ah, ne. Was ich freischalten kann, genau. Ist jetzt irgendwie sowas Inselmäßiges. Oder ist es hier? Ne, das war Jack O'Lanta. Na, wir gucken mal. So, also das war es amindest mit dem Shop. Jetzt kaufen wir ein Schiff. Das ist neu. Was steht hier? Season 3. Wie ist Season 3? Also, ich weiß nicht. Aber wir sind sieben. Okay. Spielen. Wir spielen ein Abenteuer. Und jetzt My Chips. Und wir haben noch kein Schiff. Und das ist noch nicht übersetzt auf Deutsch. Abzug in der B-Node, Rare. Abzug in der B-Node. Ich meine, ich bin jetzt englisch und mächtig. Aber die Season beginnt heute. Ihr habt sie extra verschoben. Und das hat man sich geschafft, auf Deutsch zu übersetzen. Bitter. Bitter. So. My Chips. Purchase a Chip. Wir kaufen eins. Genau, Jürgen. Aber es ist Englisch. So. Und jetzt kommen die Preise. Ich meine, ich habe aktuell 4 Millionen, aber ich wollte eigentlich auf Skins sparen. Und jetzt muss ich mir, ich kann mir ein Schiff kaufen. Pro Typ. Und darf dem einen Namen geben. Ich weiß nicht, ob die gleich heißen dürfen. Und erst wenn ich das Schiff auf Legendär-Status habe. Oder Legend-Status. Dann darf ich das gleiche Typ nochmal kaufen mit einem neuen Namen. Warum auch immer ich zwei vom gleichen Typ haben wollen würde. Aber sei es drum. So. Wir spielen heute in der, in der, äh, hier. Zweimaster. Deswegen kaufe ich den. Aber ich denke, ich werde ihn irgendwann mal alle besitzen. Ja. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil ich die Kohle habe. Und, naja, komm. Was soll's, ne? So. Zweimaster. Zweimaster benennen. So. Der Name des Schiffs verkörpert seinen Geist. Er kann, das ist jetzt übrigens auf Deutsch, ne? Egal. Er kann zu großen Taten inspirieren und deinen Feinden Angst einjagen, wenn sie seine Segel am Horizont erspähen. Welchen Namen willst du ihm geben? Schiff benennen. So. Captain Fitzhux. Verleihe den Namen an diesen Zweimaster. So. Jetzt habe ich natürlich viel überlegt. Äh, deutsche Namen oder englische Namen. Das ist ein internationales Spiel, in Anführungszeichen. Wir spielen auf europäischen Servern, aber es fahren da alle rum in allen Sprachen. Deswegen habe ich mich für Englisch entschieden. Englisch können die meisten lesen. Ich weiß nicht, immer alle im europäischen, äh, Ausland sind unbedingt gewollt, Englisch zu lesen. Ich will jetzt keine Nation irgendwie anprangern, aber es gibt die eine oder andere, die sagen, sprich doch meine Sprache oder stirb. Trotzdem verstehen sie es. So, und ich habe lange überlegt. Es gibt Groß- und Kleinschreibungen. Nee, oder? Das ist jetzt blöd. Also, ich weiß es nicht, ob das ins Gewicht fällt. Ich muss nochmal kurz auf Instagram gucken. Wartet. Weil, da soll man das teilen. Und wenn man das geteilt hat, also, den teilen dann, dann teilen die das wieder. Also, pushen sie sich gegenseitig. So. Ich glaube, hier ist alles groß geschrieben. Sieht so aus. Also, alle die, die bisher geteilt haben, alle Namen, war immer groß geschrieben. Man sieht also keinen Unterschied. Na gut. So. Ich muss aber richtig in den Bildschirm gucken. Ich gucke halt im Stream-Fenster und denke, warum ist das so verzögert? Äh, ich muss richtig schreiben. So, für den da habe ich mich entschieden. Kann man immer sagen, komm zurück auf die Foxy. Und Foxy steht für mehrere Dinge im Englischen. Einmal für fuchsig, einmal für schlau. Und wenn es um eine Frau geht, auch für sexy, haben einige Translator angezeigt. Ich fand das ganz witzig. Und die mehr junge Frau ist natürlich hier Thema bei Sea of Thieves. Also, benennen wir das Stück mal so. Ich hoffe, der Name ist noch nicht vergeben. Und ich hoffe, es ist egal, falls es über den Schalz ja schon vergeben sein sollte. Und jetzt darf ich es kaufen. Es wird so teuer. So, jetzt kommt halt das nächste Problem, was ich schon im Vorfeld gesagt habe. Das ist ein Sandbox-Spiel. Aber ein Open... Also, es ist nicht meine eigene Sandbox. Sprich, hier sind andere Spieler. Wenn ich jetzt einlogge mit meinem Schiff. Und will das dekorieren. Und will mir alles angucken. Kann jemand anders, der kommt uns wieder kaputtbomben. Ich bräuchte dann... Aha. Aha. Zerlegen. Warum sollte ich das zerlegen? Ach so, okay. Also, wieder herstellen, da kann ich es reparieren. Aktuell ist es ganz. Es ist ja nicht kaputt gegangen. Bei Umbenennen brauche ich die Urkunde der Umbenennung, die kostet Geld. Bei Zerlegen mache ich es kaputt. Ich kann jetzt also hier keinen Skin ausnehmen und ich habe noch keinen. Okay. Segelsweimaster, wir machen bitte eine private Crew. Hier steht jetzt auch der Foxy Mermaid. Alle anderen sehen das dann auch. Und es kann dann sein, dass man irgendwann nochmal den gleichen wieder begegnet anhand des Schiffsnamens. Ich finde das schon ganz cool. Das baut so ein bisschen... Ich will nicht sagen Community auf. Das ist immer so ein Wort. Community. Aber, ähm, ja, vielleicht trifft man irgendwann nochmal ein anderes Schiff auf dem See, was man den Namen schon kennt. Und dann, ach, das waren ja die, genau. Alle Namen. Wenn der nicht sehr prägnant ist, merkt man sich das nicht. So. Ähm. Abenteuer, private Crew. Auf geht's. So, jetzt haben wir hier das Schiff. Steht hier auch nochmal was? Nö, steht nur zwei Master. Okay. Jetzt wüsste ich gerne, wann ist mein Schiff makellos und wann nicht. Muss ich es komplett reparieren, wenn es untergegangen ist? Ich muss es zumindest nicht komplett. Also, ich werde es nicht verlieren. Was jetzt? Angestellte des Monats. Aha. Logge mich ein und kriege jetzt mein Achievement. Finde ich gut so. Ah, Kapitän! Ich sehe dich bereits für deine nächste große Spiegel. Aber bevor du aufs Reise setzt, ist es etwas, was wir anzunehmen sollten. Ich will dich abzunehmen, dein Schiff. Kapitän, mein Freund. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt instanziert. Bin ich wahrscheinlich nicht. Weil jetzt könnte jemand komisch kaputtbomben, dann kriege ich das nicht mit. The Foxy Mermaid Captain Fitzhooks. Okay. Und da kommt ja. Sie ist ein guter Wettbewerb. Aber ich sage, dass sie ein paar Veränderungen können. Starten mit ihrem Namen. Entschuldige mich. Da! Ein Name wertvoller von einer Piloten-Legende, der Freude und der Freude. Aber wir haben mehr zu tun. Ein Kapitän braucht Lebensquartiers, um seine eigene zu kenne. Ein Ort, um auf die Gäste zu leben. Wir sind jetzt runter in die Kajüte. Genau, wir haben jetzt ein Logbuch. Das können wir verlieren. Kann jemand anderes abgeben. Verdientes Gold. Days at the Sea. Besuchte Inseln. Gesegelte Seemeine. Können wir umblättern? Ah ja. Captain von The Foxy Mermaid. Piratenlegende. Fitzfuchs. Verdientes Gold. Sofortige Seefahrt abgeschlossen. Aha, aha, aha. Okay, Standardtext. Das steht wahrscheinlich überall. Tage auf See. Tage auf See. Tage seit dem letzten Untergehen. Gold verdient. Fische gefangen. Okay. Okay. Das Schiff sieht ein bisschen bär. Aber ein Pirate hat immer ein paar Trinkets gebrannt. Geht's nochmal egal, um dort ein Schmuckstück zu platzieren? Nein. Die meinen wahrscheinlich dieses Regal hier. Das sind die Seefahrten des Käpt'ns. Ah, da. Da haben wir ein Holzboot oder was? Ja, danke Traum der Seele, äh, dass es dir gut geht. Sonst verreichst du ja immer, ne? Mir geht's auch gut, bevor du fragst. Hm. Bleibt er da unten jetzt stehen? Ja, ist weg. Schiffsanpassungen? Das kennt man. Da müssen wir dann zur Dekoration gehen. Ja, da hat man nicht viel so ausmacht. Toll. Es gibt verschiedene Tische. Der Gallions Ding, okay. Ach so, ja, 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 okay, okay, okay. Den Kronlösch, da kannst du tauschen, wenn du auf der Gallione bist. Und den Stuhl gibt's auch noch bei der Gallione. Ja, 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 ja. Es gibt verschiedene Logbuch, Bücher. Okay, und verschiedene hier, aha, 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 aha. Okay, 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 interessant. Mit Symbolen. Nett. Schipstitle. Okay. Genau, es gibt diese Käptensachen. Für dich selbst. Okay, Seuss Angebote stöbern. Schiffsanpassungen, das ist das, was wir schon kennen. Da gibt's natürlich nichts, was wir jetzt nicht schon mal gesehen haben. Bei dem man auch arm werden kann. Aber ich... Aber gut, wir machen gerade alles durch, ne. Oh, einiges, was ich schon hab. Sieht geil aus. Wilde Rose. Wilde Rose. Sieht wirklich geil aus. Warum gibt's so wenig von der Würde ist das schon alles? Hier gibt's echt paar schöne Sachen. Ich hab lange nicht mehr geguckt, merke ich gerade. Hm. Jetzt bräuchte ich natürlich irgendwas mit mehr... Das Partyboot-Segel. Guckt's euch an. Mit der Ratte drauf. Und dem Feuerwerk. Wie geil. Geiles Symbol. Ach, guck mal hier. Die Partyboot-Galionsfigur. Wir brauchen diese Belobigung. Hallo? Wie geil ist denn das Partyboot, bitte? Jadegrüner Rumpf. Jadegrün. Ah, das ist so Asia. So chinesisch. Das ist auch geil. Gefällt mir ganz gut, das Jadegrün. Ja, jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, was in die Richtung Meerjungfrau geht. Deswegen ist er eigentlich super. Foxy Mermaid. Ja. Wir haben jetzt zwei Themen, die wir abgrasen können. Einmal Meerjungfrau. Und einmal Fuchs. So. Fuchs gibt's nicht so viel. So viel kann ich verraten. Da ist doch was, oder? Der Silent Barnacle. Okay. Also es gibt die eine oder andere Meerjungfrau hier auf jeden Fall. Und ich glaube ich... Da ist doch was hier. Was ist das? Ne, das ist eine Agentin. Ich sollte mal bei Galionsfiguren gucken. Das geht glaube ich schneller. Naja, da sind verschiedene Farben zu verkaufen für neues Geld. Das finde ich schon ein bisschen frech. Der hier ist zum Beispiel geiler wie der hier, finde ich. Persönlich, aber den gab's damals nicht. Ja, super. Muss ich mir nochmal kaufen, oder was? Das finde ich wiederum doof. Aber geil ist ganz geil. Hm. Ich glaube, es gibt doch was für Echtgeld zu kaufen mit der Galionsfigur. Aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Ähm, okay. Wir gehen mal raus hier. Weil eigentlich wollten wir ja zu Schiffsdekoration. Ja. Kann ich da irgendwas erstehen? Nö. Weil mir überall der Ruf fehlt. Wie immer ist es so, es kann nur einer Captain sein. Aber alle, die mitspielen, kriegen dieselben Punkte. Das wäre ja sonst unfair. Aber sonst würde sich jeder drum prügeln, wer Captain sein darf. Das ist ja Quatsch. So. Na, also alle können dafür diese Punkte freischalten. Und dann kann man sich das dann halt auch kaufen. So. Und jetzt haben wir noch die Schmuckstücke. Und die dürfen wir auch nichts kaufen, oder was? Also. Ja, hier sind ein paar nette Sachen dabei. Aber wenn sie mir denselben Fisch nehmen und einfach nur den Sockel unten ändern. Und mit das dann als weiteres... Ja, guck mal auf, wie oft jetzt dieser Fisch da ist. Es gibt hier schon ein paar nette Sachen, aber... Naja. Du kannst alles x-fach kombinieren. Und dann... Es wirkt nach so vielen Sachen, aber so viele sind es gar nicht. Es sind aber nur sehr viele Kombinationen. Und was auch... Also die Schiffe finde ich übrigens ganz niedlich. Man braucht halt dann... Reiche, Klasse 1, Piraten... Ja, also hier machst du ein paar Sachen automatisch. Sobald wir ein bisschen spielen, ne? Schaltet es so viel automatisch frei. Ähm... Ist halt die Frage... Achso, das sind alles dann Quests, die wir jetzt mal machen müssen für die Sachen hier zum Teil. Es gibt Bilder zum Aufhängen. Aber zu Anfang hast du natürlich erstmal nichts. Du gibst erstmal aus, hast nur dein Schiff. Dann ist das so. Mhm. Ich komme noch so ein klein bisschen durch, was es hier so schönes gibt. Achja, jetzt kommt doch was. Wir müssen nur lange durchperren, oder wie? Okay. Ich kann ein paar Stiefel mir hinstellen. Die Morgenpost. Eine Kette. Ein Sack voller Wunder. Okay. Okay. Das hier könnte ich mir sogar ganz witzig vorstellen. Ja, so ein Hut mit ein paar Münzen. Ich werde jetzt irgendwas kaufen. Dass wir irgendwas hinstellen. Das Fragment von Schwefel. So ein paar Bücher. Weiß nicht. Eine Pflanze. Anschlagebrett. Es wird auch teurer. Sehe ich gerade. Der Holzpapagei. Ja, dann nehme ich lieber den echten. Tagebuch des Matrosen. Ne, ich glaube ich nehme das. Ah, das mit den Hüten. Das finde ich auch ganz witzig. Leuchten die. Die leuchten. Verschiedenen Farben. Okay. Wir geben jetzt einfach mal Geld aus. Dass wir das mal gesehen haben. Hier. Das kaufe ich jetzt. So. Jetzt kann man uns dann überlegen, wo wir das anbringen können. Ah, ich verstehe. Das sind Trophäen. Das andere sind Ornamente. Jetzt, jetzt. Jetzt kommt es auch wo ein Bonsai. Es fehlen mehr Fuchssachen in dem Spiel. Ich bleib dabei. So. Und was sind die Schiffsschmuckstücke? Waren wir da gerade? Da waren wir gerade. Mikrofon, bleib da. Und hier sind ja die Sachen, die wir auch erst freischalten, wenn wir halt mehr haben. Anderer Kapitänstisch. Aber, pff. Joa. Der Tisch, ne. Der ist ganz nice. Vorhänge. Eis drum. Käppiche. Betten. Ich hab mir ein anderes Gestell gewünscht. Nicht immer nur ein anderes Laken. Und ein anderes Kopfkissen. Naja. Äh, dann ist das so. Stühle, denke ich, kann man sich auch gut anders. Das. Hm. Komm zurück. Und dann schaue ich jetzt auf so ein paar Dinge. Hier. Kanonenkugelvorrat. Ein beachtlicher Vorrat an Kanonenkugeln zur Bekämpfung von Schiffen und allen Piraten. Das werde ich kaufen, sobald wir hier alle an Bord sind. Und dann gibt es hier. Schatzsuche Bundle. Ätzel Bundle. Bestellung für Goldsamer Bundle. Im Bereich, wo du für uns. Äh. Aha. Also wir werden hier bestimmt was kaufen. Und dann so ein paar Missionen machen. Weil die sind jetzt alle neu. Die sind alle ein bisschen kleiner. Aber ich denke ähnlich zu dem, was wir schon gemacht haben. Das ist ein Ordner. Das ist Handel. Das ist dann Athena wahrscheinlich, ne. Ja, am Schluss kaufen wir die und wir dürfen die nicht benutzen. Gut, aber haben wir ja alles schon. Also ich bin ja hoch genug. So. Man kann auf jeden Fall Holz kaufen. Gold kaufen. Essen kaufen. Kugeln kaufen. Würmer kaufen. Und sogar Fleischvorräte kaufen. Die man brutzeln kann. Ähm. Das machen wir. Warum? Weil da muss keiner mehr die Lagerkiste für 20.000 kaufen. Über die ganze Insel rennen. Das erspart einen Haufen Zeit. So. Das ist dieser Supply. So. Und jetzt. Was kannst du? Ah, Schiff restaurieren. Genau. Geht nicht. Ist schon im makellosen Zustand. Gut. Gehen wir zurück zu unserem hier. Der will ja jetzt als ich hier an Bord hüpfe. Hier. Hier. Du findest all die Kapteins Voyages. Das Schiff hat zu offer. All das left to do. Is to choose your next adventure. Ja. Wir haben noch keine. Muss eine kaufen. Was war's oder was? Ja. Aufs neuen Abenteuer. Also wahrscheinlich gibt er jetzt nicht Ruhe mit der Info unten in der Mitte bis wir wirklich anfangen. So. Ich hab doch jetzt was gekauft. Wo kann ich das denn hinlegen? Muckstück platzieren. Hier. Ich würd's keinen weg machen. Ah, da. Genau. Die Münzen. Find ich da cooler. Das Schiff können wir doch da hinstellen. Das Holz. Ja. Jetzt einfach aber natürlich nix. Wie sie sehen. Sehen sie nichts. Ähm. Hallo Virojäger. Wisst du mich? Ja. Ich muss halt erst mit dem Stream auch stumm schalten. Ja. Alles. Alles gut. So. Ich muss jetzt diese Dinger kaufen. Ich hab mir noch keine Ahnung. Es erschlägt mich grad so ein klein bisschen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich noch nicht eingegriffen würde. Ne. Ich würd's ja alles eh fertig machen. Hm. Alleine wird's schwierig. Aber. Easy peasy. So. Waren wir nur auf Hannibal. Aber der hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich hab noch ein Schiff mitbekommen. Oh. Äh. Okay. Jaja. Oh. Wo hab ich denn das hier? Ja. Hier. Das ist es halt. Wenn ich jetzt das für das Schiff speichern will, kostet mich das 7500. Ja. Das ist doch sch... Aber für alles. Nein. Wie? Nein. Gibt welche? Die kosten 5000. Zum Speichern? Ja. Mhm. 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 Was mich interessiert ist, kannst du jetzt auch was ändern? Oder nicht, weil nur ich Captain bin? Das Schissanpassungstruh wird vom Fitzfuchs verwendet. Äh. Muss ich weggehen. Moment. Mal irgendein Segel. Ist ja egal. Gibt leider keinen Fuchs. Aber es gibt auch keine mehr... Ich hab wahrscheinlich nur noch keine mehr Jungfrau. Guck mal, machen wir den Nachtsegelwolf. So. So, ich geh mal weg. Warte. Gibt du was ändern? Da brauchst du der Kugelanpassung an diesem Schiff nicht zugeschlagen. Ah, okay. Äh. Hm. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Weil das Ding ist, jetzt können wir nur meine nehmen. Weißt du? Ich glaube, du kannst das aktivieren bei... Weißt du? Crew. Das könnte sein. Da kann ich gleich mal gucken. Ähm. So, wir gucken jetzt mal, wie viele Kugeln wir an Bord haben. und dann kaufe ich gleich mal Kugeln für das Schiff. Also wir haben standardmäßig 15, 2, 2, 2 und 1, 1 von Feuerwerk und so, Leuchtfeuer. So, jetzt kaufe ich einmal für 3500 diese Kugeln, wie viel wir dann haben. Weil es geht darum, dass wir uns die Scheiße sparen mit. Wir holen Lagerkissen und rennen rum. So, Brown Supply in Voyages Shop. So, ich kaufe jetzt die Kugeln für 3500. So, wie viel haben wir jetzt? Das ist alles öffnet für you. Äh. Schon umsortiert? Wir haben einmal 30 Kugeln bekommen. Das ist ein Scherz. Okay, das machen wir nicht. Wir kaufen dann lieber weiter die Lagerkisse, das ist billiger. Beim Holz kaufe ich dann gar nicht erst. Das ist ja Quatsch. Ja. Es hätte so ein schönes Feature sein können, aber das ist ja... Weiß nicht. Ich bin belustigt. So, Brown Supply in Captain's Voyages Shop. Ist es das? Ja, genau. So, okay. Ich darf es jetzt auch nicht mehr kaufen übrigens. Ich darf es nur einmal kaufen. 30 Kugeln. Nur einmal. Ja. Das sind normale Kugeln. Genau. Warum ist der? Warum hat er das jetzt abgeboten? Ich bin sicher. Okay, jetzt warte mal. Was haben wir denn hier? Haben wir bessere Rätsel? Eine wertvolle... Eine Bestellung des Goldsammler-Bands. Eine wertvolle... Rätsel. Ne, Rätsel. Rätsel sind doof. Was ist das? Einmal reichen von Ansichtstufe 15 Gold. Genau. Also, ich kann hier eine geschätzte Goldsammler-Bestellung bundle. Was auch immer das ist. Ich kaufe das mal. Oh. Okay. In der Zwischenzeit besorge ich uns eine richtige Menge an Ressourcen. Ja, ja, danke. Ein geschätztes Schatzsuche-Bundle. Ich verstehe. Das ist Schatzsuche. Das ist Bestellung. Und das andere ist wertvolle Rätsel. Da blicke ich noch nicht so du. Aber haben wir jetzt mal was. So, und dann haben wir eine Handelsbund-Bestellung. Wird mal reichen von... Was ist das teuerste? Eine geschätzte Handelsbund-Bestellung. Aber Bestellung ist so eine Sache. Ich weiß noch nicht, was das alles ist, bevor ich hier... Na komm, scheiß doch drauf. Haben wir von allem was an Lager. Von den geschätzten Sachen. Hol ich mal fünf Stück jeweils. Was soll's. Oh, die Schneiderabgaben haben sogar zwei abgehoben. Ach so, das ist Aschgrau. Echt jetzt? Okay. Ja. Vielleicht hab ich zumindest zwei Stück direkt gesehen. Mhm. Da wollte ich auch noch hinlatschen mal. Ist ja gerade da drüben auf der anderen Seite, ne? Aber was ich halt verstanden habe... Ich guck mal, ob ich das in der Crew anstellen kann. Meine Crew. Ja, geht. Crew erlauben, dein Schiff anzupassen. Okay. Weil das wär sonst fies gewesen. Wenn ich nämlich... Wenn wir einfach mal Bock haben auf einen Skin von einem anderen, der echt Geld ausgegeben hat, zu haben... Wo bist du ich? Ja, oder ja. Ich weiß nicht, ob man ja auch noch was gekauft hat. Dann ist ja doof, dann müsste ich mir den auch noch kaufen. Und das fände ich dann wieder abzocke. Hier soll doch irgendwo... Hä? Was suchst du? Ach, da. Ach, dann muss ich innen hochkrabbeln. Ah ja. Du musst dir alles erstmal ranholen. Und dann mit den zwei Harpunen genau hier drauflegen lassen. Und dann kannst du mit dem Hebel das irgendwie runterlassen. Genau. Okay. Okay. Und dann kann man das hier alles abgeben. Okay, dann kann man das hier abgeben. Und dann kommt man direkt hier runter. Aber ich hoffe, das können alle abgeben. Weil das war so in diesem Vorstellungsvideo, war das auch so ein bisschen blöd erklärt. Dass es dann hieß, nee, nur der Käpt'n darf mit dir reden. Dann muss ja immer nur einer kann dann abgeben. Wäre auch blöd. So. Ich stelle jetzt mal... Was mich interessieren würde, ey, das geht... Das geht bestimmt. Das testen wir jetzt nicht. Dass du was ausrüstest und ich speichere es und dann spielst du nicht mit und ich habe trotzdem deinen Skin. Weißt du? Gibt es bestimmt. Ich glaube, so weit haben die nicht gedacht. Ich muss probieren. Ja, machen wir irgendwann mal. Ich will jetzt kein Geld zum Speichern ausgeben. Ähm. Gibt es nichts mit einer Mayo? Total irritiert. Ich bin total irritiert. Ja, 40 Bretter habe ich gerade nur bekommen. Oh, reicht doch. Ganz solide. 40. Ja. Soll ich für 3500 noch 30 kaufen? Ja. Ich mag das Steuerrad. Ist geil. Kanonen. Was sind das für Kanonen? Komm, wie her? Okay. Okay. Auf einmal hat sich das Schiff verhindert, dass ich da hochgesprungen bin. Ja, hier haben wir doch was. Bei uns ist ein guter Jäger. Aber das könnte eine mehr Jungfrau sein. Gut, eine in die Jahre. Von diesem High-Event. Genau. Vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, aber... Wo wir Bräume finden mussten, aber wenn niemand mit Bräume sein wollte. Ja, du hast ein gutes Handelsbund. Handelsbund. Ich mach mal alles Handel erstmal. Das gefällt mir optisch ganz gut. Einfach nur, dass wir mal einen Farbstil haben. Ähm. Guck ich nochmal in dem, wo ist denn dieser... Ah, da oben ist der Shop. Angebote stöbern. So. So, ich hab doch Discord offen gehabt. Verzeih mir die Ballkampel. Ich sehe. Ähm. Bla 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 bla. Schiffe da. Gibt's ein Suchfeld, wo ich was eintippen kann? Nö. Nein. Schade. Nicht wirklich. So was im Preis reduziert, sehe ich gerade. Ja, es gibt, es ist genau, es gibt, es gibt Sonderangebot, die sind auch soft im Sonderangebot, aber die leuchten halt. Das ist das Ding. Bei uns würde Sonderten Wut. Sonst wird sich Silberschädel. Naja, es gibt, ähm, wenn ich hier gerade gucke, ist es das Eichhörnchen? Ne, es gibt, es gibt ja einen Fuchs, aber der ist bei so einem Einhorn mit dabei. Drei Stunden später. Kann sich nur um Jahre handeln. Mit dem Wolf sieht auch geil aus. Ah, hier. Paradies-Garten-Sammelfigur. Gerade im Angebot. Das ist ein Scherz. Dann. Es gibt die Paradies-Garten-Gallionsfigur für 399 Ingame-Währung. Hier gibt es. Wenn ich, wenn ich, aus dem Schiffs-Bundle, aber ich kann es trotzdem einzeln kaufen. Dann steht unten, vervollständige deine Sammlung. Statt drauf. Ah, dachte, die Haare sind ein bisschen anders. Ja, okay. Der Fuchs ist aber gleich. Der Fuchs ist gleich. Boah, also, bis auf den Fuchs an der Seite gefällt mir nichts von dem Set. Die Segel sind schrecklich. Das Konfetti ist schlimm. Ja, der... Wie viel kostet das Set in Euro? Komplett 14,49. Ah. Wow, das ist Nacht-Euro billiger. Achso, du meinst, was jetzt erzählt ist. Ja, okay. Naja, es geht nicht darum, dass es günstiger ist. Es geht darum, dass mir außer der Fuchs halt nichts gefällt. Wenn es jetzt eine Meerjungfrau mit einem Fuchs wäre, das wäre geil. Aber so viel Glück haben wir nicht. So, ich gucke nochmal. Ne, das war's. Aber ich hatte in Erinnerung, dass es voll das schöne Meerjungfrauenset gab. Oder wo eine Meerjungfrauenskalijunsfigur ist. Aber ich glaube, ich habe das anders in Erinnerung. Und das sind wohl die, die ich gerade schon gesehen habe. Eigentlich musst du das freischalten über Meilensteine. Das kann auch sein. Von denen Tauchstellen. Hier, diese Sammler der Jägerin. Aber das ist ja was anderes. Aber ich dachte so in die Richtung, dass es bei denen irgendwie dabei ist. Da gibt es diese komische Fee. Es kann auch sein, dass wir noch gewisse Meilensteine erst machen müssen. Natürlich. Ich würde halt vermuten, dass wir halt die Meerjungfrauen da Tauchstellen machen müssen. Das kann sein, ne. Das würde halt passen. So, jetzt gucken wir noch kurz in den Plünderpass rein. Was es da Gutes gibt. Ah, es gibt jetzt nicht hier. Ne, Abenteuer. Piratenlogbuch, hier. So, Prüfungen, Events, da. Was schalten wir hier frei? Sobald man es kauft, ja super. Ich sehe es schon. Rufe 2 gibt es einen Titel oder was? Gold, dann gibt es ein Segel. Darum. Ist schon klar, dass wir den Beutepass brauchen. Ja, alles ein bisschen Schiffbrüchig, Robinson Crusoe Style. Ist nicht verkehrt. Ist das eine Palme als Galionsfigur? Oh, lol. Mavericks Enter Messer gibt es am Schluss. Scheint, also als Waffe, ne. Schwert dir sein. Nett. Nett, nett, nett. Jo, ähm. Ansonsten gibt es hier diese Meilensteine. Haben wir noch nichts erreicht. Oh, Level 45 gibt es die Jacke von Marek. Bei den Meilensteinen oder was? Oder du meinst jetzt im Plünderpass? Diese Part. Okay. Also ich motore jetzt nochmal das Schiff farblich anders gestalten. Das war jetzt nochmal, dass wir was Einheitliches und Kugels hatten. Also ich kann nichts nehmen, was halbwegs zum Namen passt, weil es nichts gibt und ich nichts kaufen will. Aber es ist nur Piratenlegenden die Jacke. Ja, ja. Ich mein, es muss ja auch einen gewissen Vorteil haben, dass du Piratenlegende bist, finde ich. Wenn du immer alles für alle kriegst, dann... Bei Piratenlegende wirst du eh mit der Zeit. Das ist klar. So, man gebe noch ein Segel. Ah gut, die Segel könnte ich dir vielleicht sogar noch eins kaufen für Gold zur Not. Können wir gleich nochmal schauen, ja. So, Kanonen sind mir auch nicht ganz so wichtig, hauptsache sie ballern. So, gucken wir mal kurz, was sie mir noch verkauft. Angebote stöbern. Wollen wir mal nach Segeln schauen. Wenn man überlegt, als wir angefangen haben, wir hatten ja nichts, ja. Wir hatten ja nichts. Wir haben jetzt schon zwei Achievements bekommen. Mit 0,1% des Spiels haben die es im Ungeschafft. Okay. Sticht zum ersten Mal als Käpt'n des Abenteuers ins See. Achso. Und setzt als Teil der Crewsäge auf einem Schiff da mit Käpt'n. Ja gut, da hat er gerade erst angefangen, ne? Hm. Ich finde das mit der Rose ziemlich geil. Ich glaube, ich kaufe das Rose-Set jetzt. Wobei, ich finde das hier mit das Partyboot-Segel, finde ich geil. Wie schalten wir die Partyboot-Sachen frei? Da habe ich Bock drauf. Mit der Ratte und, und, und. Da müssen wir wahrscheinlich Feuerwerk schießen. Kannst du mich anders erklären? Ja. Ja. Deutsche,western. Ja. Herr Gibt es auch viel schönes, dass wir noch nicht rankommen, weil wir es noch nicht freigeschaltet haben. Ich habe Bock auf das Rose-Set, ich kaufe das jetzt. Ich habe genug von dem. Haben wir da die Standardkanonen drauf? Nee, wir haben die Kanonen drauf. Es darf nicht die Black Pearl genannt werden, aber quasi vom Black Pearl. Hey Hannibal, hallo. Zieh dich eben rein. Schön, dass du da bist. Hallo. Und nicht hier. Schön, dass du da bist. Wo braucht der Mäutern-Knopf? Ich bin noch gar nicht da, du kannst noch nicht mäutern. Ich muss noch ganz dringend noch ein Save-Game abspeichern und weiter schicken. Weiter was? Ein Save-Game abspeichern und dann an die anderen Jungs weitergeben. Die wollten nämlich heute spielen, aber ich spiele heute Sea of Thieves. Oh, heute ist Season hier. Ja, ja, deswegen gebe ich denen den Speicherpunkt, aber dieser Speicherpunkt, der hat es in sich. Der ist, keine Ahnung, der ist nur 38 MB groß, hat aber, ja, ja, das ist ja nix. An der Bar 67.000 Dateien. Scheiße. Und das hält auf. Ist der Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Habe ich auch das Lenkrad gekauft und da gibt es kein rosa Lenkrad. So, wir laufen dann ab. Einfach dazustoßen. Wird du baust Schiff oder was? Ich habe jetzt einfach eins gekauft. Aber wir kriegen alle die Belohnungen dafür, also. Er muss uns erlauben, das Schiff zu lassen. Ja, 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 das kannst du jetzt. Also ich bin ja jetzt Käpt'n. Ah. Offiziell. El Kapitan. Genau. Wo ist der Meuternknopf? Geht das jetzt überhaupt noch? Ist er mein Schiff? Jetzt ergibt das sogar richtig Sinn, ne? Das Meutern. Haben wir dann dieses Schiff? Das ist die Frage, ob sich dann der Käpt'n ändert, ne? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich meine die. Ich sage dir, wenn es jetzt einen Käpt'n gibt, dann sollte man auch Meutern können. Es gibt kein, es gibt kein Rose Lenkrad oder was? Ach, come on. Jetzt habe ich alles von Rose gekauft. Die Kanonen der Wilden Rose, das Spill von der Wilden Rose, die Galionsfigur der Wilden Rose, die Flagge von Wild Rose, der Schiffsraum von Wild Rose, das Segel der Wilden Rose und jetzt gibt es keinen Lenkrad. Und ich mache mir gleich in die Hose. Was, 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 was soll das denn? Hier gibt es ein paar geile Sachen, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Okay, ich brauche ein Lenkrad. Moment. Ich brauche ein rosiges Lenkrad. Werde da zum zweiten herumgegangen, jetzt haben wir 53 Bretter. 350? 53. Ah, oh, okay. 53. Ja, okay. Hm. Das Aristokratensteuerrad. Das kostet eine Währung, von der ich genug habe, also kaufe ich es mal. Aber, ich weiß nicht, ob das das ist, was ich gerade einsetzen will. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, auch keins, was irgendwie zur Wilden Rose halbwegs passt. Wenn ich jetzt hier 140.000 ein Steuerrad, ich meine, klar, das Geld muss irgendwo hin, aber... Ich wollte es jetzt nicht sinnlos verbrennen. Ich bin sofort hier da, ich ziehe mir eine bequeme Rose an. Ich habe gar keine Ahnung. Ich höre schon hier. Weißen Sie, die Spider Murphy Gang. Skandal um Rosi... Äh, Rosi. Ach, egal. Okay, also da das Rose auch so ein bisschen Gold ist, glaube ich, können wir so was Braunes mit Gold durchaus nehmen. Das heißt, ich tue das Steuerrad noch einmal ändern und dann... Ich muss euch beiden später noch was erzählen, wenn wir nicht mehr live sind. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher... Das auch. Ach Quatsch, ich will nichts kaufen. Ich habe heute nicht etwas erfahren, was unglaublich witzig ist, aber ich weiß nicht, wie sehr ich das erzählen sollte. Ja, okay. Okay, dann ist es okay. Das Herrscher... Komm, sag es. Ja, ich bin jetzt Politiker. Oha. Das... Da gibt es auch immer mal jemanden, der meine Freundin so bekannt ist, der sagt, geh doch in die Politik, da kannst du was verändern. Ich sage, mhm. Als Politiker bist du immer das Arschloch, egal was du machst. Ein Scheiß. Ich werde nicht in die Politik gehen. Niemals. Okay, ja, haben wir jetzt die verschiedenen Seefahrten zur Auswahl. Ja, sehe ich gerade. 5, 5, 5. 5, 5, 5. Verwerfen. Nö. Tipps und Infos. Ich glaube, ich kann es am Tisch starten. Ich glaube auch. Welche Frage brauchen wir denn? Das weiß ich noch nicht. Nee. Ich kann keine Seekarten. You already have a Captain's Voyage in progress. Hä? Haben wir doch nicht. Wir befinden uns... Wir befinden uns... Aber ich habe probiert, das Gerät neu zu starten. Wir befinden... Ah, hier, der steht hier noch rum. Wir müssen, glaube ich, lossegeln. Der wollte vorhin, dass wir lossegeln. Oh, der... Ihr seht den auch. Ich bilde ihn mir nicht ein, oder? Ich bin echt da. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich seh den nicht. Aha. Ich seh den tatsächlich wirklich nicht. Jetzt ehrlich nicht. Nee? Nur ich, aber du siehst den im Stream. Ich seh den im Stream. Ich meinte, ich seh den nicht im Stream. Du bist einfach nur wahnsinnig. Ja, ja, ja. Also seht ihr den auch. Okay. Der Dicke. Dann gehe ich. Moment, ist der auf unserem Schiff? Ja. Ja. Warum? Weil der, der erklärt... Weil der, der erklärt, dass du jetzt ein neues Schiff hast und wie man es ausrüstet, das ist so ein kleines... Ich hab so ein Erklärbär. Ein kleines Tutorial. Tutorial. Ich glaube, wir nehmen ein Fass und werfen ihn über Bord. So, okay. Also, was hab ich jetzt nicht gekauft? Ich habe... Die hab ich gekauft fünfmal. Was ist das? Warte mal. Das ist ordentlich. Das ist ein Bundle. Kaufen wir die noch für 7,5? Warte mal, haben's doch. Und dann kaufen wir... Sind das... Sind das... Äh, das sind die... Ah ja, komm. Immer her damit. Das kostet auch nichts. Passion Fortune. Nehmen wir auch noch mit. So, gut. Jetzt, äh, steige ich auf und wir segeln einfach mal. Nein, ich komme. Dann können wir, glaube ich, hochmachen. Dann können wir, glaube ich, hochmachen. Ja, wann jeweils auch da, oder? Nein. Also, ihr bist noch gar nicht im Spiel? Ah, nein. Ach so. Ja gut, dann können wir schon mal loslegen. Ja, ja, das... Es hängt sich ein bisschen auf. Wieso will der das nicht? Los, lad da Dinge hoch. Jetzt kommt der hier hoch, ja. Das war's, oder? Oder was? Ich bin beeindruckt. Ich sehe etwas vor uns. Am Himmel. Ja, ich sehe es auch, aber das machen wir nicht zu zweit. Nein, mein Bauch ist ja nur auf den Boden. Ja, ich... Äh... Stets bemüht. Ne, ich kann immer noch nichts machen. Kann mir noch nichts vorschlagen. Vielleicht müssen wir warten, bis das Lied zu Ende ist. Ah, ja. Information... Spindest du in den Spielabzahlen? Okay. Darf ich jetzt? Ah, okay. Seefahrten, Seefahrten des Käpt'ns. Äh... Suche auf einer großgefälligsten Seefahrt des Käpt'ns nach reicher Beute. Ne, gut. Ich hab... Du musst jetzt nochmal zurückfahren. Warum? Für ne Plage davon. Ah, ist ein Argument. Ja, natürlich ist ein Argument. Das ist ja von mir. Was haben wir gekriegt? Ach du Scheiße. 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 Wir haben einen Kompass für ne Schatzkammer. Wir haben hier Insel zum Ausbuddeln. Wir haben... Hannibal, log ein? Zuerst müsst ihr zurückziehen. Das fängt hier voll. Diese 67.000 Dateien, die sind... Was machst du denn? Das haben sich mal probiert. Ich hab' gesagt, der zieht einen Speicherstand rüber, der 67 Megabyte groß ist, aber 67.000 Dateien sind. Hast du ihn nicht gepackt? Hast du ihn nicht gepackt? Was? Doch. Als ZIP-Datei. Ja, aber der Transferteil, was ich hier verwende, das will nicht. Gibt das einfach von... Oh, Traum der Seele. Nee, geht nicht. Ach nee, Traum der Seele von 25 bis 20. Jo, irgendwie so weit. Geht nicht, ja. Moment, ich schau' ich dich bitte. Warte. Du kannst nicht mehr als 65.536 Dateien hochladen. Siegne, hoch! Bin noch grad dabei. Ja, mein Loch. Ja, mein Loch. Ein bisschen Grundwasser schadet nie. Da, abstimmen. Komm zurück. Ja, in welchem Fall braucht man jetzt auch. Ähm, Goldsammler. Goldsammler, okay. Soll schon wissen, für was ich abstimmen soll. Wir machen, äh, ich tu mal die Inseln markieren. Ähm. War schon zwei Goldsammler rum, sehe ich, glaub. Ich kenne diese Insel, aber ich weiß nicht, wo sie liegt. Da. Bro, das Ark. Finde ich auch dabei stehen, wie die heißt, ne? Wäre ja, wäre ja nur schön. Äh, das ist, das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Wait for line. Nein, die ist es nicht. Warte? Nee. Äh, Flitz? Was? Es sind zwei Repounds unterwegs. Ich hab keine Angst. Es war nur eine Insel. Ja, okay. Ich hab doch Angst. Fürchte dich. Okay, da. Jetzt müssen wir hin, was haben wir noch für eine Insel? Äh, Gida, die aussieht wie ein Spiegel. Ist wahrscheinlich auch so. Oh wow, mit F kann man jetzt in die Karte reinzoomen. Hm. Ähm. Oh, ist das lahm. Wo ist die Insel, die aussieht wie ein Spiegel? Muss ich mal probieren, das wäre neu zu starten. Ja, er lebt noch. Da, wir hatten... Da unten. Wir hatten heute einen Kunde, er kommt nicht mehr auf den Server von seinem anderen Standort. Hat alles überprüft. Steht's VPN. VPN. Ja. Steht. VPN geht. Starten sie's VPN mal neu. Ah, jetzt kommt er drauf. Hei, hei, hei. Ja, hi Kev. Dachgeschosswohnung. Es ist... Ich hab gestern so gut wie nicht geschlafen. Ich hab heute auf der Arbeit gearbeitet, aber es war... Boah. Boah, boah. Eine Richtung. Hart. Sehr hart, sehr warm. Wir machen zuerst die kleine Insel hier. Paradise Swing. Rechts von uns. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel machen. So, Osten. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein bisschen was. Äh, Ost, Nord, Ost. Ja. Gib mir was Segel, bitte. Das auf der anderen Seite hinten. Oh, was hat der dann? Mann. Oh, genau. Wir müssen genau in die Richtung kommen, wo der Wind kommt. Ich hab auch kurz überlegt, ob ich das Schiff nicht einfach gegen mit nenne. Der Klassiker. Weil wir ihm immer gegen mit nennen. Geht voraus. Na komm, lenken wir sie ein. Dann ziehst du wenigstens fast so viel schneller sind wir hier nicht. Das ist eh die nächste Insel, also. Das ist überhaupt deutlich vor uns. Oh. Richtig. Ist da noch ein Wrack? Ne, ist dann, glaube ich, nur Fässer. Ja. Nur Fässer. Übrigens, sehr bewusst, wir fahren auf der Insel, der zuerst für den Kompass wäre. Ach genau, wo müssen wir denn da hin? Vielleicht auch zu der? Ne. 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 Ich würde euch jetzt vorstellen, wir machen die ganzen anderen Sachen zuerst und danach den Kompass. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir segeln danach weiter und machen den Kompass. Aber bei dem Kompass kriegen wir nicht so viel. Am Schluss müssen wir dann eine Kammer öffnen. Ja, aber die Kammer öffnen, weil da sind wir ja dann zu dritt. Okay. Deswegen, also Kammer öffnen und zu zweit ist Quatsch. Aber wir brauchen auch ein bisschen, bis wir das gemacht haben. Also wenn wir mit dem Bruder nicht Urlaub machen würden, wären wir zu viert. Ja, ist ja nicht schlimm. Es ist sehr schlimm, weil er hat Urlaub und ich nicht. Ja, ist ja weg, um Urlaub zu machen. Ja. Okay, wo ist er dann? Nein, ist ein kleines Städtchen Nord-Weinberg gefahren. Oh. Schön. Paradise Spring. We in Para, Para, Paradise. Ich will jetzt, dass Codeplay auf der Insel singt. Jetzt sofort. Live-Konzert. Ja. Da ist gleich ein Ruderboot, das wir uns snacken können. Sogar mit Kanone oder Harpune. Ah. Ich glaube Kanone. Ja. Jackpot. Cool. Nee, ich muss erst mal reinschieben. Ja. Aber drei Kanonen auf einer Seite. Ich liebe es. Wow. Wow. Ich habe jetzt die erste Seemeile geschafft. Das war die Spiegelkarte auf der Insel, oder? Genau. Ich habe fünf Schätze. Ja, ich weiß. Ich habe eine Munitionskiste gefunden. Du hast Regenwürmer gefunden, übrigens. Ich weiß. Ich habe eine Spezialität. Hier ist der erste. Ich gucke hin. Regenwürmer. Wie weit daneben war ich? Oh. Schon so ein guter Meter. Anderhalb. Aber die Richtung hat gestimmt. Ich kann übrigens die Karte immer noch nicht gut lesen. Macht nichts. Ja, Kev. Bist du noch da? Wie ist es bei dir? Habt ihr Kühl? Bei dir? Bist du schon betrunken? Oder immer noch? Das ist die wichtigere Frage. Ja, wenn man im Urlaub ist, darf man auch ruhig schon früh anfangen zu trinken. Da muss man nicht bis Freitagnachmittags warten. Da kann man um elf Uhr schon den ersten Pina Colada-Intos haben. Was ist denn da eigentlich bei der Arbeit daran? Naja, nee. Ich glaube, viele spielen noch gar nicht, weil sie noch updaten müssen. So. Fertig. Mein Gott. Ups. Wartiges Fenster geschlossen. So. Wo ist der Nächste? Da drüben. Oh, ich hab einen Schatz gefunden. Bin stolz auf dich. Du hast einen Schatz gefunden. Äh, nein, tu's nicht. Ich hab auch, äh, eine Statue gefunden. Wenn die schon so heult. Wie singt sie dann erstmal, wenn sie zehn Cent verliert? Nee, 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 nee. Aber wir hatten echt eine Phase mit deutscher Musik in den Charts und so. Schrecklich. Kann man ja anders sagen. Nur noch, oh, traurig. Oh, no, oh. Hm. Eine Phase. Die Musik ist immer noch furchtbar. Es geht, es geht. Also, es ist noch jetzt wieder ein bisschen Spaßmusik dazugekommen. Ich mein, ob, äh, ob ich jetzt von der Puffmutter singen muss, ist eine andere, ist eine andere Geschichte. Aber es ist zumindest mal nicht traurig, die Musik. Muss ich jetzt am Anfang noch irgendwas durchmachen? Nö. Habe ich aber schon gemacht. Gut. Aber wenn du ein Schiff kaufst und dann nicht einloggst, dann musst du den Tutorial Scheiß nochmal machen. Achso, der muss noch. Oh, hier ist eine Statue. Was habe ich vorhin gesagt? Nix. Doch, dass ich eine Statue gefunden habe. Ja, ich dachte zum Ausbuddeln. Das ist eine Grüne, die kann nix. Kann ich jetzt mal haben? Blau und Rot ist gefährlich, aber Grün ist... Grün ist Kindergeburtstag. Ich habe dein Outfit vom Goldsammler an. Sehe ich gerade. Oh, war ja leid. Man muss gucken, was ich anhabe. Hast du es? Ja. So wie Gott geschuf oder was? Nö. Ich weiß nicht, was ich anhab. Irgendwas habe ich an. Adams Kostüm? Ne. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen deprimiert. Ich habe mir vor den Kleiderstock geschaut. Mal ein paar neue Ladebildschirme. Ja. Ich habe eine Jacke gesehen, ziemlich heiß aussehend. Probe. 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 Guck mal kurz, was ich anhabe. Ähm. Standard habe ich an. Wie früher. Standard habe ich an. Ja, wie früher. Ist wie ein normaler Pirat gekleidet. Warte mal, ich wollte gerade was nehmen, aber ist nicht mehr weggeschnappt. Grundsätzlich aus Poxi tut ich das. So. Wo sind wir jetzt? Wahrscheinlich bei Poxi Island. Wow. De Foxi. Was? Ja, wir brauchen nirgenden Schiffsnamen. Ja. Und wenn du es ändern willst, kostet es Geld, ne? Echt Geld. Ja, ist doch klar. Was machen wir? Wollen wir jetzt den Kompass oder machen wir was anderes? Ja, die Schnitter gerade zu der Insel fahren. Moment, echt das oder was? Ja, ja. Ja, das war auch meine Reaktion. Schweine. Das war auch meine Reaktion. Okay, die Schnitter haben sich aufgeteilt. Einer gurgelt bei uns rum. Ja, wir gucken mal, wo wir fielen. Wir fahren da hin, wo der Kompass muss, ja. Wo der Kompass sagt. Und? Wollen wir was zu essen? Mein Angel, mein Angel. Dann schrieb dir doch auf den Insel verachten. Zwei Tage auf C. Okay. Ja, ich glaube, das ist diese kleine Insel vor uns. 3.500 verdient. Zwei Missionen geschafft. Okay. Ja, das ist das Captain Logbuch. Das ist das Logbuch hier. Ja, das ist neu. Das kann man dann, wenn man jemand, genau, wenn man einen versenkt hat, kann man da das auch nochmal verkaufen. Genau. Für money, money, money. Boah. Drehen wir komplett nach links, oder? Weiß nicht, wir sind ja gleich da. Achso. Guck mal, wenn steht Scheiße. Wünsche steht immer schon. Change my mind. Können auch rumdrehen, ist ja klar. Oh, wow. Haben wir nichts zu tun. Ja, aber die Insel wird vor uns sein. Was ist denn hier? Wie sieht denn der aus? Was ist mit der Jacke? Das ist doch deine standard-weiße Jacke. Ja, ja, aber ich wollte sie nicht kaufen, wie ich wollte. Dafür müssen wir halt die Aschentrunken öffnen und das feinte Buch zu bekommen. Regel hoch? Ja. Alter, wir haben leider viel zu wenig Aschentrunken öffnen. Ja, wie auch? Die Schlüssel findest du ja nicht so schnell. Hm. Ist, 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 ist ja jetzt nicht, ist ja nicht so, als, als wollten wir es nicht. Doch, doch, das Ganze ist deine Schuld. Hannibal einmal in Anker, bitte. Wir müssen sie nicht nur anerthende. Ich bin mir die Gefahr. Ich muss ein Gericht zu machen. Ich bin ein Gericht, zu der Schneida. So, hier müssten ein paar Sachen liegen. Ein Relikt, zwei Relikte, drei Sachen müssten es sein. Hero, kommst du hoch? Kommst du bis hierhin? Okay. Warum schweben die Sachen? Okay, das war was anderes. Geil. Achso, ach. Oh, guck mal nur das, ich will nochmal gucken. Da, da, da liegt ja noch was. Munitionskiste, kam her. Nehm mal die noch, ich guck nochmal weiter. Will er nicht, oder? Stell sie mal ab, warte mal. Jetzt ging's, okay. Ich bin verwirrt. Was der Hand drucken ging, ging wohl nicht. Da, 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 da. Asche-Schlüsselmeister. Asche-Schlüsselmeister. Hey, guck mal her. Man muss sich nur beschweren. Komm mal her. Dann haben wir zwar einen Schlüssel, haben noch keine Truhe, aber... Oh. Aber Truhe hat eine Leuchtigkeit, die wirklich doofen Schlüssel. Ja, Truhe finden wir immer mal wieder. Das war's. Schädel noch. Und noch einmal Gold. Das war's hier, oder? Mhm. Hier sind nochmal fünf Bretter insgesamt. Bretter. Bretter. Ein paar Bretter aufschlagen hier. Oh, jetzt stellt er mir das nochmal vor. The Foxy Meermite. Fitz Fuchs. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal, wo du es dir vorgestellt hast. Ach so. Wie vorgestellt? Wann, hä? Jedes Mal, wenn du auf das Schiff zuschwimmst. Okay, das hab ich nicht. Das ist dann wohl ein Bug. Ohne Sunnyball hat zum ersten Mal, wo ich so aufs Schiff gegangen. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Glaube ich ja. Das will ich jetzt mal erklären. Oh, okay. Warte, ich geh nur mal kurz an Land. Noch mal zurück. Jo. War das erste Mal, oder was? Das ist wohl das Haar. Ja, ja. Ja. Da ist es dann okay. Da könnt ihr ewig lang schießen, aber da probieren ist ein bisschen schwieriger. Du musst aber auch ansagen jetzt. Du bist auch unten, oder? Ja. Wir haben nämlich da ganz grob, wir haben ca. 200 Kugeln. Und das ist vielfach an Kugeln. Also im Grunde können wir da deutlich mehr austeilen, als wir einem stecken können. Also im Grunde können wir da deutlich mehr austeilen, als wir einem stecken können. Ja, irgendwo vor uns, ja. Ja. Ja, macht das Segel schon wieder hoch. Ja. 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 War knapp. War knapp. Oh mein Gott, wir haben kein Loch. Dann hat es noch gereicht. Dann hast du Glück gehabt. Oh, komm mal hier, ein Sprengfass. Ja. Jetzt haben wir ein Loch. Ich habe das nicht. Ich habe das Skelett weggeschossen, direkt mit der Harpune und konnte danach das Fass harpunieren. Ein Treffer. Gib uns nochmal kurz Segel, oder? Ein Treffer und ich war direkt, habe mich direkt platt gemacht. Damit es nochmal ein Schiff... Ist die Insel neu? Oh, da ist ein Kanonenbeiboot, oder? Haben wir schon. Wir haben schon eins. Achso, haben wir schon eins. Okay. Wir können das leer machen mit der Lagerkiste. Hm. Ähm. Ist die Insel neu? An die kann ich mich nicht erinnern. Ach, keine Ahnung. Ne, Multimare Rock, also... Wo ist die Kiste? Oder Multimare Rock auf jeden Fall kann ich an den Namen, kann ich mich entsinnen. Aber ich kann mich nicht an die Insel entsinnen, dass ich da jemals in letzter Zeit war und auch nicht mehr... Wir waren wahrscheinlich ein paar Mal drauf, aber... Okay, ist noch jemand an Bord? Ja. Ja, der Captain weiß ja geil was. Ich nicht mehr. Achso. Hier ist noch mein Captain hier. Ja. Oh, da ist noch eine mit dem Explosionsfass. Ich hab halt gehört, man kann die Sprengpaste mit rechter Maustaste. Ach man ey. Man kann was? Die für die Sprengpaste löschen, wenn du sie gefunden hast. Ah, okay. Ähm, angeblich soll das mit rechter Maustaste gehen. Mit der rechten Maustaste löschen. Ja. Links starten, rechts löschen. Ich teste. Bitte weg von mir. Ja, ich geh schon weg von dir. Jo. Funktioniert? Ja. Ja. Wow. Ich muss immer noch an die legendäre Aktion denken, wo wir... Ja, das war witzig. Wo ich runtergesprungen bin mit dem besonderen Fass. Ich drängst dir locker Kissen hin. Oh. Obwohl die an Rückwärtsseite gemacht haben. Ja. Das hab ich ja nicht gesehen, weil ich tot war. Das war so witzig. Oh, das hat gescheppert, ja. Das war dieses besondere Fass. Wie heißt das nochmal? Ja. Istungsfass. Ja, genau. Festung, ja. Festung. Das FF. Festungsfass. Das war PP für die, persönliches Pech. Das ist aber... Ich hab echt gedacht, oh scheiße. Ich... Ich fahr vorbei. Oh, doof. Und so, ne. Und dann kommen die genau. Und dann haben die es gezündet. Hat es noch ewig gedauert, bis es hoch ging. Aber halt geklappt. Ja, wir nehmen das Explosionsfass auch mit. Kann man gleich abgeben gehen. Wir sind ja gleich Stufe 5. Boah. Hier ist noch eins. Der hat's gezündet neben mir. Die machen's aus. Echt jetzt? Ja, der hat's ausgemacht. Da sind wir schon länger in der Fall, oder? Ja. Der hat's ausgemacht. Echt? So machen die das. Wusste ich gar nicht. Die drücken wir einfach nicht zum Auto. Also. Okay. Ähm. Mal leer. Was war da hier noch? Okay. Ja. Äh. Äh. Ich hab Visitenkarten bestellt. Ehm. Das steht so in den AGBs des Zeichners. Und ich darf sie, äh. Äh. Auch nicht für andere kommerzielle Dinge benutzen. Jetzt sind die jetzt natürlich. Äh. Visitenkarten nichts kommerzielles, weil ich verkaufe die ja nicht, ne? Ähm. Hab ich den Zeichner angeschrieben. Äh. Ob ich das bitte dafür benutzen dürfte. Ich hab ja sonst auch alles immer bei ihm geholt. Und auch den Mr. Higgins hat ja seine E-Motes bei ihm gemacht und so. Hab ich ja auch weiterempfohlen. Und ich mach auch alles in Zukunft bei ihm. Aber. Ja. Äh. Bitte, bitte. Hat er sich drei, vier Tage nicht gemeldet. Jetzt hab ich's dir dann gestern bestellt. Hab ihm dann geschrieben. Äh. Ich muss jetzt bestellen, dass die noch rechtzeitig zur Messe kommen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber zurück. Ne, ne. Alles cool. Hab gedacht, ich hätte schon geantwortet. Oh. Ja. Glück gehabt. Weil sonst hätte ich, naja. Mir ist mit ihm vielleicht ein bisschen verscherzt. Und das wollte ich ja nicht. So, weiter geht's. Dem Kompass hinterher. Eho, was geht. Ich glaube, wir müssen zu Level Switch. Wo ist Level Switch? Rechts von uns. Ach, da ist Level Switch. Also geradeaus sitzt gleich fast. Da oben die Schnitter treffen sich gleich wieder bei der G2. Ansegel schon runter? Jo, ne? Ja. Volle, volle, volle. Und auch wenn ich mit dem Design der ersten paar Visitenkarten zufrieden war damals. sind, finde ich sie jetzt heute doof. Also das heißt doof. Damals waren sie okay. Und jetzt finde ich sie immer noch okay. Aber das neue Design. Ich mach da ein Bild für Instagram. Wenn ich es da hab. Dauert aber noch. Also du kannst da irgendwie bestellen per Express Lieferung. Und Tracking. Und was weiß ich. Äh. Das Messerset noch mit dabei. Und was weiß ich. Für 6,99 extra. Sag ich ne. Normaler 2 Euro Versand reicht. Dann dauert es halt ne Woche. Oder eineinhalb dauert es. Ist noch genug Zeit. Hey Fitz. Hm? Ich kann mir fast die erste Postkarte holen jetzt. Mir fehlen noch tausend Punkte. Äh. Tausend äh. Fuchs-Punkte. Fuchs-Punkte. Ja mach doch. Nein. Mach doch. Es gibt beides nicht. Also noch nicht. Also nur dass du es weißt. Es gibt die erste Person. Könnte sich die Karte holen. Aber wie gesagt. Ich hab ja gesagt. Wenn es soweit ist. Dass jemand das Poster holen kann. Dann hör ich einfach auf. Kurz vorher. Zu streamen. Und ich sag das jedes Mal. Mach das jedes Mal. Und du sagst immer. Ja ja. Bis es dann soweit ist. Haben wir ne Lagerkiste. Um die Fässer hier zu holen. Leer zu machen. Ne. Wir haben mit schwarzer Magie alles vorher leer gemacht. Weil hier sind noch ein paar Sachen die leuchten. Bisschen einlenken. Leer. Leer. Kommt ihr in allem ran? Oder? Leer. Ich glaube nicht. Weiter drehen. Moment. Ich hab schon starb. Okay. Ich geh schon mal. Leer. Leer. Viel Spaß. Verlaufe dich nicht. Setz sachen wir dich aus. Bis direkt hier am Anfang. Oh Hannibal hast du den Witz mitbekommen mit den Kanonen. Ihr dürft gerne mitschießen. Ja ich glaub kannst du schon ganz gut alleine. Sind jetzt alle tot. Ja ich glaube. Nein. Ich bin jetzt schon Level 7. Heute machen wir Level 100 voll. Von der Season meinste? Ja. Ja natürlich. Was denn sonst. Aber ich hab mir das ausgeblendet. Was das aufploppt. Wie viele Schlangen sind hier denn? Ich krieg schon ein leichtes Handshowdown Flashback. Die haben übrigens erhöht. Du kriegst für den Eventpunkt jetzt 10 statt 8 Punkte. Und zwei Schlangen. Das ist immer noch zu wenig. Und der Boss gibt jetzt ähm. Ach ne meinst du halt auch der ist nicht fertig. Ich hab ich verfahren gehabt. Äh. Der Hinweis. Die Kopf war da. Wie soll ich es sagen wollen. Ja. Deswegen. Also. Das ist. Das ist nicht wirklich. Was getan. Das ist so ein bisschen was getan. Ich glaub wir müssen die Insel hier wieder verlassen. Hm. Ja. Leider leider leider. Ich muss was. Warum bin ich immer noch vergifteter jetzt? Käpt'n mein Käpt'n. Welche Richtung? Keine Ahnung. Ich muss erst gucken. Ich hab jetzt grad raus. So. Alter Kompass. Äh. Boah. Ne. Bisschen mehr links. Aber fahr erst mal hier raus. Oder leuchtet noch was. So. Alter Kompass. Ne. Warte 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 warte. Äh. Nicht 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 nicht. Segel hoch. Segel hoch. Ich will das mitnehmen. Ne. Lad wieder hoch. Ich möchte anmerken. Ich hab grad Segel runtergegart. Oh da leuchtet was. ich komm nicht mehr dran komm ich holt schnell das ist ein flaschenpost lass 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 wir haben genug wir haben echt genug das schaffen wir zeitlich eh nicht ok wieder einlenken wir müssen ja da wo es leuchtet aus dem himmel fast kiste das kann sogar das vor sein anwalt macht gleich bereit oh mein gott wir haben mit wind ach hör auf der dreht gleich wieder kann gut sein ans vor sein ja siehste das war es hier mit wind fertig ist doch immer noch die groß ist doch immer noch grob die richtung also ja das war die welt nicht gedreht haben leute ich sehe uns gerade wieder was passt groß looten wo die bude da auf dem vor das vor falls es überhaupt die insel ist wir wollen mal gucken ja dann nimmst du die lagerkiste mit dann gehen wir los dann gehen wir los hä was ist denn los leg mal ran wunderbar ich glaube es ist die insel nicht geht trotzdem ich geh mal drauf ja plünder mal kurz du musst ja nicht in jeden turm rein reicht ja wenn du innen rumrennst das problem ist halt wir haben aktuell 66 blätter wenn wir in ein gefecht kommen ist das nicht genug ne ist ein bisschen wenig ne wenn du auf der insel bist schlägt er schon ganz anders aus da kommt was wo das hier mal offen ist noch eine explosions fast gleich mitnehmen oder nicht auf 1 oder weniger kommt es nicht an was bei dir gefunden oder was ja jetzt geradeaus irgendwie genau fitz einfach geradeaus wir werden unser schiff weg sprengen und dann ist es wie Foxy Mermaid 2 hm da unten als witzig ist du kannst dir halt als Bomben kannst du die ja reinschmeißen und wegsneiden ne ne die gehen ja auch so in die Luft wenn du dagegen fährst wenn du dagegen fährst genau ah deswegen wenn du halt Anfänger hast die äh die schon strecks hinterher fahren genau die dich jagen und strecks hinterher fahren und nicht mit rechnen stellst mal hier ab dann äh dann kannst du dir die schön reinschmeißen wobei ich bin ja noch besonders tief getaucht und dann wieder ran dass sie mich nicht gesehen haben also sie könnten seine Namen lesen können und du bist von vorne rein oder von vorne rein jetzt warst du gesprungen ja 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 stimmt 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 das war auch gut der CP der ist mir so aufgefallen Moment das sieht man doch ja ne aber das war das war ein entscheidender Punkt ja von vorne rein dann wusste haben sie nicht gesehen dass einer rein hüpft oder schwerer gesehen jetzt einfach mal so jetzt wievielfelser wirds noch mitbringen die können wir alle abgeben aber das du hast nur zwei gesehen Hannibal hier im Turm sind nochmal zwei in welchem Turm äh in der Mitte Hauptturm ganz oben ist eins dann ab in den Sturm wo ist denn das wo ist denn das hin ok irgendwo hier war es irgendwo ja aber ich hab ja ne Kisse ich kann eh nichts tragen geh schonmal zum Boot Schiff zur Foxy das Boot werden das Schiff werden eigentlich müssen ein Schiff oder das Boot nennen nein zum Tode verurteilt also ich hab mal so ein bisschen gegoogelt in der Mittagspause 13 Bretter ne was es so für lustige Bootsnamen gibt und der beste Name ich glaube das war ein Renner ich glaube das war ein Langläufer ja dem wo die da eine Hommage oder so ein bisschen veralbern ist die haben das die haben das Schiff genannt Lucien Boat statt Lucien Boat und ich glaube der war Langläufer ich bin aber nicht sicher auf jeden Fall Sportler ja ja dann gibt es halt so diese diese Klassiker Namen wie Titanic die Queen Mary hast du nicht gesehen ne also das wollte ich halt alles nicht nehmen hast du auch Raport gesehen? ja ja also diese 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 Witzschiff Namen die hast du ganz schnell abgegrast so nochmal nee nochmal soll ich nochmal laufen? nein 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 so kann auch ein Fass hoch guck mal wo wir hin müssen scheinlich hinten dran ne genau ne wir fahren jetzt weiter ich mach mal ganz wenig Segeln nur wir sind so nah ich möchte keinen Schaden kriegen von dem Felsen es ist die Insel da vor uns die Große boah beim nächsten Mal wenn uns einer verfolgt müssen wir eigentlich mit allen drei jeder ein Fass los das wenn sie ausweichen und irgendeiner von uns trifft den ja der Witz ist ja auf jeden Fall auf jeden Fall wir hatten ja nur einen Fass wir hatten ja nur einen Fass damals aber so hätten wir jetzt genug und so kann immer einer runterspringen ne dass wir alle gleichzeitig um uns ausschwärmen meine ich ja meine ich ja dass er gar nicht hier drüber rumkommt und selbst wenn sie auf die Idee kommen wegzusnipern das sind drei wie das sind drei ja ich bin sofort wieder da jo ich weiß nicht ob die Schnitte kämpfen oder ob sie gemeinsam rumfahren auf jeden Fall fahren sie gerade in unsere Richtung sie sind noch weit genug weg aber sie fahren in unsere Richtung ja müssen wir auf jeden Fall verfolgen noch ein paar Minuten das wenn das 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 ist das eine schaloupe da stimmt andere spieler haben wir noch gar nicht gesehen aus auf der karte hier ist nur ein felsen aber auch keine npcs nur ein bisschen weiter oder hier kommen wir gar nicht hoch wir kommen auch schon hoch ein ja und nein wir können schon mal segel hoch machen alles naja ja alles natürlich sag doch wir können segel hoch machen ja ich bin dran weil du nur vorne geblieben bist ja so ich habe ich dachte hier steht hinten mit dabei ne hier ist weg aber das wusste ich nicht anker 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 ok anker ist egal haben wir noch ich komme wieder und das erste was ich höre ist wie wasser ins ja du hast dich genau an die stelle hingestellt wo ich dachte du bist mit dem segel hoch machen deswegen bin ich nicht zurück weil ich dachte ihr beide macht das segel hoch ich habe uns sagen ich bin weg hat er gesagt ach komm als hätte als würde Hannibal zuhören ja diesmal habe ich es echt mitgekriegt ich gehe ich gehe hier sind wahrscheinlich zwei auf der insel sehr wahrscheinlich ja ich habe besuch aber das glaube ich normaler die dürften nicht stoppen außer munition oder so ja ihr könnt das schiff hier leer machen das kleine könnt ihr leer machen mit der ähm ihr wisst ja mhm mit der lagerkiste ähm ok wir gucken mal ob es aber ich glaube hier wird noch eins sein ja ja in der regel ist es so warum was ist morgen es wird bei uns so ein mächtiges fressfestival auf der firma werden ok weil die dönerpool wo wir immer bestellt haben ständig ja ja jetzt letzten dreieinhalb wochen zu und morgen macht die wieder auf ok geschlossen wegen reichtum oder was geschlossen wegen reichtum oder was so ungefähr und es wird dann wird 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 jeder mit bestellen ja denkt dann auch mal auf die karte zu gucken wo die wo die schnitterung geiern hier lege ich euch noch eine kiste hin ich bin wortwörtlich bei denen die inseln nebenan aber ist das fort auf der der mt oder nein war nicht direkt östlich von uns auf der anderen seite der insel nein doch für ganz viel aber ich bin doch am bluten ich glaube es ist über mir sehr wahrscheinlich da ist noch ein explosionsfass wirst du das haben ja klar wenn du Platz hast oh 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 spiel hängt sich bei mir auf hat sich einfach geschlossen seid ihr noch im spiel ja ja bei mir stehen auch die resten da connecte 9 ja du bist da eros ja fies und ordnwitz geschlossen soll in der gezonswiffung durchgeführt werden ich mach mal yes jetzt bist du weg mach mal fluchtposition bereit 1 2 3 4 5 6 7 fässer oh ja es gab einen neuen patch hat er nicht zu verwundern aber komischerweise ich habe jetzt auf integrationsprüfung auf ja gedrückt jetzt habe ich unten dieses rädchen mein rechner rührt ohne ende lüfter mäßig geht es hier richtig ab es wurden keine beschädigungen der zeilen gefunden success ja ich würde sagen das ist dem patch geschuldet da läuft irgendwas noch nicht rund die schlitter sind jetzt beim fortruhe vorhin waren da ist er uns vorbeigefangen ja ja und ich werde nicht gefragt ob ich nachjoinen will oder was ah doch da so ist es jetzt noch mein schiff das ist die nächste frage es hat sich glaube ich noch nichts geändert hier ist ein riesen assi riesen aussie und muss ganz kurz alleine du bist wieder da ich lade noch die schlitter sind drei schiffe frei zwei schiffe und zwei schnitte ab und davon sind schnitt da kommt schon wieder eine explosion was langsam reicht es hier nein ich brenne nein ich habe zu essen ich sterbe ich habe es nicht mehr geschafft bin auf dem berg oben am brennen gewesen ich bin tot wunderbar ich bin gleich wieder auf dem schiff aber ich schiffe segeln weiter ok ich bin wieder da also drei schaluppen sind segeln da zusammen bei den schiffen man sieht uns den namen von den schiff wenn du mit dem fernglas baut gehst ach wirklich ja das ist schlecht weil dann weißt du ja das sind die die uns von geplündert haben weißt du ja hier ist die kiste nimmst du die mal ja ja steht die die sind vorbei weiter gesegelt leider stand schiffnahme und kämpfen naja mich kann man ja mich kann man ja nicht mehr finden also habe ich da ausgestellt aber jetzt blitz und auch gleich wieder tot weil hier ist ein komischer wasserviecher ja hier sind so viele krabbenviecher ja hier sind so viele krabbenviecher ja aber tot ach ich habe einfach kein kill ach komm hier sind wieder tausend NPCs macht keinen spaß ich habe es noch selbst gleich danke nein jetzt hänge ich da Versuch dich zu holen, aber ich bin auch ziemlich low Ja Aber hier hast du auch kaum noch Nein Jetzt werde ich hier geblitzt, Dings, ey Ich weiß, hoffentlich ist hier was zu essen drin Ja, ich bin, ich hab Bananen mitgenommen Die esse ich gerade alle Da ist eine Banane drin Nein, das ist ein Dicker Hier ist eine Kokosnuss, hier Reicht nicht, warte Hab ich sie nicht Hier Warte, der ist gleich weg Oh, schon wieder Geister Ist es nervig Hat der was getroppt? Das kann nur ein Schiff am Horizont sehen von denen So, kann ich jetzt bitte dahin, wo es zum Buddeln geht Äh, weiter mal, erst die Stange War das nicht hier unten? Hier oben dreht sich's aber Hab's denn jetzt nicht so gedreht Hast du's? Ja, jetzt kommen die drei Skelette Die drei Sachen droppen Und wir sind nur zwei Ich kann jetzt, äh, aufpassen Nein, nee, alles gut Lauf mal lieber einmal mehr Ah, da war's getroppt Wo ist denn das Schiff eigentlich? Ja, bei meinem Namen Das ärgert mich, dass das Spiel einfach so abgeschützt ist Wo ist das Schiff da? Oh, so weit Das sind noch zwei Sachen, ne? Da müssen wir nochmal hin Ja Weil ich weiß Du hast, bei Sea of Thieves hast du keinen Support Ah, jetzt krieg ich mein eigenes Schiff vorgestellt Sehr toll Hier, du? Mich auch, bitte Ich glaub, ich bin schneller, wenn ich mich hochschieße Problem hatte, nach dem Windows 10 auf Windows 11 Update Ging ja auch kein Sea of Thieves mehr Musste ich ja wirklich Windows 9 installieren Dass es wieder lief Ihr erinnert euch Weil's ja dauernd abgeschmiert ist Ich erinnere, äh, auf den Gang Ey, perfekt eingestellt Zack Ich bin schon beim Gold da Vor dem Eingang ist das Jetzt rechts Ah, necke Ja, sind wir dann durch? Das müsste alles gewesen sein hier, ja Also ich weiß Also ich glaub, auf der Insel war's das Wir müssen gleich nochmal im Kompass gucken Aber ich glaub, ja Ah, der Kompass ist weg Ja, dann Kompass weg Dann haben wir's Dann war's was Ja, und dann hab ich ja da auch ins Forum geschrieben Und ich hab bei Reddit geschrieben Und bei Sea of Thieves hilft hier einfach keiner Weil, weil die Da kann dir auch Also da kann dir keiner von normalen Menschen helfen Weil die kommen ja auch nicht in diesen Windows Folder rein Äh, in diesen Windows Update Install, irgendwas Von, von diesen Windows Apps Und der war ja falsch Und wenn jetzt hier bei dem Update Irgendwas schiefgegangen ist Dann hab ich hier auch keine Chance Äh, wenn du mal auf die Schiffskarte schaust Drei Stück So ungefähr auf der O-Linie sind die runtergesegelt So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal den Rest Hätte ich gesagt Fuck, haben die eine Insel gar nicht gekennzeichnet Das war dumm Warum? Spawnen hier drei Stück nebeneinander Ach, die Die, ja, ja Discovery Witch ist da unten Ich muss Fenster zumachen, Mann Heute ist bitte heißester Tag in Deutschland Und mein Nachbar zwingt mich durch seinen Scheiß Zigarettenrauch Das Fenster zuzumachen Das pisst mich mal wieder an, ey Als, das stinkt Als hätte mir einer in die Wohnung gekotzt für mich Mermaid's Hideaway Boah Ja Und das vierte im Bunde Crook's Mast Crook's Hollow Verdammt Der hat mich schon befreit Ich seh gar keine Schnitter mehr Wo sind die alle hin? Süden Ah, kannst du da unten? Schau noch ganz Wir sind Schau mal, wo wir sind Okay, wir fahren jetzt Wir fahren jetzt zum Moralers Arch Dann haben wir es hinter uns Wir fahren jetzt nach Nordosten Wir sind ganz knapp uns vorbeigefahren Wir sind wirklich auf dieser N-O-Linie Die Hotel gefahren Okay Also wie gesagt Lass uns mal da hochfahren Da haben wir eine Insel Wo wir buddeln müssen Sind wir erstmal sauber deckt von denen Gib mal einen Kurs Ich geh runter Nordosten, hatte ich schon gesagt Wo ist Crook's Mast? War da Cannon Crow? Vielleicht war das eine kleine Insel Das kann sein Ich habe heute noch gar nichts geguckt Ich habe gestern ein bisschen Wacken-Stream angehabt Ich habe ja nicht gestreamt Und da war einiges dabei Wo ich mir dachte Uff Du steuerst gleich auf eine Insel zu Auf dem Telsen Ich weiß Okay Okay, wir fahren erst zum Crook's Mast Wobei die fahren gerade zu uns Eigentlich Als würden sie uns jagen Aber sie können uns noch nicht sehen, oder? Eigentlich nicht Ist noch nicht Stufe 5 Ja, auf Stufe 4 Die sind auch schon erst vorbeigesehen Als wir die Explosionen hatten Und die Schüsse Okay Ja, die fahren gerade verdächtigt Genau zu uns Okay, jetzt nach Norden Denk an Das sind zwei Schiffe Drei Schiffe Ich sehe nur zwei Ich habe die gesehen Das sind drei Schalopen Hä? Also hier werden wir wirklich nur zwei Gerade angezeigt Auf der Minimum Ja, ja Auf der Karte Einer hat keine Fraktionsfrage gehabt Achso Ich verstehe Dann sehen wir trotzdem mit drei Schalopen Hm Ja, wie gesagt Jetzt nach Norden Bitte Was essen Funny Ninja Funny Ninja? Ist das denn auch vegan? Ich denke schon Ja, da ist das Felsige da vor uns jetzt Das ist eine Insel Ich sehe gar nichts Gerade Habt ihr mich niesen gehört? Nee Okay, gut Die Mute-Taste hat nicht angezeigt Dass ich gemuted war Aber So, da müssen wir ein Rätsel lösen Aber Es ist nur zwei Sätze Also das heißt Sobald du drauf bist Sag der dir, wo du hin musst Also ein Zwei-Satz Wenn du so willst Wenn du so willst Ja, also Was ich ein bisschen schade fand ist Ähm Da sind gestern die Die Iron Maidens Aufgetreten Die habe ich auch schon live gesehen Echt? Ja Ja, Iron Maidens Nicht Iron Maiden Das sind nämlich Das ist Das ist Die Frauen Coverband Und ich finde die ganz gut Also Die spielen Gestern war es musikalisch Nicht ganz so auf der Höhe Weil ich glaube Eine Gitarristin ist ausgefallen Auf der Homepage Stand sie nämlich noch drin Als gehört zum Team Die hatten auf jeden Fall eine neue dabei Das hat man gehört Aber dennoch Bei den richtig geilen Iron Maiden Hits Da sind die gar nicht abgegangen Das fand ich Da dachte ich mir auch so Ey Leute The Trooper Fear of the Dark Number of the Beast Und die haben nur so ein bisschen mit So locker mitgekrölt Wo ich mir dachte Das wird also Wahrscheinlich Wurde dann abgestraft Dass das die Coverband war Also Motto Wir wollen lieber so genial hören Aber Ich finde es hat sich gut angehört Ist das ein Markt? Hm Klag mal rechts ein Wir müssen rein in die Insel Ich bin runtergefallen Das ist ja eher nach runtergesprungen aus Hinten ist doch das Segel Machst du mal hoch Hannibal Oh Ja Hinten ein Anker Wofür? Jawohl Ja eben Sieht doch gut aus Bitte So wahrscheinlich Wenn wir Wir denn haben Können wir beim Außenposten mal einmal abgeben Das sind nämlich fünf So also Wo müssen wir hin? An Faskarren gegen Westen Hat er uns suchen ein Ende Was ist denn Faskarren? Ja Faskarren im Westen Der Faskarren Stehe direkt vorne dran Ähm Acht Schritte gehen Nordosten Alles klar Ach Ich musste kurz warten Dann habe ich mich die ganze Zeit zeitgleich gebuddelt Nimm's und weg Ich habe keinen Bock auf dich Hab's Nimm's Essen noch mit Und tschüss Das war geiles Essen Ja war ganz okay Papaya und Granatapel und weiß der geil was Hört sich mit Mango Der gute Stoff Ja Okay Tschüssi Die Schnitter Und die haben uns Ne wir haben gedreht ne Hm Ja 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 Okay Wir fahren jetzt weiter nach Nord Nordost Also Arsch einmal rumdrehen Ja ich muss jetzt mal aus der Hinsach Also wir fahren schon Okay Ja ich sehe schon einen Mast Sind wir jetzt 5 geworden? Ne ne Nein Okay Und noch 4 Ja fassu Das ist gut Ich sehe den Außenposten Ja wer macht Gebt mir volle Segel Vorne check Nur nicht weiter rumlenken Nicht weiter nach links Ja ich bin ein paar Musen überdreht Ich muss jetzt noch etwas da rechts Wir haben so ein neues Auto Wär der vielleicht gerade? Ne Wir haben so ein neues Auto in der Nachbarschaft Da geht die Anlarmanlage gerne mal los Und der Besitzer juckt es nicht Hört sich doch nett Ja gestern war es irgendwann mitten in der Nacht Da bekomme ich schon Lust Ich würde niemals gewalttätig werden Aber gegen Noch niemals Mut für die Sachverschädigung Aber da bekommt man schon so Lust Baseballschläger aus dem Keller Und dann mal so richtig Und dann dem Auto mal ein Grund geben Alarm zu machen Ist das hier? Nein rechts vorbei Das ist ja aus dem Kopf Ist ja kein Auslöser Ja weil wenn das Auto schon leer macht Dann bitte mit Grund Einmal Auto klauen Ne nicht klauen Habt ihr das mitbekommen Dass man Oh scheiße welche Marke war es denn Ich will jetzt nichts Falsches sagen In den USA Von einem asiatischen Hersteller Konnte man Auto mit einem USB-Kabel Knacken Einfach nur Kabel reinstecken Und los geht's Du kannst ziemlich jedes Mufakurs schließen Mit einem Kreuzschraubenzieher Möchtet ihr nicht irgendwas aufrufen? Also alle Fahrzeuge von der Bundeswehr Brauchst nur einen Schlitzschraubenzieher Echt jetzt? Ja Das sind Kriegszeiten einfach jeder Ja ja Jetzt geradeaus Jetzt Kerzen geradeaus Ich zeig jetzt auch nicht Wie das geht mit dem Kreuzschraubenzieher Ne bitte nicht Ich glaube das ist gar ne gute Idee Ich glaube du hast ein Problem Und ich glaube ich würde da nicht mehr Hier auftauchen Sie haben ihn eingekascht Hat nur die zwei Punkte Ganz vorne links oder was? Ja Ja Wenn der ADAC zum Beispiel Ein Auto aufmacht Dass du den Schlüssel rausholen kannst Zum Beispiel Dann wollen die auch nicht Dass du zusiehst Ah echt? Ja ja Okay Das musst du einmal erleben Der hat ja auch schon erklärt Was der gerade tut Also Wir waren mal auf einer Jetzt wieder nach Norden Kerzen gerade nach Norden Wir waren auf einer Freizeit Was heißt Freizeit Wir waren Wir waren nochmal Wir haben ein Zeltlager früher gemacht Für die Für die Kinder Und wir haben gesagt Okay Kids schön und gut Aber wir wollen auch nochmal Von den Gruppenleiten Ein bisschen zelten Sind auf den Campingplatz gefahren Und haben da ein bisschen Gekämmt Und dann hatten wir ein Kombi Hauptsächlich da Von dem Von dem damaligen Kollegen Und Der Das ist übrigens nicht Norden Wo wir fahren Das ist Norden Ah doch Weil wir rammen gleich was Ja wir rammen gleich was Fahren wir dann Ein bisschen mal nach rechts Ähm Und Dann war es Wie folgt Er Hat das Auto Abgeschlossen Dass es hieß Macht nur noch den Kofferraum zu Ja Dann kam eine Er hatte den Autoschlüssel Dann von ihm Musste aber was schweres tragen Hat ihn in den Kofferraum gelegt Und hat das dann weggetragen Klassiker Und dann kommt er Und macht den Kofferraum zu Dann haben die sich erstmal Eine halbe Stunde lang Angebrüllt Wer Schuld hat Ich weiß gar nicht Ob es bei modernen Autos So noch geht Oder ob die merken Der Schlüssel liegt drin Und Ne Geht immer noch Okay So Ich spreche nicht aus Erfahrung Das ist ein Arbeitsblitz Auf jeden Fall Haben die sich halt wirklich Oh was legst du denn Den Schlüssel da rein Ja was machst du denn noch zu Und so weiter Also ging das hin und her Bis ich irgendwann dann eingeschrien bin Weil Also wirklich eingeschritten Und eingeschrien Weil ich es nicht mehr tragen konnte Ich so Können wir jetzt mal aufhören Ich will eine Lösung haben Ja und er war halt im ADAC Dann haben sie ADAC angerufen Und das Ich meine Der ADAC ist ja nicht immer da Wo du ihn gerade brauchst Die fahren ja rum Ja Das heißt Die kommen dann Wenn sie Zeit haben Die kriegen dann Der der als nächstes Irgendwo in der Nähe ist Und gerade Zeit hat Kriegt gesagt Okay Als nächstes fährst du dahin Oder so Und da mussten wir halt warten Der einzige Vorteil war Wir hatten alles aus dem Auto Und wir hatten es nicht mehr eilig Das heißt Wir wollten eh nicht mehr weg An dem Tag Also war es nicht ganz so schlimm Und dann kam der irgendwann Und ich war Hab es nur so am Rande gesehen Der hat so Luftpolster Hat der Bei der Zwischen geklemmt Genau Bei der Fahrertür Und hat die so aufgepustet Und hat sich das weggedrückt Und dann konnte das aufmachen Ja Bei mir hat das nicht funktioniert Da bei den Bekannten Es kommt dann immer ganz aufs Auto an Aber er hat das halt so gemacht Und er hat halt Er hat halt so uns gesagt Klar und du mit Flügeltüren Packst er nicht oben Gute DeLorean Ja Genau Naja Da warst ja das Kissen oben nicht Und er hat halt gesagt Würden sie bitte Würden sie bitte weggehen Das soll nicht Die da sehen wie man das macht Und so Und Und der Kollege hat dann gemeint Ich mein Auto Ich gehe hier gar nicht weg Und ich bin dann so ein bisschen weg Und hab es dann aber Aus dem Augenwinkel So ums Eck Hab ich es dann auch gesehen Also ich war halt Bei mir war es Ich war gerade bei der Mit der DLAG und Das waren wir Haben die Dizung gemacht Und das war der letzte Tag Und die erste Leute halt wegfahren Kasselsteug Auto Kaffraum zu Kacke Schlüssel liegt einfach Da kam der ADAC Und hat geholfen Und der musste halt Der hat jede Menge Sachen ausprobiert Hat nicht funktioniert Und zum Schluss Hat er die Hecksch Leuchte rausgenommen Und hat da Von dort die Zentralverdienung Kurz geschlossen Die aufgemacht Okay Können du looten Ah ich dachte es mir Kommt sofort wieder Ich dachte es mir Bleiben hier Hannibal Also ich käme nie auf die Idee Sei ich ehrlich Den Schlüssel in den Kofferraum zu legen Niemals Ich würde immer in eine Hosentasche stecken Soll ich das Segel hoch machen Ja mach mal Also grundsätzlich Auch wenn das nicht mein Auto ist Und ich hab nur den Schlüssel gekriegt Ich käme nie auf die Idee Den Schlüssel in den Kofferraum zu legen Oder sonst irgendwo ins Auto hinzulegen Für mich gehört ein Schlüssel Entweder in die Hosentasche Oder Rucksack Oder was auch immer du gerade dabei hast Oder als Frau von mir aus Handtasche Aber Ich würde das niemals irgendwo ablegen Oder halt ins Schlüsselloch Oder es ist halt ein modernes Auto Wo du den Schlüssel dann Ja gut Dann kannst du in der Hosentasche behalten Ja Weil das dir sowas halt einfach nicht passiert Aber so käme ich direkt schon Von mir aus auf die Idee Aber wie gesagt Die haben sich wirklich so angebrüllt Wer jetzt mehr Schuld hat Wer jetzt Schuld hat Dass das zu ist Grundsätzlich ist wir zur Schuld Aber ich find's halt auch Quatsch Dass er halt zugeschlossen hat Das war halt auch dumm Wo wir noch am Entladen waren Ja aber du weißt doch Dass es nach hinten raus zieht Also Wie viele Skelette wollen sie haben Sea of Thieves Ja Ist die gleich da Okay Dann Ja Dann lass ich nicht frei Du wirst noch angegriffen Ja ja Ah fuck Ich lass frei Da sind noch zwei Ja Das sind wieder so Das sind wieder so viele gespawnt Wuhu Ja Aber fehlt Nicht schlimm Putt 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 Oh ich hab das Skelette erschossen Ich war fast so Alles gesehen Alles gut Wie enttäuschend Also ich würd hier mal wieder Unsere Seitenleiste hier einblenden Aber wir haben noch nix versenkt Also Ich glaub ich sind wieder zurück Das lässt sich ändern Wir sehen zwei Leute auf der Theater Die uns schreien Ja Ja Nee Kannst du das hucken? Ach ja Explosionsfass Geht das jetzt oder nicht? Zu hucken Eigentlich schon Nee Die Kiste muss ich noch ausputt Und hör auf Ich würd es gerne vermeiden Die zu hucken Also wohin ging's bei mir Aber ich kann nicht Ja Kann ich garantieren Dass das wieder klappt Ich möchte es vermeiden So gut es geht Oh Gott Noch mehr Skelette Ich hab noch was Pass, 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 pass Könnte übel Deswegen schon wieder Das Schiff vorgeschlagen Also Vorgestellt Du bist tot Ich weiß Ich komme Das nervt Wir retten dich Ich bin da Ich hab frei gelassen Ich war genervt Ja Dass sie das halt einfach nicht fixen Das ist also Da bleib ich bei meinem Satz Die Entwickler spielen Ihr eigenes Spiel nicht Sonst würden sie wirklich merken Dass das doch nervig ist Dass die so oft spawnen Also dass immer irgendwas Ganz schnell hintereinander spawnen Das nervt ohne Ende In dem Spiel Das ist ein schönes Spiel Wir spielen es sehr oft und gern Aber Das kriegen sie dann einfach nicht geappelt Haben wir beides ausgebuddelt Oder haben wir noch eins Eins haben wir noch Oh eins haben wir noch Ich dachte Das wäre schon durch Ja Kam ja so viel Skeletal Die ganze Zeit Ah ok Ich bleib an Bord Gerade gesehen Da ich der letzte bin Bummelst Oh ist wieder gebuddelt Das sieht man doch Ich hab nicht geguckt Auch ganz da hinten Ne 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 Ich kann die Teile immer noch nicht lesen Von dem Besuch Puck 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 Jetzt kriege ich schon wieder Mein Schiff vorgeschlagen Nächstes Mal wenn du stirbst Und gehst du wieder aufs Schiff zu Kriegst du es wieder neu vorgestellt Wir sind kurz vor Stufe 5 Aber immer noch nicht Ich sehe nur noch einen Schnitter Und der ist am Außenposten Gerade Hört auf Hört auf Das nervt Das kann sein Ja Ich sehe gerade nur noch einen Oh wow Einen Stufe 2 Oder so Gut Was haben wir noch jetzt zu tun Lasst mich überlegen Wir gehen hier raus Ja Rätsel haben wir Genau Daneben Wir sind alle zu weit weg Okay Dann machen wir jetzt Was in der Nähe ist Versteht sich Das anders übrigens hier unten Sharkbait Cove war das glaube ich Muss ich noch mal gucken Aber müsste das gewesen sein Naja Sharkbait Cove Okay Da holen wir dann am Schluss Den Schlüssel ab Und das ist dann wahrscheinlich Mermaid's Hideaway Warten wir schon mal Was heißt wir könnten da Zwei Fliegen an der Klappe schlagen So Okay also wir haben Crook's Mask ist weg Das heißt als nächstes wäre Wanderer's Refuge Als nächstes Dann fahren wir jetzt Zu Wanderer's Refuge Wir Oh 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 doch doch Der Fünfer ist noch da Der ist noch da Der war gerade bei Galleon Graves Ähm Ja ich habe ihn noch gerade Nicht gesehen Ich werde wieder runter Okay Ähm Noch sind wir ein bisschen Unsichtbar Ja dann fahren wir jetzt Einfach mal zu Ähm Wanderer's Refuge Durch Einfach nach Südosten Es kommt hin Südwesten Südwesten Sorry 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 Ich habe gerade Das ist schon ziemlich östlich Und Äh Ich habe Falsch Ausrichten Ja Wer war meint Wir sind wieder genau Gegen den Wind Klassiker Ziehen wir es rüber Der Wind wird schon noch drehen Irgendwann Was wir tun können ist Wenn wir was sehen Wie ein Frack Oder Okay wir werden nicht In den Sturm fahren Wir fahren durch den Sturm Mit den Fässern Gut Das ist ein sehr gutes Argument Ich würde mal westlich versuchen Auszuweichen Ja Mach mal Dann einmal Segel drehen Bitte Ja Ich komme hinterher Hannibal macht vorne Ich habe mich Fässer Vollkommen vergessen Ich habe sowas Immer im Blick So hier Wären wir Also ich habe Ich habe hier Nicht nur den Den Säbel liegen Für den Fall Ich hole ihn mal gerade Das ist Das ist übrigens Das ist mir heute Zum ersten Mal aufgefallen Das ist übrigens Ein wirkliches Also das ist natürlich Ein Plastikreplikat Aber das ist wirklich Ein Kunstsäbel Das heißt Der kann man wirklich Hinstellen Der hat hier so Diese zwei Beinchen Und hier hinten So einen Haken Also Den kannst du aber auch Hinstellen hier Der bleibt theoretisch gesehen Stehen wenn man ihn wo anlehnt Ja der hat hier Dieses Ding Also ist zum Anlehnen gedacht Und hat hier so Einen Totenkopf drin Habe ich in irgendeinem Weiß ich nicht Shop geholt Schon vor geraumer Zeit Wo es um So Kostüme halt Fasching Halloween etc Und Also das ist einmal Dieser Säbel Den ich hier habe Den habe ich auch sonst Nicht mehr dabei Den hole ich nie raus Und Hier natürlich Achtung Ein absolutes Highlight Wo es mich sehr geärgert hat Als er nicht mehr Exklusiv war Habt ihr auch Diese Nachricht gerade Welche Welche Meilenstein Klasse 1 Was Achso Ja habe ich auch gerade Das ist nicht übersetzt Das ist Da fehlt Ne Das ist Da fehlt quasi Das Template Für drüber Beziehungsweise Da fehlt irgendwo Ein Slash Links Links ist ein Schalupe Ja Fahren wir auch ein bisschen Bei der Rechtshänge Im Sturm So Ich zeige es euch jetzt In die Kamera Ich finde die Figur Sehr geil Das war auch ein Grund Warum ich damals Die Loot Gaming Box Bestellt habe Hier drüben Das ist wirklich So ein Skelett Hier Und der steht Auf Gold Goldig Richtig niedlich Ähm Das Ding ist War damals Loot Crate Exklusiv Das sind diese Loot Gaming Boxen Gewesen Wo man nicht wusste Was drin ist Sie haben es immer nur So angeteast Manchmal haben sie aber auch gesagt Das eine ist drin Plus drei andere Artikel Immer irgendwelche Gaming Sachen Nur irgendwann Die waren halt nur Zeit exklusiv Und die Loot Gaming Box War viel teurer Als das was da drin war Wenn ich es einzeln Bei Sea of Thieves Direkt gekauft hätte Weil es hat mich halt geärgert Weil ich dachte nicht Dass es Zeit exklusiv ist Ich dachte Das wäre immer exklusiv Und dann wäre es halt weg Jo Und jetzt habe ich diese Figur Viel zu teuer Weil der Kram Der sonst dabei war War meistens totaler Crap Halten wir hier? Nö Okay Und ähm Da kommt der Schnitter Auf uns zu Das hat Hannibal vorhin gesagt Ist das die Backbord Backbord von uns? Links? Ja Okay Dann ist das nicht Schnitter Ich wusste nicht was Der Schnitter kommt jetzt Wirklich genau auf uns zu Ja Der will es wissen Berat Ja Schon beigesteuert Der will Krieg Flying Blue Jay Von Blue Jay 43 28 Habt ihr Kugeln Habt ihr Bretter Habt ihr Ich hab mein Fernglas in der Hand Beobachte die gerade The Flying Blue Jay Captain Blue Jazz Ich glaub die wollen noch nicht kämpfen Die halten nicht auf uns zu Nicht? Oder? Nee die drehen gerade Glaub schon dass die auf uns zu fahren Ja Also ich mein Problem Wir sind schneller Ach ja? Sagt wer? Ich Jetzt haben die auch Gegenwind Da ist aber ein Wrack Wo die gerade drauf zu fahren Vielleicht wollen die das Wrack plündern No Sind vorbei Ich segel in die andere Richtung Segel in die andere Richtung Die andere Felsen geklutscht Sehr schön Ist der vielleicht alleine? Ich seh niemanden am Deck Hä? Du meinst der hat sich geschossen Oben auf dem Nest? Niemand am Deck hab ich gesehen Vielleicht ist der unter Deck Lockflicken vielleicht Ja Weil er gerannt hat Jetzt dreht da rein So So Wenn wir am Sturm vorbei sind Erstes Fass voraus? Nee Achso Erstes Fass schicken? Ja warte Ich kann wieder vorne runter springen Ja Freut ihr euch auch schon so sehr wie ich? Wir haben hier ungefähr neun Versuche Ach du Scheiße haben wir Fässer Ist so toll wenn da ein Blitz einschlägt Ja deswegen fahr nicht in den Sturm Ist der Kerzen gerade hinter uns? Ja hinterm Abstand Du musst ein bisschen links Also wenn du ihn anguckst Ein bisschen nach links schwimmen Also ja Vorne rechts runter springen Und nach links Ja du kommst gut Noch weiter links 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 Ich glaub diesmal schaff ich's nicht Oh sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Gut aus Geht es Richtung Oder machst du Spackfahrt oder stimmt? Hat er einen Anker geworfen? Ich würde es sehr witzig finden Dass wir jetzt gegen einen Felsen fahren würden Weil wir jetzt halt dahin stacke Fetts wie schaut's aus? Ja Gleich Gleich macht Fässer Habe ich ihn erwischt? Ich glaub der ist ein bisschen hochgesprungen Ich glaub ich hab Bretter gehört Das Problem ist Das letzte Mal war es halt ne Brick Da hab ich viel mehr Rumpf gehabt Wo ich mich auch nur orientieren konnte Ja ich hab gehört Dass ein Sprengfass bei der Schaluppe Alle Löcher macht Egal wo es liegt So ein kleines? Ja Okay Ich glaub der ist da an Ach Echt? Nein Ja wenn er alle Löcher hat Also ich muss ihn Zumindest Moment Also am besten muss ich ihn töten Mit der Aktion Er kann ja nicht reparieren Und geht unter Nee Der schippert weiter Aber der hat ein paar Löcher Das sieht man Der steuert aber bei Ja vielleicht von vorher schon Der hat gesteuert Der lässt uns Oder Nun ja Wir haben noch einige Fässer Er geht unter oder? Steuerbord ist noch eins Nee schade Was Steuerbord ist noch eins Bei der hinten Bei der flachen Insel Ist noch ne Schaluppe Ich glaub da Schippert er jetzt hin Seht ihr das? Nicht bei der Insel Rechts neben uns Sondern dahinter Die flachere Du meinst der wollte Nie zu uns Ja du siehst das nicht Nee aber jetzt hat er Eine gefunden Ich guck jetzt genau Darauf zu Guck mal da Diese Richtung Seht ihr? Der hat ne Lampe an Keine Ahnung Das kann auch sein Kollege sein Ich seh da In Außenpost Mit den ganzen Lampen Okay wir fahren Bisschen bisschen Mehr südlich Kleinen Ticken Mehr Wo sind die anderen Schnitter Da unten ist Stufe 1 Schnitter Jetzt Heute großer Tag Das Schnitter Also Stufe 2 Schnitter Ist weg Stufe 5 Schnitter Ist noch da Jetzt sind die 2 Gesunden Ja fahrt jetzt mal Ja jetzt fahren wir Auf lieber Sideouts Wir sind in ein Event Gefahren Das ist schlecht Wir haben dafür zu viel Fässer War nicht ernst Z Ja Haben wir Gegenwind Warum fragst du Natürlich am Gegenwind 3 Master Rechts Feuer Oder Äh Fitz muss recht Übernehmen Ich gehe gleich Dann Über Hatten sie jemand Gehuckt Weil wir so nah Sind Nein Ich habe die Pfund nicht geändert Ich brauche unten mehr Löcher bitte Ja wir kommen nicht hin Nein Nur alle Kanonen sind hoch Kein Loch Achso Okay Was war das Jetzt können wir wieder Ja Ich bin nochmal Kugeln holen gegangen Ich weiße Insel voraus Doch Perfekt Ich habe zwei Löcher Okay du hast Okay Die untersteheben ist fast voll Ich mache mal halb Mast Ja Ja habe ich auch gerade Mach mal Ich bin fast tot Okay Boah maus die Kanone wieder runter holen Das ist ja 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 Komm schon Ja Aber Die Winterredne müsste schon Wasser fangen können Ich hatte übrigens was sehr schönes gesehen Ein Affenfall Ich komme zurück Ich glaube die sinken Ich kann nicht mehr wirken Ich kann nicht mehr wirken Wir müssen ja erstmal wieder hinfahren Aber wir haben ein Loch Ja Ja Alles gut Ich habe mir das schon Ich mache es schon Okay Ich bin mal gleich noch eins Lügenkressor Ben Nein 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 Ich habe keine Kanonkugeln So eine Kacke Mit der Stufe 1, rechts neben uns, die anderen sind um an der Insel gelandet, also wir haben aktuell im Moment Ruhe. Wenn es sich gleich die Möglichkeit bietet, würde ich dann nochmal versuchen zu verändern, diesmal mit Stroblinte und was zu essen. Ja, nimm dir was zu essen mit, genau. Ich muss auch was essen, jetzt ruhig ist Quatsch. Da kommen sie. Ich hab die gerade angegriffen. Die liegen schon ziemlich tief im Wasser, oder? Ja. Ja, die gehen unter. Würde ich gleich behaupten. Ja. Ach, das war das Ende der Schlacht. Oben sind die zwei Schaluppen, die angelegt haben, ja. Botschafter Stufe 5 erreicht, jetzt sind wir erst rechts sichtbar. Okay, alles ratz. Bisschen rechts? Bisschen Steuerbad? Nö, 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 das passt. Glaub mir. Ne, wegen der Harpune? Ja. Glaubst mir. Achso, okay. Geh noch ein bisschen unter, das zieht sich noch ein bisschen. Können wir noch ein klein bisschen näher ran. Und jetzt fahren wir in den Außenposten an und geben erstmal alles ab. Ja, was soll ich machen? Ich sehe nichts. Mach mal rechts. Mach mal rechts. Ein Asche-Schlüssel. Hast du? Ja. Eine Asche-Truhe. Pädel. Habe ich. Noch ein Schlüssel. Wow. Habe ich. Noch eine Truhe am Truhe. Habe ich. Starb. Ja, Buch 2. Folian 2. Lass euch haben, Leute. Gott, sind das viele Kisten. Ich geh mal in den Ausguck und schau mal ums um. Guck lieber unten auf die Karte. Ah. Ja. Schnitt 1. Sie geht aber sie geht zum anderen Schlüssel. Nicht verzogen. Gott, sind das Kisten. Da sind immer noch drei von diesen oder vier von denen, ja. Guck mal die teuren Sachen. Ich mach mal ein bisschen. Fuck. Hier ist einer ins Wasser gefallen. Jurega, komm her. Helf uns. Herr Bart, das Schütten sind drehend, dass er besser rankommt. Noch eine Truhe. Ich glaube, das war's. Was? Okay, Außenposten suchen. Schnell abgeben. Ähm. Die Aschensachen müssen wir bei Reaper abgeben. Ja, der Reaper, den steuern wir jetzt nicht an. Wir steuern den nächsten Außenposten an. Ja, ja. Der ist, äh. Lassen wir das noch hier oben, oder? Golden Sands. Alles runter. Alles runter. Haben wir mit Wind? Gerade? Ja. Nein. Scheiße. Wir haben gerade. Segel runter. Kommt. Wir müssen fahren. Wind aus Nordosten. Ja doch, das ist ganz gut. Wartet. So, mach mal die ganzen Kisten auf. Die Schlüssel. Hab ich schon. Okay. Wir haben immer noch einen Schlüssel. Und wir haben das Buch bekommen, was ich haben wollte. Also haben wir es jetzt freigeschaltet, oder was? Nein, wir müssen das erst verkaufen, weil ich weiß. Fuck, wir fahren. Der Press durch. Scheiße. Ich seh nix, ne? Ich seh nix, ne? Da hab ich gleich die Insel raus. Wir müssen mir das sagen. Sieht gut aus. Nee, links, links, links. Backbord. Hardbockbord. 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 Darf ich nicht mehr. Ja, alles gut. Ich geh runter. Nee, ich brauch niemanden, der mir vorne sagt, wo ich... Langfahre. Ja, ich geh hoch. Ja, ich geh hoch. Wir sind pressgerammt. Pressgerammt. Oh. Das ging gar nicht. Ich machs Segel hoch. Ja, wir kommen nicht weiter. Sonst kommen wir nicht durch, ne? Hast du dein Segel n bisschen unten? Nee, das geht gar nicht. Wir sind komplett verkeilt. Ah, das geht gar nicht. Wir sind komplett verkeilt. Alles hoch. Meins ist oben. Vorne. Scheiße. Ja, haben wir was, was wir beim Schnitter abgeben müssen hier. Diese Bücher oder was? Wir sind hier Ritualschädel. Ritualschädel und Bücher. Ich glaub, die Bücher muss man mal zu Reaper abgeben. Ist egal. Wir sind noch nicht sicher. Segel runterkommt. Ich will hier weg. Wir sind grad von Reaper. Ja, aber ich will hier weg. Die anderen sind hier in der Nähe. Und wir sind super beladen. Ja, ja. Warum kommen wir immer noch nicht voran? Was soll das denn, Engine? Weil wir Sandbank vor uns haben. Ja, die seh ich natürlich nicht. Alle Ball, die ist da oben. Gucken, wie sie sitzt. Dann räume ich hier weiter auf. Ja. Segel wieder drehen oben. Eins nehm ich. Nee. Ah ne, ach, jetzt seh ich. Ja, ich wusste nicht. Vorne, 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 bitte vorhin. Ja, ja. Ich seh's. Vom hoch und runter rennen, weiß ich nie, wo der Mitkratz steht. Jetzt fällt hier wieder auf. In der Hoffnung, dass der Nachbar in der Pfanne auch. Wo haben wir Händler? Ah, hier in die Ecke. So, da bin ich wieder. Ja, bei dem Grundritten. Achso. Die ist schon voll oder was extra? Ah, nein. Die hab ich nie leer gemacht. Das sind die Aschentrumaten. Achso. Genau, die fallen jetzt nämlich genau den Außenposten an oben drüber. Und dann hätten wir... Ey, war richtig. Bei der richtigen Entscheidung. Okay. Ich favorier mal die ganzen Sportkisten, die wir haben mit Goldsachen. Oh, da ist ein NPC Schiff. Ah, wir fahren weiter. Wir haben zu viel. Wir haben auch zu viel zu machen. Hä? Wir sind doch gerade an Reapers Hideout vorbeigefahren. Aber sowas vorne. Hä? Wir sind gerade bei Fools Lagoon. Und der sagt uns zu Reapers Hideout. Da müssen noch ein paar Hotfixes ran. Ich muss ja Gründe gehabt haben, dass sie das Update verschoben haben. Insel voraus. Kleine Insel voraus. Wir müssten noch vorbeifahren. Hab ein bisschen eingelenkt. Ja. Reicht. Ganz gerade lenken. Mhm. Kannst du jetzt dahin lenken, wo du gerne wieder hin möchtest. Und schon wieder? Ja. Ich guck mal gerade, wo. HL. Ja. Da fehlt irgendwo ein Slash in der Programmierung. Also im Text. Rechts ist ein versunkenes Schiff. Haben wir jetzt keine Zeit für. Müssen wir heute Wracks wirklich liegen lassen. Wir geben jetzt das ab, was wir haben. Danach machen wir noch die Rätsel und die eine Insel. Und noch die Kammer. Und dann Schluss für heute. Ach, ha je. Ja, ja. Das ist noch genug. Mhm. Und ungern ich einen Wrack auch liegen lasse. Ihr wisst, wie gern ich tauche. Aber wir geben alles bei dem neuen ab jetzt. Bei dem neuen Postel. Da haben wir falsch. Das heißt, wir können schon mal alles hochtragen. Vorne ans Eck. Äh, die Transportkisten hab ich alle mit, äh, zwei Spielbeutel gefiltert gerade. Ich war, wir geben sowieso alles bei einem ab. Ja. Bei dem neuen da? Ja. Ja. Der hat doch eine Harpune irgendwie Funktion. Zwei Stück. Harpunfunktion, ne? Zwei Stück. Zwei? Ja. Aber es reicht, aber das ist eher was für vier Leute. Hannibal und ich, äh, schleppen jetzt erstmal alles aufs Reck. Ähm, schleppen jetzt erstmal aufs Reck. Dann setzen Hannibal und ich weiter an die Harpune und, äh... Ne, einer an die Harpune reicht, weil einer muss ja abnehmen. Okay. So, und, und, und dann macht ihr alles erstmal auf die Plattform. Ihr müsst innen drin hochkrabbeln am Mast. Mhm. Bei dem Verein. Hier, äh, Fitz, guck du bitte nach, äh, der Insel. Nicht, dass wir gleich, äh, wieder Land knutschen. Genau. Lass sie ja was machen? Dass wir Land knutschen. Wir sind Piraten. Keine Landratten. Wir werden da merken. Wir haben da beim Schiff, äh, zwei Schlüsse bekommen. Und drei Schlüsse. Da ist Hegel hoch, kann das sein? Bin schon dabei, bin schon dabei. Okay, da ist schon oben. Anker, Anker, wenn ihr könnt, Anker. Das wird doch eine super Landung hier. Uh, mir wird schlecht. Ihr müsst es ja, ihr müsst es ja nur harponieren können. Von da. Geht, geht schon mal rüber. Geht rüber. Geht rüber. Ja, ich tack alles hoch. Hm. Die Herrscher. Oh, die Herrscher. Nur bisschen. Bitte mich nicht hooken. Und sonst meckere ich. Ich habe eine Reaper-Flagel gefunden. Womit. Ich muss es aber runterwerfen, kann das sein. Nein, nein, nein. Ich kann sie hier drauf, kannst du uns stellen. Ah, da drauf. Dann können wir runterfahren. Okay. Reaper-Flagel brauchen wir nicht. Die müssen wir gleich zurückbringen. Ja, dann warte, warte. Sonst finde ich die gleich nicht mehr. Schatztruhen einfach aufmachen und die Sache rausnehmen. Die hier. Ja, ich schmeiß erst mal alles hier drauf. Hätte ich auch gesagt. Warte. Oh Mann. Die packt hier doof. Na komm. Oh Gott, ist das viel. Aber wenn du die Trampe runter gehst, direkt links, in der Ecke liegen auch noch Sachen. Ich habe es gerade gesehen. Da lagen zwei Munitionskisten auch. Ja, ich habe jetzt erst mal. So, das sind die Reaper-Sachen. Ich weiß nicht, ob die auch die Reaper-Sachen nehmen. Glaube nicht. Hier, du guckst ein bisschen nach Schiffen. Ich sehe gerade nicht. Du hast noch ein bisschen Aussicht, so. Also, von dem was ich sehe, sehe ich kein Schiff. Okay. Jetzt kriege ich die Schädel nicht länger hochgeschleppt. Zu viele. Das ist auch noch etwas Kleines gewesen. Ja, aber du standest da gerade davor. Ja, alles gut. Da ist nichts mehr. Da liegt nichts mehr. Ne, ihr müsst, wenn muss einer herkommen, wir helfen. Es sind zu viele Schädel. Wann mal gehst du noch rüber? Ja. Da sind gerade zu viele Schädel noch. Ich nehme einen weg und es wird trotzdem nicht weniger bei den Schädeln. Ich nehme einen weg und es wird trotzdem nicht weniger bei den Schädeln. Das ist schon krank. Ich nehme wirklich einen weg und es verändert sich. Ich spüre jetzt. Es hat sich etwas verändert. Okay. Okay. Wir nehmen trotzdem mal einen Schädel mit. Von den anderen. Um zu gucken, ob die die auch nehmen. Testen. Genau. Wenn ja, holen wir den Rest noch. Aber diesen Krug können wir übrigens nehmen. Diesen feurigen Krug da. Echt? Ja. Der geht schon abzugeben. Der ist ja Gold-Sammler eigentlich. So. Wartet. Fuckt mich mit. Warte. Ich habe mich nicht gedreht. Danke. So. Alles drauf. Leg mal den Hebel um. Bitte. Ich konnte den Kack gerade auch verkaufen. Okay. Also es muss nicht nur der Captain machen. Willkommen in meiner bescheidenen Schule. Bonjour. Oh, ist das geil. Na? Und jetzt kriegen wir halt ganz viel Belobigung. Das ist die Frage. Für wen gilt der Saphir jetzt? Wir werden es nie erfahren. Und wie die Kohle hoch geht. Die will den Schädel nicht. Doch. Ich stand nur falsch. Na? Wir haben gleich alles abgegeben, ne? Es geht so schnell. Ah, die Schädel noch. Das ist die beste, was sie einbauen konnten. Das Beste. Ich hätte mir gewünscht. Ich wünschte man einfach... Lass die Kiste auch verkaufen hier. Willst du nicht mitnehmen? Wir müssen doch noch Sachen wo. Ich hab... Ich hab eine verkauft. Auch hier die äh... 2-Stern-Schritt-Frage sehe ich gerade. Pips, warum hat sich eine... an der Beine Kuhn mitgenommen? Oder was? Warum hast du was? Warum hat sich eine der Beine Kuhn mitgenommen? Ich hab immer nicht verstanden. Lass mich jetzt hier mit der... Mit der... Mit der Schnitter... Ja, ich leg jetzt gerade die Bücher hier hin. Wenn dir das... Wir auch abgeben können, dann legen. Einmal hat erhoben, bitte Hannibal. Willst du dir jetzt versuchen abzugeben? Ja, geht doch, hast du gesagt. Ich hab mal falsch die da abgegeben. Dann hock doch mal ein Buch und geh mit dem Buch einmal runter. Und weißt es. Ich lass dich gut runter, Hannibal. Ja. Da ist noch eine Kiste, ne? Ja. Nehm doch mal ein Buch und probier das aus. Ja. Die Flagge geht nicht. Probier das Buch. Und? Der ist da runter gegangen. Ja. Das Buch geht. Okay. Dann können wir nur nicht die Fragen verkaufen. Die Flagge geht nicht. Dann lassen wir die da. Oder wir nehmen sie mit. Falls wir irgendwann mal hinkommen sollen. Was kommt denn der jetzt her? Wo hab ich da extra hochgelegt? Ah, der war wahrscheinlich versteckt. Achso, hier. Ach, die nimmt doch jetzt ja alles, ne? Ja, hock. Ja. Ach so scheiße. Deswegen lege ich doch alles da hoch. Was mit mir? Danke. Ich habe versucht. Ja, alles gut. Okay, wir haben, glaube ich, alles. Äh, zieht gerade den Sturm über uns auf. Die Fässer brauchen wir noch. Oh nein, die Fässer. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Einmal springen. Und weg. Jetzt wirf alles runter. Einfach an den Fässern. Ich versuche es. Einfach runterwerfen. Äh, versucht, dass man die Hooken kann. Ich denke. Gut, probiere ich. Das wäre jetzt übrigens sehr ungut, wenn man die hier nicht abgeben kann. Bei der. Denke schon. Ich gebe mich doch nicht mit solchen schon fertigen Sachen ab. Ich glaube, ich habe... Nein, komm, komm, komm. Komm, Hero. Habt ihr alle Fässer schon vor? Nein. Die sind hier runtergefallen. Okay. Ja, ich kann die hupen. Alter. Schnell bevor der Blitz einschlägt. Schnell. Schnell. Liegen darauf welche Fässer? Eins habe ich gerade noch. Hinter dem großen Mast, oder? Warte mal. Haben wir jetzt alles? Ich krabbel nochmal hoch, wenn es halt so dunkel ist. Nicht, dass irgendwo auf dem Mast irgendwo zwischen eins hängen geblieben ist, aber... Ich glaube, es ist auch auf halber Höhe. Moment, was ist das denn? Wäre die doch nicht. Die brauchen wir nicht mehr, doch. So. Ich dachte, wir machen noch ein Grab. Achja. Stimmt. Dann brauchen wir die noch. Okay. Alles abgegeben. Schnitter sehe ich... Gar keine mehr. Aktuell. Der Map sieht leer aus. Sind wirklich alle weg? Vielleicht haben die aufgehört. Vielleicht war das so eine Bündnisvereinigung. Und dann sind die weg. Okay. So. Weiter. Anker. Boah, die Fässer. Wenn da der Witz eingeschlagen wäre. Das hätte... Das hat Böse geendet. Was? Wie bitte? Achso. Ja. Vielen Dank. Ähm. Kommt ihr kurz ohne mich packen? Oh. Ich... beeil mich. Verkauf uns jetzt an die Stufe. Machen wir das Segel vorne mit runter. Schnell lassen. Oh. Ich mach uns hin unten. Ne, ne. Genau. In die richtige Richtung drehen. Die Insel vor uns ist. Müsste es dann eigentlich gleich sein. Weiter rechts einschlagen. Jetzt müssen die gleich vor uns sein. Diese große, ne? Mit den vielen kleinen Ringen. Genau. Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. Achso. Anker, 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 Anker! Ich habe durch den Sturm nicht gesehen, dass wir schon so nah sind. Oh mein Gott, war das knapp. Regel erstmal hoch. Erstmal Anker unten erstmal, wieder Sturm und so. Ich bin grad deprimiert. Ich habe gesehen, wir haben nicht Fuliant der Füsche 2 gehabt, sondern Fuliant der Füsche 3. Und weiter? Ich brauchte aber den zweiten für die Jacke, den ich habe. Und? Hast du es jetzt nicht? Kann ich jetzt nicht kaufen. Nein. Wir hatten den dritten Teil und nicht den zweiten Teil. Achso. Wir müssen glaube ich ein Loch haben irgendwo. Ja, hab ich ja referiert. Okay. So, wir gucken mal wo wir stehen. Sehen wir ja ganz gut gerade. Oh, wir müssen sogar relativ sogar da sein, wo wir hin müssen. Ach. Oh, Moment. Falsch. Ah, fast. Fast. Bisschen, bisschen tiefer, aber an unserem Arsch. Ich spring grad runter und hol's. Ja, Meilenstein, klasse. Irgendwas. Da hat irgendeiner irgendwo einen Slash vergessen. Oder ne Klammer. Er ist vorbei, du. Hm. Irgendwo hier. Doch, tiefer. Ja, hier. Achso, musst du sicher. Ja, bin da. Oder auch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh, die werden noch was droppen hier. Finde ich gut. Leute, Leute, ich sag euch. Das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Ah. Ja, hucken wird schwer. Irgendwo muss noch einer sein. Hier ist noch eine Kiste. Oh, Liefernotiz. Machen wir eh nicht. Ich lass es stehen. Für wen ist es denn? Lander aus Post. Naja, machen wir eh nicht. Wirftes Wasser. Willst du aber anders machen? Klingt das nach einem Hero-Problem. I don't think so. Na gut, ist im Wasser. Ich wurde da vom Blitz getroffen. Ist im Wasser, da wird es untergehen. Ich bin froh, dass du nichts in der Hand hattest, dass du was explodieren kannst. Wie zum Beispiel eine Antenne oder ein Sprengfahrt. Oder ein Sprengfahrt generell schon, ja. Zum Beispiel. Freaks Island ist der Schuss. Eigentlich müssen es drei Sachen sein, aber ich habe nur zwei gefunden. Schade. Hey, der Schuss ist doch hinten dran. Jaja. Ist vom Wald so wie die, wie sagt man, Nummernschild. Und da vorne gleich runter springen. Da vorne ist glaube ich keins. so recent was schon gesagt ja wo war noch mal krisen da oben da oben ja ja da ist da ist der ist die kammer da unten drin dazwischen kann auf der rückseite parken easy okay fahre erst so discovery witch dann zu blunder dann zu zack genau wir machen so zack 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 typisch erst aufmachen wenn die habe ich fast gemacht gesagt kann über die meint euch beide da fahne weil es noch stumm geschaltet hat sich ja erst kauf stumm stumm Und hinter das Segel auch noch wieder drehen Moment So Und ich muss mal Ich muss das Fenster aufkippen Jalousien Schau Ich bin tot Boah Der Blitzentorel Kennt man aber ich bin auch verstorben Geht das so von Ja passt Ich denke wir sind wiedergeblieben War das der Blitz oder was? Ja ja Ich bin auch gestorben wir fahren wieder völlig falsch wir fahren wieder in den sturm rein ja wir müssen die komplett andere richtung ja ich bin ja auch einmal rausgeflogen heute also ja dann ist war dein client das irgendwie nicht gerafft was wir gerade machen hannibal lass mich mal hin du fährst in die falsche richtung hannibal ich glaube du bist bei des mit immer noch haupt schon es zieht einen jedes mal in den sturm nämlich wieder rein das ist ja das fiese im sturm also alleine mit einem sturm gerät macht es keinen spaß schickt der blitz ein ich habe ein loch gekriegt wir knallen gleich gegen den felsen ich kann nix machen ich kann wirklich nix machen ich denke die eine richtung dann oder reicht es aber hat gerade sogar reicht endlich ja auch wo ich noch escape drücken wo ist denn ins medien entschuldigt dass es so lange gedauert hat weiß eigentlich auch wieder mit dem sagt er das noch haupt schon bist ja ich weiß ich wollte auch bleiben es wirkt auf mich eher so als hättest du jetzt wieder da ist ja nein ich versuche ja weil das dort noch gedauert hat da ich schon kommen helfe ich wenigstens taub sturm euch noch ein bisschen hier aber das ist ja nicht wenn du im sturm bist und vom sturm wieder in den sturm gezogen wirst das fiese fängt der jetzt wieder an zu rauchen er hat doch gerade eben schon eine geraucht dann habe ich das fenster zugemacht oh gott ich kotze ey der will doch dass ich ihn hasse der macht das doch beabsichtigt es kann nicht sein dass ich zu machen sobald ich es aufmacht geht er wieder raus hier was los mit dir du hast mir wirklich überall geschrieben nicht nicht kreuzer falsch in einem leben mehr wo es hat er denn gott sei dank sämtliche whatsapp-kunden zugespendt hat die taube losgeschickt ich habe die taube losgeschickt ich habe die fax geschickt ich habe mir einen brief geschickt ein fax dauert noch wir haben wirklich noch kunden die kommen mein fax geht nicht so tut mir leid da wo wir sind können wir nicht fax wo sind sie denn im jahre 20 22 er ist doch wahr fax ist einfach einfach tot seht es ein das sind hauptsächlich alte menschen 1 2 3 4 5 6 7 8 hoch damit hoch vorne mit dem segel acht stück heieiei das heftig ja das ist hier das ist hier nicht ach so sind wir falsch das ist rätsel Nummer 2 genau das segel sind oben ok nein hinten war noch alles jetzt ist oben auf einmal an Land ah scheiße ich wollte nicht an Land hüpfen ein Schatz aus dem Blumen gibt halt da noch das gab es auch wieder ein zweisatz Rätsel oder drei oder keine Ahnung also jetzt sieht es nach zwei aus nach zwei an der Retterin der Meerjungfrau oben auf der Insel musste die Schaufel schinden um sieben Schritte immer dieses schinden und finden schinden klingt für mich eher so ja schenden genau also etwas damit tun was man nicht tun sollte ach so man kann sich ja gar nicht Moment wie duke ich mich geht ja gar nicht ah hier ja weiter ich kämpfe gegen Drachen ich höre keine Kugeln vor allem bei der Meerjungfrau oben ja wo oben es gibt hier nicht das es gibt hier nicht das eine oben du Abstauber du trinkiger Abstauber ich nicht nicht sie sind wir nicht wirklich nein der kann sich durch den Boden buddeln und verfolgt mich jetzt die ganze Zeit ach come on der Dicke geht mir nicht auf den Sack seo fies ey da ich hab's ja der ist immer genau da wo ich grad bin ist klar oh wir haben Fountain 5D geschafft bei mir ich will doch nur meine Ruhe haben ey ah verreckt du Sack ich hab Werbung fetzig kann dir nicht zuschauen ja du musst abonnieren ist klar viel mehr kann ich dazu nicht sagen die Türchen macht halt Werbung ich kann es nicht ändern ähm sieben Schritte gehen Norden Norden oder Nordosten Mann das ist ein Witz hier kommt jetzt nicht noch einer Mann was soll das oh Gott nervt das ey die Entwickler die hier programmiert haben wie oft diese Deppen hier spawnen die mich einfach beim ganz normalen Spielen nerven sind die gleichen die bei Hans Showdowns Event gemacht haben haben gewechselt wie gesagt wo können wir die Leute jetzt noch nerven so seid ihr noch da ihr seid so ruhig Mann alle bei abonnieren im 14. Monat danke dir schon gibt es keine Werbung mehr ich auf so einen Monat auf so einen Grund durfte ich ihn grad nicht beschenken sonst hätte ich das getan ich war ja grad dabei war das zu machen ja deswegen mal die beide ruhig ja Hero hör auf damit was oh mein Gott in 23 Tagen habe ich eineinhalb Jahre äh abonniert warum er ist so spät das ist die Frage die sie stellt ne alles gut danke ich freue mich ja ganz simpel weil ich erst letztes Jahr im Januar angefangen habe zu gucken generell oder oder bei mir bei dir ja gut ich dachte aber du hast ja von Tram woanders zugesehen bei Twitch er schießt ja von Huygens bin ich hier auch gekreutzt einmal vom Among Us als du dabei warst ja 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 warte mal wir lassen dich jetzt übrigens zurück adieu aber warum nur für den Kick für den Augenblick warum nicht ich zeig dir den Kick nur für ein Stück voll dem falschen Glück hoffe ich mal warum schnitt dir ein Fass hau den Segel hin ja wir haben ein Fass oben wenn der Sturm kommt schmeißen wir es bitte ins Wasser vorher ja ist okay einverstanden weiß nämlich grad nicht wo der Sturm ist aber ich befürchte er wird uns noch ein bisschen verfolgen äh North Osten große Insel weiß weiß da ist auch der Sturm übrigens nur so am Rande den Rahmen den ich übrigens habe der ist von Sea of Thieves direkt es gab da mal ein bisschen was zum runterladen schon ein bisschen her sie haben auch neue Rahmen jetzt veröffentlicht aber die waren jetzt zu Comic like also noch mehr als als jetzt eh schon und äh dann hab ich in der Mittagspause wo ich daheim war hab ich schnell den Rahmen eingebaut zwar eh schon so warm Gaming-PC und Streaming-PC schnell angeschmissen dann den Rahmen rüber gezogen die Kamera schnell eingebunden das ganze gespiegelt und dann dann wieder zurück auf die Arbeit kurz was gefuttert mir fällt dann was ein hast du eine Ansage gemacht und eine Ausnahme gestartet ja natürlich okay wie läuft es war 3 Stunden und 4 gut ich hab war nicht sicher ob du gestartet hast bevor wir da waren achso ja ne ne ich wollte ja alles aufnehmen wie das ist mit dem Schiff und so das wär jetzt nämlich sehr ungünstig gewesen naja ich kann immer noch die etwas schlechter auflösende YouTube äh Twitch Aufnahme bei Twitch runterladen und kann die dann mit dem Renderingprogramm hoch skalieren hab ich ja auch schon mal machen müssen wo der wo die Aufnahme gecrasht ist dann ist halt eine Aufnahme halt mit schlechterer mit wesentlich schlechterer Quali weil ich lade das ja hoch skaliert ja ich lade ja hoch skaliert nen 2k hoch und dann kriegst du den besseren YouTube äh das ist seitdem ich das in 2k mache fast weg also gerade auch bei so Handschaudern oder so da ist dann wesentlich angenehmer zuzusehen oder nachzuschauen besser gesagt da ist übrigens eine eine Galleone aber das ist eine Spieler Galleone da ist übrigens eine eine Galleone aber das ist eine Spieler Galleone wo ist es da geradeaus geradeaus müsste ein Spieler sein oder ne ist zu bunt ist zu bunt ist zu bunt ich hab nur die Lichter nicht geschalt gesehen ja hier könnt ihr noch eine äh ein Beiboot leermachen aber eine Schaluppe Schaluppe weiter links davon ok hier ist noch ein Beiboot was wir mit der Lagerkiste leer machen können auf 10 Uhr ja wo sind wir denn gelandet unten am Strand direkt wartet mal dann müsste hier eigentlich was zu buddeln sein wo sind wir südwestlich südwestlich an dem Strand auf der linken unteren Seite ok ich dachte wir wären genau in der Mitte von der Insel mit dem Schiff gefahren hä ich wollt grad sagen hier sind doch irgendwo Skelette wo sind die dann ahhh sieh ein Fass ich hör ein Fass was wo hinter uns ich lauf einfach ich weiß nur nicht wohin ich hab keine Muni mehr doch ich hab Muni ja du Schweine ich knall ihn ab warte ich knall ihn ab ahhh ja mach doch ja der ist tot aber der hat gezündet soll ich ihn da machen ja kann ich hingehen und rechts klick drücken ne aber einfach erschießen vergiss es der war ja schon weg das wär auch witzig oder er machts an und du gehst hin und du hast sie wieder aus und du hast sie wieder aus ok der andere ist hier oben ist kaputt so moment wir waren jetzt moment oh echt jetzt auf der Seele das ist ein Explosionsfass kümmer dich mal drüber danke habe ich ja aua eins schießt noch wer denn ich den da habe ich beschieße dich reicht mal was zu fressen wo sind hier die Kisten ja ich hätte gerne was zu essen ich habe extra nichts mitgenommen weil hier mal alles volle ist aber hier ist nichts ich gehe schon mal zu der nächsten Kiste ja probiere es auf jeden Fall so äh Südwesten haben wir gesagt äh ok dann das nächste mal wenn es Sand gibt jedes Mal bei jeder Kiste die da ausbudden spawnen halt gleich das ist super nervig ja ja wenn es über jeder zweiten und der dritten wäre würde er auch reichen aber der gegrüttere ich mich gleich erst voll jesus christus ich schieße jetzt ich habe dreimal in die Menge geschossen jedes Mal verfehlt was bist du denn für ein Bodyguard ich habe komplett verfehlt ich habe alles verfehlt das einzige was ich getroffen habe ist Hits ja das ist ja tolle Unterstützung hier ja bei so bei so Mitspielern braucht man keine Gegner ne ich äh ach es kommen gerade Geister die habe ich schon vermisst ich habe ja nur eben gerade Skelettete gekillt aha den habe ich getroffen mach ich mir fresse so hab ich Essen dabei nein huck mich auch mal bitte äh äh Klitz du hast gold äh äh ja ist es dunkel sieht man nicht alles sieht man das glitzern da von wo du ja wenn du weiter weg bist siehst du das glitzern klar wenn du so nah bist dann ist ja da hinten hier beim äh 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 vor allem sehe ich hier gar nichts ich weiß gar nicht wo ich bin in der Nacht in der Nacht ist das sau schwer ähm ne das ist sau dunkel ich muss eigentlich da rum ob er hier ist freier Fall ah nee chill ah nee chill mal essen will hier geht es nur runter so äh wo bist du hingegangen ich bin wieder zurück aah da kommt wieder welche ganz viele ich brauche Bananen drei stück ich habe gleich jetzt hinter dir ist noch ein Skelett mit dem Streffer ist mir egal ich bin jetzt weg respektiere ich die andere Seite der Insel so hier ist nämlich irgendwo ein Schatz und zwar vor dem Wrack so Nordosten äh zwei stück was ist los ach zwei stück sind doch nur zwei schnapp sie dir schnapp sie dir Tiger das ist ein Punkt ja zwei du hast keinen Magen du Skelett wie kannst du eine Banane essen und deine Zähne sind auch nicht mehr die besten nein du bist du bist jetzt rechts rum gelaufen nein ich bin einmal quer durch du bist quer durch äh quer fährt an okay letztendlich musste ich eigentlich ganz nah ich war zu nah oben ganz nah oben mein Gott Rare spielt doch bitte euer eigenes Spiel ohne Scheiß die müssen alle Entwickler müssen mal gezwungen werden das Spiel 5 Stunden am Stück zu spielen dann würden die merken dass die Scheiße viel zu oft sport mit diesen Skeletten und äh und diesen Fässern das wäre doch mal was so so Tagesausflug statt dass man wirklich einen Ausflug macht oder ein Grillfest hey heute spielen wir alle mal 5 Stunden unser Spiel und ihr werdet dafür bezahlt und dann merken die hm Scheiße was wir programmiert haben ist dumm weil sonst merken sie es nicht und dann gibt es Pizzen aber das ist keine gute Idee da gibt es das allgemeine äh was das allgemeine äh hä ja wenn die alle 5 Stunden das Spiel spielen müssen dann ist das auch äh äh ja da merken sie aber was die Kacke läuft da müssen sie ja was programmiert haben ja da müssen sie da müssen sie weil das Problem ist wenn du die Dinge ins Forum schreibst das wird nicht gelesen das wird nicht kommentiert das wird auch nicht gemonitored das ist das das Forum ist ein äh das offizielle C-Office Forum ist ein luftleerer Raum da helfen sich vielleicht nur noch 2-3 andere untereinander aber kein Entwickler guckt da rein und liest das als ich nämlich geschrieben habe dass bei mir das Spiel dauernd abschmiert also ich hab's dir detailliert erklärt seitdem ich abgedatet habe von Windows 10 auf Windows 11 geht hier nix mehr das und das ist wohl die Fehlerquelle das hat kein gejuckt unbeantwortet ein paar andere Spiele haben geschrieben ja hast du schon das probiert hast du schon jenes probiert geschrieben ja natürlich ich hab mal Windows neu installiert und dann ging's oh ein Geist aber das ist es halt ja ich weiß ein Geist ich hab ihn schon gehört oh 2 sogar 3 sogar das meine ich halt es macht einfach keinen Spaß du willst nur gemütlich hier so ein bisschen was abbauen und du wirst dauernd unterbrochen und zwar super nervig und wenn du halt auch noch dauernd stirbst durch diese Fässer bist du noch aufs maximalste genervt was da war doch keine oh mehr so ich bin jetzt auf diesem obersten Teil genau da ist sag mal so das ist jetzt die nervigste Insel die wir noch vor uns haben danach ist der Rest relativ easy da ist der Norden ich seh mal der nächsten Mermaid Hideaway ist ein Schiff naja bis das da ist also bis wir da sind ist vielleicht weg es ist ein Schiff mit der PvP-Flagge mal die die man mal sieht deswegen seh ich gut aber vielleicht wissen sie es auch nicht besser also das ist echt gerade neue Spieler oh cool die Flagge kommen wir sind Piraten wir waren die Piraten Flagge drauf weißt du also das wissen nicht unbedingt alle was man dann geflaggt ist ist zwar logisch aber ich glaube wir bekommen halt ein neues Gebiet meinst du ja warum wie kommst du auf die Idee da steht das Golden Shore jetzt wo oben rechts auf der Karte dann doch schon immer oder echt glaube ich schon also ich hab's ja wer wer mal wissen will spekulationsmäßig wie es hier weitergehen könnte bei mir auf dem Discord gibt es diesen Sea of Thieves Channel den man sich freischalten kann den man auf ein Emote äh auf ein Ding per Emote reagiert auf einen Chat Teil und da ist eine Karte drin die ich gepostet habe aus dem Reddit wo einer schon mal aufgelistet hat was noch so Schiff hinter uns Schiff hinter uns Zurück an Bord ich komm ja ich komm also ich sehe sie nur die sehe aber nur in unsere Richtung die sind ziemlich nah ja die kommt zu uns Wann übernimmst du sie äh ja 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 ich hab die Holzuse an Bord äh gefunden lass sie liegen ja lass sie einfach liegen ja lass sie einfach liegen jetzt wird mein Loch ich weiß ich weiß hab wir nicht ein Fass dabei haben wir nicht ein Fass dabei eins haben wir eins ja eins gegen den Wind sind viel schneller als die oder ich will nicht gegen den Wind fahren um die Insel an aber gegen den Wind sind wir doch fahren wir doch schneller als die wir sind wesentlich wendiger das müssen wir ausnutzen wenn die keine eingespielte Crew sind geh mal vorne ans Segel bitte ich will nicht kämpfen ich will einfach davon fahren aber so dass die viel zu blöd sind wenn wir zu dritt gut agieren dann sind wir wesentlich wendiger und schneller als die weil dieses riesen Schiff zu drehen wenn die mal eine volle Breitseite und uns abgeben mit drei Kanonen dann haben wir ein Problem aber so weit lassen wir es gar nicht jetzt kommen Segel vorne runter ja ich bin an Bord wir kommen zurück ich fühle das sehr sehr witzig wenn wir uns einfach hier auf den See auf dieser Seite können wir den See jetzt einfach anhalten gut wenn die jetzt halt rumgedreht haben mit einem Anker die kommen gleich vor uns raus kann durchaus passieren aber achso die sind sehen wir gar nicht hinter der Insel wo sieht die denn genau wir waren zu gut 100, 200 Meter hinter uns kann natürlich auch sein dass die zufällig an uns vorbeigefahren sind kann aber auch sein dass die PvP machen wollten so Segel wieder hoch Segel wieder hoch kommt komplett hoch? ja hinten habe ich noch ein bisschen so Segel wieder rumschlagen in die andere Richtung komplett ja die sind da recht von oben sind die also auch rumgedreht ja ja die wollen PvP also Vollgas ja die schießen schon ja aber die sind dumm die treffen doch nichts ja ja wie doof keine Ahnung ok ja die haben die PvP Flagge drauf oder was? ich weiß nicht ob die sind hab ich nicht geguckt nein nicht noch weiter nach rechts sonst haben wir Gegenwind ähm es gibt jetzt wieder eine Stufe 5 Schnüßer und das sind die? nein nein die sind auf der anderen Seite der Karte die hatten gar nichts zu erkennen so haben wir ein bisschen was dabei kleines bisschen ach die wollen echt mit ja das nervt jetzt aber das zieht das alles unnötig in die Länge so weit du bist ja frustriert aufhören weil es uns zu spät wird mhm das ist halt das Ding ähm ja wir können das mit ich kann das mit dem Fass wieder machen ich kann das mit dem Fass wieder machen ja ich kann das mit dem Fass wieder machen äh wir müssen mal gucken die Karte ist irgendwann zu Ende ja ne warte 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 ich glaub die mhm mhm meint das nicht dass die keinen Bock haben guck mal wie weit die schon weg sind und steuern gar nicht auf uns zu ok die habe die Tests komplett verstellt ja die haben keine Ahnung das sind Noobs ich nehme das Fass du musst 3 Stunden schwimmen was weißt du ja Ich würde es erst noch ein bisschen testen. Weil vielleicht sehen die es ein und verpissen sich wirklich. Mal gucken, wie weit die sind. Ich mach es doch. Ich komme keinen Zentimeter näher. Ich mach es trotzdem. Filz spart ihr doch das Fass. Für wirklich, wenn es brenzlig sein könnte oder sonst irgendetwas. Aber die kommen doch hinterher, die fahren uns doch hinterher. Nee, eben nicht. Guck doch, die sind doch, fahren uns hinterher. Guck doch mal. Und die Augen auf. Ich bringe da jetzt rein. Viel Spaß. Dauert halt zwar, weil das ja die hellsten sind. Aber ich will die jetzt schaden. Die haben jemanden auf die Insel geschossen. Würde ich mal behaupten. Die kleine daneben. Ja, die kommen. Press jetzt auf mich zu. Press kommen die auf mich zu. Vielleicht wollt ihr schon mal einlegen, um sie zu bombardieren. Nö, oder? Warum nicht? Ja, wenn die gleich mit dem Fass betroffen sind. Ja, da kommt Steuer bei. Macht mal die Segel nur halb. Mach mal hinten komplett hoch. Nö, ja. Und, äh, damit wir schneller drehen. Jetzt mach vorne halb. Ja. Dann mach ich gleich hinten halb, wenn wir durchgedreht haben. Jetzt, du musst deutlich weiter nach links, ne? Nach links? Ja. Oh ja, die haben eingelenkt. Ja. Wir fahren Lenk rechts von denen vorbei. Ja. Hero. Dann steuern die noch ein bisschen auf den auf den Dings zu. Bin ich richtig? Ja. Auf den Fitz. Weiter. Weiter, weiter. Weiter links, weiter links Fitz. Und dann fahren die jetzt in mir vorbei. Nö. Da will ich aufgeben. Wir werden jetzt noch mal an dir vorbeifahren. Naja, die fahren in mir vorbei. Ja, wir werden dann auch an dir vorbeifahren. Und dann steuern die bei. Einmal gibt ihr ein paar Distanzschüsse. Ich hab nix. Doch, hab ich. Doch, hab ich. Um die halt abzulenken. Geh runter. Geh die Macht. Geh löschen. Hat sich einer geschossen? Ne, die fahren in Pressermir vorbei. Mist. Ja, bis dahin liegt, heißt es zu groß. Hm. Ich drehe hier noch mal unter den Außenposten. Wo ist der Fitz? Da. Die haben auch nicht ewig Kugeln, by the way, ne? Achso, um der Außenposten, dass er zu mir kommt, ne? Ja. Meine Idee. Da schwimmt einer auf mich zu. Hat er einen Fass in den Fingern? Natürlich hab ich einen Fass in den Fingern. Nein, nein, hat er einen Fass in den Fingern. Nein, nein, nein. Der hat sich geschossen. Ich glaub, der hat jetzt die Meldung, der hat seine Meldung vorgenommen. Ja, ja. Ich würde, hätte es sehr, sehr witzig gefunden, hätte der einen Fass in den Fingern gehabt. Wir können auch den Fass einsammeln. Ja. Sollen wir dich einsammeln? Können wir auch machen. Dann kann ich es vielleicht nochmal irgendwann versuchen, aber... Hm. Haben die getroffen einmal oder so? Ja. Ja. Schlimm? Nö. Weil eine normale Fung gegen den Mast und eine Follfuhl auf decken. Ja gut, aber... Problem ist halt, wenn ich jetzt halt mit dem Fass komme und die treffen das. Hm. Wir kommen von der anderen Seite. Hier, links von ihm. Links von ihm. Ja, alles gut, alles gut. Bleibt so, bleibt so, bleibt so, bleibt so, bleibt so. Die können euch nicht treffen. Ich steig gleich auf, ich steig gleich auf. Ich hab's verpasst. Hab ich gemerkt. Aber nicht schlimm. Die kommen auf dich zu. Ich seh's gerade. Du musst weiter rechts, 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 rechts. Wie weiter, wieder weiter. Fahr jetzt geradeaus, fahr einfach geradeaus. Das ist schon besser. Jawohl, jawohl, jawohl. Das sieht gut aus. Fahr geradeaus. Das sieht gut aus. Ja. Fahr' geradeaus. Start zu dir. Ja, mein großes Schiff. Musst du treffen. Mit vielen Löchern. Fahr lieber hinter das Segel hoch. Juhu. Okay, Feuer frei. Feuer frei. Ich bin das am Einschlagen. Ja, sicher, dass sich das auch lohnt? Ja, die haben unten alle. Die müssen jetzt unten Löcher schnopfen. Die waren alles voll. Ich war genau in der Mitte vom Rumpf. Vollgas? Wo sind die denn? Ich seh die nicht. Ach da. Ich lass halbmaß. Ja. Können wir was treffen, oder? Sind wir zu weit? Noch nicht. Ach, ist schlecht. Da haben die bis dahin repariert. Ach, fuck, Bord. Jetzt gleich können wir schießen. Oh, fuck, da sind sie ja. Ich hab gesagt, jetzt gleich können wir schießen. Perfekter Treffer. Ich hab eine Brand geschmissen. Die hat wohl gut getroffen. Ich hab den was zerlegt. Ja, ich seh's. Haben wir noch? Nein. Perfekt. Ich hab jetzt schon gut mehr Schaden gemacht, als dies bei uns. Ah, schade. Nee, keine Kettenpugel, wir sind zu weit weg. Ja, okay. Die richten gerade ihre Macht. Ja, wir richten den Mast. Oh! Ja, danke. Ja, wir haben eigentlich keine Chance, wenn die uns gut erwischen. Nein, haben wir auch nicht. Wenn die einmal uns mit der Breitseite mit einem Mann da losrotzen. Ja, aber das fassen sie nicht. Die sind jetzt eigentlich schon wieder, ja, Angriff. Bereit, ne? Also, wir müssen echt aufpassen. Und nochmal Kugeln. Wir müssen halt so reindrehen, dass die nicht feuern können. Oder halt mit der Nase aus. Hört doch auf, ständig alle Kondonkugeln voll zu machen. Hol doch mal die Kugel da wieder raus. Ich habe eine Ankerkugel. Ich hasse das, lass das. Ich war mitten im Schießen, deswegen. Aber alle sind voll und ich will jetzt auf der Seite die Ankerkugel schießen. Mach mal eine. Hier, ganz vorne, ganz vorne, ganz vorne. Ganze. Ja. Ja. Warte, die hier. Yes! Reicht das, wenn ich treffe? Ja, ne? Ja. Okay. Ich kann nichts machen. Ja, ich stehe gerade auf. Jetzt Kettenkugeln. Wir fordern mal das Feld. Geh einmal Schad schützen? Ja. Ah, keine Wutung mehr. Voll Kugeln. Tiefer zielen. Jetzt ist schon einer tot. Wir richten das vordere Mast. Wir sind zu schnell. Wir sind zu hoch. Du warst zu stark eingedreht. Ich muss Kugeln holen. Was schreien die? Frieden? Ne. Nein. Hier gibt's kein Frieden. Vieles sei Lüge. Da unten noch ein bisschen. Fuck, da steckt gerne auf mich ein, oder? Ne, doch nicht. Ich bin getroffen worden, nur. Wir drehen uns jetzt genau, als ob wir in der Schutzradio. Die ganze Zeit. Wir müssen die Mast wieder umhauen. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Weiter eindrehen. Weiter eindrehen. Ich kann nicht weiter eindrehen. Okay. Ich bin schon wachsen hoch. Ich hab doch auf Kennkommeln gemacht. Schön, dass hier alles weiterquatschen, ne? Hey, der Mast brennt. Der steht. Da fällt er wieder. Boah, ein schöner Treffer. Das Kugeln holen. Oder auch Kugeln? Ah, ne. Dass keiner von denen hier hochkommt, ne? Zu uns. Die sind mit der Regen beschäftigt, und alles? Vorne am Bug steht einer. Vorne bei denen, am Heck. Äh, Bug, Bug. Der spielt, glaub ich, Musik. Ich glaube, ja. Ey, ja, so ungeschossen. Unser Mast fällt. Macht da von ihr, macht da von ihr. Ich hab ihn da hochgezogen. Ich glaub, die gehen gerade runter. Keiner von denen ist im Wasser. Ja. Sagt er grad. Wegsegeln, wegsegeln. So. Wegsegeln. Einfach wegsegeln. Ich beschieße die gerade mit der Schrofflinke. Keiner von denen ist auf unser Schiff. Deswegen segeln wir ja gar nicht weg. Ich hab nichts passiert. Ne, das, was warst du hier mal, Leute? Ich bin tot. Achso, sag das doch. Hab ich doch grad gesagt. Na, es war so viel los. Sieht gut aus. Feuer ist gelöscht. Aber wo sind die denn? Das ist das Dove. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Ist egal. Wenn da eh gleich was hochkommt, dann weitermachen wir unsere Quest fertig. Gute Nacht. Traum der Seele. Jetzt macht dabei was. Nachtraum. Juuu. Und? Wo ist der? Ach, da ist er. Und? Kommt da irgendwas hoch? Ne, ne? Irgendwo hinter uns, glaub ich, oder? Die hatten nichts, ne? Wahrscheinlich nicht. Dann sollen wir einfach mal Kert machen, oder was? Weil wenn, dann sehen wir eh noch... So, wir segeln jetzt nach Norden. Die Kerzen gerade nach Norden. War befriedigend, oder? War schön, war schön, war schön. Man muss dazu sagen, es war ein halt auch Anfang. Ja. Das hat man gemerkt. Definitiv. Nein, 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 nein. Was soll Profis? Nein, nein, die hatten Skins. Die hatten da ein Fluch gehabt. Du kannst dir auch Skins erspielen und erkaufen. Also, das hat mit Skins nichts zu tun. Ich hab... Moment. Die hatten ja ein Skin drauf gehabt. Zwei Spieler von denen hatten Skins drauf gehabt, den ich kenne. Für die musst du mindestens fünfmal die Aschen-Tortel gemacht haben. Ja, das ist ja schön. Das kannst du ja alles gemacht haben. Aber deswegen kannst du trotzdem im PvP ein Anfänger sein. Also... Diesen vier Master, äh, diesen drei Master, die Galeone musst du so koordiniert spielen. Und wenn du das nicht gescheit machst, dann... Weil wir sind viel wendiger. Du hast ja gesehen, wir sind im Kreis gefallen und haben die weggebombt. Wir haben den... Wir sind die Ankerzeit zu geraden. Das Geile war, die Ankerkugeln waren's. Die Ankerkugeln. Ich hab mit der Ankerkugel zwei, dreimal Anker getroffen. Und dann konnten die nicht mehr. Und dann haben wir den Mast von allen denen rumgeschossen. Und dann waren sie wegensunfähig. Wegensunfähig und immer Truff. Immer feste Truff. Die konnten sich ja nicht mehr bewegen. Genau. Genau. Du musst... Was wir noch hätten. Ja. Eine Sache fehlt, dass wir unsere Kanonenkugeln auch hinterklappen. Das wäre sonst noch... Das wäre das letzte noch gut gewesen. Kanonenkugeln? Was? In der Lagerkiste. Kanonenkugeln auf dem Deck. Ach so. Ja, aber dann wären sie hochkommend mit uns die Kiste. Nee. Nee, aber dann hätten sie uns vielleicht die Kugeln geklaut oder so. War doch okay. Wir haben's versenkt. Für uns PvP-Noobs war das doch mal ein schönes Erlebnis. Ja. Ich glaube, es waren nur drei Leute. Ach so, das weiß ich nicht. Adrian ist gestorben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und von hat einer Musik gespielt. Ja, der hat aufgegeben. Der hat gesagt, die machen uns jetzt kaputt. Ja, ja. Stopp ihn? Nee, der eine hat nicht Freeze-Conferenz, wenn der gestorben war in der Zeit. Oder? Und ich möchte erwählen. Wir haben nicht den Kampf gesucht. Wir haben uns nur verteidigt. Ja. Und sie haben auch den Sack gekriegt. Sie haben sich gedacht, ah, die machen ein bisschen Goldstandler. Die sind zu dritt. Wir sind zu viert. Komm. Komm. Da geht was. Und da muss man sagen, diese ganzen Schießübungen gegen diese Geisterschiffe. Aber auch das Ziel üben, gerade mit den Kettenkugeln. Weil du musst dir um einiges höher zählen. Fast doppelt so hoch. Das hat uns alles hier geholfen. So, Drei-Master-NPC. Rechts, 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 Plunder Valley haben wir immer noch. Kannst du gerade rechts einschlagen? Äh. Ja, war ja auch richtig. Kann halt sein, dass die sich jetzt sagen, oh, jetzt haben sie ja nichts mehr. Jetzt fahren wir wieder hin. Was kann passieren? Mit nichts. Naja, du kannst dir jetzt für 3.500, kannst du dir ein bisschen was kaufen. Achso, ja, stimmt. Kannst du dir ein bisschen, ja, ja. Ja, 30 Kugeln. Gut, das reicht für die. Wir schießen noch mal 30, du kriegst noch mal 130 Kugeln vorbei. Ist ja das überhaupt. Plunder Valley. Plunder Valley, ja. Dann haben wir einen Plunder Valley und noch was zum Ausbuddeln. Ja, 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 ja. Ja, 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 noch vier Truhen. Lass uns wieder da von der Seite kommen, wie wir gerade eben gemacht hatten. Ja, ja. Aber bleib du wieder auf dem Schiff. Ja, ja, ja. Ich mach Bülis. Mach Anker schon mal. Kurz den Mast. Ja, mein ich doch. Segel hoch? Ja, mach schon mal Segel hoch. Ja. Ich guck gerade mal, da hinten ist ein Schiff, aber das sieht mir aus nach einer Schaluppe. Ja, es ist eine Schaluppe. Ja. So. Ich muss dann nämlich schon die ganze Zeit auf Toilette. Und das mach ich jetzt. Mach das. Ja. Wir kommen wieder von da unten. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich hochgehe. Ich gehe erst mal da vorne an den Strand. Es geht schnell in der Nacht. Oh, ein Skelettreiben, was hinter uns. Aber glaube ich vorhin schon. Ach, das war schön. Da haben sie gedacht. Da haben sie gedacht. Sie geben uns ordentlich eins auf die Mütze. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gewehrt. Wir haben uns noch verteidigt. Stimmt, wir wollten eigentlich ja keinen Beef haben. Ja. Wir wollten eigentlich ja keinen Beef haben. War kein Skelett gespawnt. Ich bin fast enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es angenehmer ist oder ob es heller wirkt. Aber es ist zumindest nicht verkehrt. Fangen wir mal so. Ich bin halt vor einem Blitz gestorben. Äh. Der Blitz gibt anscheinend weißes Licht. Ach so. Was mich halt nur nervt, ist dieses blaue oder dieses extrem rote Licht. Das macht irgendwie nicht so heller, habe ich das Gefühl. Oder es stört eher, aber das weiße ist jetzt. Es ist mir passiv aufgefallen, aber ich hätte es jetzt nicht erwähnt. So. Was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Guck mal im Stream. Ich glaube, das wird auch wichtig mit dem, äh, Event. Vielleicht. Spindsion. So. Karte. Ähm. Wo muss ich mal jetzt hin? Gehen wir in die Mitte der Insel. Also knapp in die Mitte. Also hier am Adler dann rechts hoch. Oh. Ich muss sagen, ich finde das weiße Licht recht angenehm. Das kann sein. Äh, du kannst ja nicht beeinflussen, wenn dich vom Blitz erwischen lässt. Dann war nicht, aber. Du kannst in die Sturmsäge. Ja, dann ist die Chance höher. Aber hier. Bin ich sicher. Du glaubst. Ja, das. Und so weißt du es nicht. Das hier ist schwierig. Hier oben ist echt schwierig. Weil du kommst hier so. So verwinkelt, verwurzelt hoch. Und dann weißt du echt nicht, wo du bist. Also. Bin jetzt hier in so einer Klappe. Warte mal, ich kann doch jetzt ranzoomen. Vielleicht bringt das was. Ich würde sogar fast sagen, ja. Dass es was bringt oder ob du wichtig bist? Dass es was bringt. Ach so. Mal gucken, wo wir hier sind. Also. Oh, ich hab's. Oh Gott, das ist aber wieder so eine heulende Kiste. Das scheint auch, dass es kein kleines schon im Deck ist. Aber die heulenden lassen wir einfach hier, oder? Nehmen wir einfach mit. Warum? Wenn wir bei dem Resort sind, stellen wir einfach an Land. Und wenn die anfangen zu heulen, nehme ich die einfach mit und hänge ich an die Leiter. Ne, das ging ja, ne? Ja. Da muss einiges raus aus Hannibal's Blase. Mach schon zwei Kisten. Drei Kisten Peer? Ne, zwei Schatzkisten. Das hab ich ausgewuddelt in der Zeit. Ach so. Ach so. Kannst du mich mal mithucken? Kann ich machen, ja. Hab ich was zu essen? Weil bis du kommst, bin ich hingeschwommen. Komm, lass gut sein. Jetzt hat er mir die Kiste gekriegt. Ah ja. Denk dran, immer Ausschau. Ja, man kann die Sache jetzt nicht. Immer Ausschau halten, ob die nicht nochmal kommen. Ich hab gerade oben drauf. Ja, okay. So. Hier, weiter sind wir. Eine heulende Kiste. Eine heulende Kiste. Eine heulende Kiste. Weißt du noch, wo die heulende Kiste war, die du vorhin hast liegen lassen ungefähr? Ja. Dann gehen wir die nach Polen. Wenn wir gleich einen Bunker machen, dann stellen wir die an Land. Vielleicht haben die auch aufgehört und haben gesagt, nee komm, ich hab keinen Bock mehr. Gegen solche Pros da trauen wir uns nicht. Kann sein, dass wir uns als Pros jetzt gesehen haben. Ich würde uns sagen, als fortgeschrittene Anfänger. Was PvP angeht. Ich denke, das trifft es ganz gut. Ja, die Stufe 5 Städter von vorhin sind fast schon. Ah, okay. Ja, ich hab's ja. Weil die haben halt gesehen, was wir gerade... Lauf mal zu mir fällst. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Dann kannst du nicht sagen, lauf mal zu mir. Siehst du nicht meinen Namen? Nee. Mein Name? Achso, weil ich sehe dein Schild, deswegen. Jetzt guck nach oben. Ja, und dann? Ich sehe trotzdem keinen Namen. Da wird jetzt nicht die Orientierung verlieren. Ich suche gerade eine Schatzkarte. Okay, Moment. Nein, 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 nein. Äh, boah, schon innen, aber doch irgendwie außen. Warte mal. Ich sehe, was wir hocken. Am Strand bin ich schon cool. Nee, der Strand ist da. Das heißt... Zu weit. Okay. Was ist das? Aua. Jetzt? Ah, okay. Und die fängt direkt an zu weinen. Ja, die hat schon die ganze Zeit geheult. Was hast du da an der Kiste angetan, dass die direkt weinen muss? Das war echt Glück, dass ich hier rechts gebuddelt habe. Ich habe herangesoomt und dachte, das könnte der Bogen hier sein. Ja, da war es auch. Komm mal am besten zu mir gelaufen, Hannibal. Der wurde auf der Karte, wo noch der zweite ist. Aber wenn ich hier jetzt weggehe, finde ich die Stelle nie wieder. Und an dem orientiere ich mich jetzt, wo ich ja hier als nächstes hin muss. Ja, ich weiß, wo die nächste ist. Ich sehe es ja von hier am Spitzenberg hier. Ich weiß nur nicht, ob ich das überlebe. Ups. Und schon ist es passiert. Notergefahren. Ja. Hehehehe. Oh, die schrumpel. Nein. Es ist auch richtig von einem Leiden. Das ist was. Wieso humple? Ich komme schon ein totes Pferd. Na also, endlich. Das schirm gebrochenes Bein, da schießt man auch. Das ist ja nämlich von da oben, hat man es schön sehen können. Das müsste nämlich hier irgendwas sein. Da. Hier. Haps. Ah. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hab's. Hä? Von der Karte her müsste es hier gewesen sein. Hä? Was? Wahnsinn. Ich glaube, du bist falsch rum. Hast du die Karte gerade gefunden? Kann auch sein. Du bist am Süden der Insel, die Kiste ist im Norden. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das wäre der Norden hier. Okay. Okay. Das ist ein Beschwerde. Das funktioniert nicht mehr, mit sich an die Seite hängen. Ich glaube, das haben die gepickt. Oh. Toll. Das haben sie gefixt, aber jede Menge Bugs drin. Dass das Spiel abschmiert. Dass Textboxen nicht angezeigt werden. Dass Selfie noch auf Englisch, obwohl es deutsch sein müsste. Da kommen noch mal ein paar Hotfixes rein hier. Wisst ihr, also Season 7 hat einen sehr heutigen Start. Sie haben auch viel reingepatcht. Muss man auch, ganz so sagen. Und man muss viele Sprachen unterstützen. Das ist nicht einfach. Aber da steckt Microsoft dahinter. Hinter Rare, also. Das ist ein reines Xbox Windows Vorzeigespiel. Das hat zu funktionieren. Da diskutiere ich nicht. Hook mich mal mit. Ich muss was essen. Bin an Bord. Ja, da ist noch eine Kiste. Kann sie gerade holen. Ich weiß ja, wo sie ist. Wo, 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 wo. Ich weiß nicht, wo die liegt. Ja, ich gehe sie holen. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Oh, das war gar nicht so doof geflogen. Warte, weil gleich wird, wenn ich auch gehört habe, die nächste Standung zu holen. Ich möchte gerne mal sehen, wie lange und wie viel das unser Schüppbild. Das kann auch eine Taktik sein, ne? Den Gegner einfach diese Kisten reinstellen. Okay, ich möchte daran merken, das funktioniert doch noch. Ich war einfach nur schnell genug. Soll ich runterfüllen. Auf die Leiter zu sagen. Zu weit. Hannibal, fühlt sich das gerade noch wieder? Warte. Ja, aber du musst sie ja die ganze Zeit festhalten. Ja. Für jede Kiste brauchen wir eine an der Treppe. Das ist auch kein Problem. Und was machst du hier? Ich hänge hier nur so rum. Ich hänge die Haare. Ja, er hängt ab. Ich zählt ihn ab Boden. Ich hänge ab. Ich will ein paar Eier braten. Toll. So. Ähm, jetzt, 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 jetzt. Da haben wir diese Insel hier auch gecleart. Jetzt haben wir noch zwei Stück, bevor wir dann zum eigentlichen kommen, der da oben ist. Äh, Wanderos, wir fahren Kerzen gerade nach Norden, bitte. Okay. Ah, der brutzelt Eier. Ich dreh ab. Ich bin keine Eier. Was hast du gerade gesagt, Eier? Ja. Gibt's hier Eier? Ja, dann sag's doch nicht, wenn's nicht stimmt. Was ist hier los? Wollen wir gerne Eier machen? Aber wir sollen echt langsam mal hinter machen. So egal. Ja, ja, klar. Machen wir ja, machen wir ja. Also das, was wir jetzt mal müssen, wir haben noch zwei. Easy-Rätsel. Und die Schatzkammer. Es braucht ein vorderes Segel nach oben. Weiß ich nicht, weil irgendeine Eier im Reis. Oh, Hühnchen ist fertig. Ich dachte, Eier. Die Eier sind fertig. Aber wir haben so eine nervige, die keiner mag, die auch oft samstags in den Sauna-Bereich kommt und auch halt viele kennt und sich dann auch immer zu uns legt. Aber keiner mag die, weil die immer so nervig und aggressiv und sich über alles aufregt. Und dann kamen wir halt, haben uns niedergelassen, ganz gemütlich. Ich mal einen Sonnenschirm aufgebaut, der Kollege hat seinen Sonnenschirm aufgebaut. Aber ein Sonnenschirm, da kommt ja viel Sonne. Und wir sind ja nicht nur zu zweit da. Und da gibt es auch noch ein paar Sonnenschirme vom Schwimmbad, die man sich so nehmen kann. Und die haben wir uns auch genommen. Die sind so mobil. Die haben da so Zement reingegossen in so Bierkästen oder was auch immer das ist. Also irgendeinen Tränkekasten und haben dann da die Halterung reingemacht. Eigentlich ganz gute Idee. Also hatten wir vier Schirme. Wir waren aber auch vier Leute. Zwei der Schirme hatten wir mitgebracht. Und zwei haben wir uns von da genommen. So. Dann kommt die irgendwann an. Wir sind ja schon morgens da seit 9 Uhr. Kommt die irgendwann um halb zwölf oder so. Jetzt braucht die diese viele Schirme. Und wir so, wie viele Schirme? Ja, ich brauche eigentlich Schirme. Und der Kollege so, dann nimm dir doch eine Liege. Da sind doch noch genug Liegen. Der hat die also verarscht. Jedes Mal, wenn die anfangen, ich brauche einen Schirm. Ja, dann nimm dir doch eine Liege. Ja, es sind beide Heulen am Heulen. Und Megalodon. Wir fahren einfach auf die Insel. Ich bin am Wasserschippen und wir fahren auf die Insel zu. Und dann haut der Fisch ab. Alles cool. Alles cool. Und irgendwann konnte ich mir halt aus Lachen nicht mehr... Ja, es sind Beine. Beide, guck. Was, Beine? Ja, es ist doch egal. Folgt die Segel an. Ja, Segel. Irgendwann konnte ich mir das Lachen halt nicht mehr verkneifen, als der wieder anfing. Ja, dann nimm dir doch eine Liege. Die kommt zum Glück nicht so oft, weil die ist super nervig. So 50 plus die Dame. Jetzt geht's hier aber ab. Haben wir ja ganz bein. Kannst du auch an Land stellen, während wir auf der Insel sind. Ja, das hab ich mir auch gehabt gedacht. Oder ins Wasser gehen die unter. Kurze Frage. Äh, Schiff raus, Schiff raus, Schiff raus. Direkt vorne links. Ja, Schaloppe. Mit Diller 1, 2, 3, 4. Der hat aber die Bündnisflagge in der Hand. Wir müssen diese beiden Kisten loswerden, ne? Die müssen hier weg. Soll ich die Bündnisflagge dissen? Hm. Das hilft trotzdem nicht. Also wenn der uns umbringen will, bringt der uns um. Ähm, aber ich weiß nicht, was der tut. Bleibt mal beide bitte hier. Ja. Wo sind wir denn? Nicht mehr haben wir jetzt Heide, aber wir sind auf der anderen hier. Wir sind. Wenn du was bist, ist es gut. Da will ich ein Sprengfass holen, ich seh das. Klar. Wenn du es siehst, du bist gleich wieder da. Mach das. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab gedacht, der hätte auf uns geschockt. Am Piratenfriedhof gehen Südosten. Muss ich kurz gucken, wo ich bin. Ah, ich bin. Am Süden. Ich bin Südosten, wenn du so willst. Der ist da oben drüber. Müssen wir gucken, der läuft da auch irgendwo auf der Insel. Hört ihr mich gerade ingame? Hm. Warte. Ich glaub du ist halt weg. Na, ich denk das Sprachrohr. Wenn ich es finde. F. Annibein im Sicherheitsball war mal eine Schroflinte. Hört ihr mich ingame? Ja. Hört ihr mich ingame? Hört ihr mich nur einmal? Ja. Okay, das ist die Alt-Taste. Falls der kommt, kann ich mit ihm reden. Es ist leid. Also ich denke, so wie der da hält, macht der auch irgendeine Mission. Ja, die Bündnisflagge, der ist am Schießen. Ich greife ihn nicht an. Ja. Mini Dilla 1, 2, 3, 4. Ja, irgendwann sind alle Namen belegt. Also irgendwann heißen wir alle in irgendwelchen Games oder so. 1, 2, 3, 9, 8 oder so. Was willst du denn machen? Ich bin 8, 7, Punkt was. 8, 5, 2, 9. Ich kann halt auch nicht verstehen. Ist der Name Nilsson, dieser, der, also der macht ja immer ganz gutes Streaming-Tipps-Videos. Ich seh die ja gerne, aber der hat sich 1, 4, 8, 9 genannt. Warum? Sagt immer, hallo, hier ist Nilsson, 1, 4, 8, 9. Ich denke mir, warum? Weil er es kam. Ja, wahrscheinlich. Ich denke mir jedes Mal, warum hast du dich Nilsson genannt? Oder Streaming Nilsson, oder? Ich weiß nicht. So, hier ist der Piratenfriedhof, ich bin da. Was muss ich tun? Also bei dem an Bord sehe ich auch keinen. Hannibal, geh mit den Fassern und sie ist bei ihm an Bord. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Wir machen uns nicht unnötig Feinde und wenn der einfach nur alleine spielen mag. Kann auch hinschwimmen. Ja, ich hatte den Schiff, wo ist der? Klar, seid vorsichtig. Wir greifen ihn nicht an, wenn er uns nicht angreift. Alles cool, weil der will vielleicht auch nur ein bisschen alleine spielen oder questen. Oder vielleicht mit einem Kumpel zusammen. Und möchte auch nicht alles verlieren. So, Unwanderers Well. Hoch oben auf der großen Insel ist es nicht mehr weit. Well. Was ist der Well? Ein Brunnen. Das ließ sich beim Reimen nicht besser übersetzen, aber es ist trotzdem doof. Gott. Er schreibt einfach Gurt. Ähm, Unwanderers Well, großen Insel ist es nicht mehr weit. Schritte gegen Süden, halt die Schaufel bereit. Also hier. Wie viel? Sechs oder sieben? Möchten wir Aliens machen? Was? Ja, aber... Wir machen keine Aliens. Süden. Sechs Schritte. Du kannst schreiben, wir hören jetzt eher auf. Ich werde einfach okay geschrieben. Ich habe geschrieben, sorry, aber nein. Aber ich kann komischerweise nicht lesen, was er schreibt. Echt nicht? Ne, ich sehe nur, was passiert, wo er schreibt. Ich höre die anderen noch nie. Ich weiß nicht, warum. Krass. Also abgeschaltet. Ich habe dir gerade gewünscht... Hab ich gesehen. Frohes Segel. Achso, ja. Und er sagt euch auch. Freundlich, der Mann. Oder Frau, mit Privat. Ein D-Wer-Haus. Ees, genau. Du musst ja aufpassen. Du darfst ja nicht einfach sagen, er hat ein gewisses Geschlecht. Ich finde immer noch das Bild so geil, wo hat einer gefragt... Ich weiß nicht, ob das wirklich echt war. Aber der hat gefragt, ich bin weder Mann noch Frau. Wo soll ich aufs Klo gehen? Und er antwortet draußen. Da musste ich echt lachen. Sie heult wieder. Schmeiß die ins Wasser. Ohne Scheiß, wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Gold nicht. Ich bin einfach nur genervt von dir. Echt jetzt? Ja, die stören uns doch nur. Schmeiß die weg. Über Bord mit dem Heulen. Schmeiß die einfach über Bord. Fertig. Das ist ein bisschen Gold da. Drauf geschissen. Äh, die schwimmt aber. Ja, die geht dann schon unter, aber wir laufen nicht mehr voll. Ne, die schwimmt weiter. Die geht nicht unter. Doch, die geht unter. Ach so. Okay. Hätten sie auch ein Land stellen können. Ist egal. So, jetzt geht's zur Mermaids Hideaway. Das ist die Insel, äh, genau, westlich davon. Westlich. Genau, einmal nach Westen. Bitte? Warum kann ich das nicht lesen? Also, es segelt immer nach Westen. Ich gehe nochmal an die Option. Ob ich irgendwas drin habe. Sowas wie... Also, er hat nichts geschrieben. Wir haben einfach nur aus Höflichkeit geschrieben. Andere Leute. Ja, aber ich habe bestimmt irgendwas eingeschaltet. Textchat im Menü. Was? Textchat im Menü. Ach so, aus. Ja, ja, okay. Trinksprüche. Einstellungen in andere Spiele übersetzen. Nicht. Das geht. Also, bei Sprache ist es schon mal nicht. Bei Gameplay vielleicht. Wirwechsel in die falsche Richtung. Ich habe... Oh, ja. Hinter uns ist der, war der. Ja. Ich wüsste nicht, warum ich die nicht höre. Bei Audio-Einstellungen könnte ich höchstens sagen, dass ich die nicht hören soll, aber... Ich habe nichts mehr auf Deutsch. In der Seele. Also, bei Sprache auf Deutsch. Ja, das ist klar. Nee, das schwarz gab ja kaum was Nö, also keine Ahnung warum Ist jetzt bei Einstellungen Andere Crews gibt es noch, hier Andere Crews stumm schalten, Sprachchat, Nein Andere Crews stumm schalten, Textchat, Nein Ja, habe ich alles auf Nein stehen Nochmal Ja und wieder Nein Also ich habe keine Ahnung warum Aber das wäre es dann Aber ich habe das nicht aktiviert Haben Sie schon probiert Das Spiel neu zu starten Aha, ich habe es schon neu gestartet, weil es sich aufgehangen hat Sprüche brauchst du mir nicht kommen Haben Sie schon probiert das Gerät neu zu starten Sperren nicht gleich, ihn gleich ein Hannibal, wir sperren dann gleich ein, oder? Ja Welche Begründung, warum haben wir hinten lila Licht bitte, was soll das denn? Ach Mist Letzt sich ändern Ich schließe dir gerade recht Das ist auch nur ein Zwei-Zeilen-Rätsel, ja Sehr schön Das sind mir die liebsten Rätsel Heute waren die Rätsel übrigens chillig Also Wir hatten auch schon welche Und nervig aber Genau und zwar sehr gefallen, aber ein guter Pirat Vor allem Ich bin ja rund Ich bin hinten ins Wasser gefallen Ich bin ja Ich wollte ja hochkrabbeln Habe aber dann die Leiter verpasst, weil es so Wellen waren Segel hoch, Segel hoch, Segel hoch Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell Guck mal nach hinten Oh Oh, hier liegt gut Segel ist oben, vorne Ja, das Ding ist, die werden halt beschossen Oh, ich habe es doch getroffen Das war ein guter Treffer Ja, der wird weiterschießen Das ist das Ding Ich mache, ich mache Wir sind ein Schiff untergegangen Ja, ja Krass, warum? Ausgleich nicht hier Vielleicht wegen dem Und auf dem wieder beschossen werden Das war auf jeden Fall ein Spielerschiff So was kommt man doch an Jetzt springen wir an Land Kann die Ball einmal reparieren, bitte Lass uns mal weiter segeln hier, dass der an sich weiter ballert Ja, ja Nein, aber Das ist jetzt zehn Tage auf See verbracht Als Captain oder als Besatzungsmitglied Jetzt springt du über Bord Mach das Rätsel Ich packe das Schiff in der Zwischenzeit anders Hier wäre nochmal was zum Plündern, wenn ihr wollt Ein Schiff Ein, äh, nicht Schiff Oh, perfekt Jetzt stehen wir so, dass er uns nicht mehr beschießen kann So Finde den betrunkenen Seemann am Ufer Gehen Nordosten Und du hast es fast geschafft Der betrunkenen Seemann gegen Goldosten Nordosten betrunkenen Seemann Der wird hier irgendwo rumfliegen Ist wahrscheinlich tot Eine Flasche hat er in der Hand wahrscheinlich Der ist es nicht Ist es der hier Lass einmal umsteuern Dass wir notfalls hooken können Ich weiß nicht Das könnten sie sein, weil da leuchtende Flaschen hängen Aber Könnte in Osten sein hier Okay, also sechs Was, wo muss ich hin? Äh, sechs Schritte Nordwesten Achso Wir haben das Logbuch, was wir gefunden haben Die waren zwei Tage auf See Zwei Missionen Tausend Gold Und fertig Die haben nichts gemacht Mit Verhältnissen Ja Anival, apropos betrunkener Seefahrer Oh, trink mir rein Wir trinken Warte Ja, warte Mach mit Wir wollten das Schiff doch Achso, hast du schon Hier ist Feuerwerkskiste Mit 22 Warte Ich hole sie mir Das dauert zu lange Es kann noch einer von euch ankommen Ja, ja Ich hole sie mir Wenn da Wo ist sie? Da Ich suche weiter den Besoffenen Noch acht Ich habe nicht gesagt, dass viel drin ist Ah, das ist er Das ist er Das ist er Das ist er Ja Wir probieren's Yeah Wir haben das Schiff hat abgeschlossen Ich bin mal gespannt, was wir Bonus-Ballonung kriegen Wenn wir alles abgeschlossen haben Achso, haben wir ja Haben wir ja Haben wir ja Haben wir ja Das war alles Das war diese dick, dick Dicke Seefahrt Das andere Die Kammer ist ja nur ein Bonus Ja Ja, sehr geil Ja, der wäre 21, fast ein 50 geschafft Bist du mit einer Lagerkiste? Ja Perfekt Was? Erfitt soll ich geholen? Mach mich Ja Sehr gut Da Da liegen noch Schädel So, jetzt zu Ihr wisst schon Rest Äh, Crescent Eye müsste über uns sein Ja Einmal pressen den Norden, bitte Wir fahren von hinten an die Insel ran Also von Westen Hi Hi, Captain Blaubart Rotbart, bitte Wow Okay, Captain Orange Macht nix Die paar Löcher kriegen wir schon gestopft Wo ist das andere? Hinten Ja, sehr wahrscheinlich Wo höre ich es doch Ach, da Ja Hattest du gesagt Ja, ja Guck auf jeden Fall nochmal ins Ereignis-Log Vielleicht sehe ich was Nach dem Stream Und ich werde danach nichts weiter mehr streamen Wenn wir hier dann aufhören, höre ich auch auf Es ist zu warm Es war zwar so auch mal ganz cool Ohne Ohne Piratenverkleidung Mir hier den Wolf zu streamen Und auch mit dieser Kamera oder so Mit dem Rahmen Hat mir auch Spaß gemacht Ist okay Aber Wir drei stehen drin Aber es ist trotzdem zu warm Echt? Ja Wie die Mutter Crew von Foxy Mermaid Ja, ja, klar, klar, klar Wir müssten alle drinstehen Ah, cool Ist Hannibal? Ja Das Buch ist Millionen wert Ja Jetzt ist die Frage Um wie viel mehr wert wird es Mehr wert wird es Wenn wir hier ausloggen Weil ich werde das Schiff auf jeden Fall mal so abspeichern Bevor ich hier auslogge Aber ich weiß noch gar nicht wie Ah, meinst du dein Behälter auch? Ja, ja Meinst du mal Ich denke mal du Also ich war Also wir behalten Also ich werde es komplett reparieren Du musst nicht speichern Ich werde es komplett reparieren lassen Das kostet auch nochmal Irgendeinen Betrag an Gold Dann ist es wieder wie neu Ähm Und dann werde ich es abspeichern Keine Ahnung wo die Option ist Die müssen wir noch finden Und wenn wir es abgespeichert haben Waren wir richtig? Ah, da hinten kommt die Insel Ja Wenn wir es abgespeichert haben Dann müssen wir glaube ich ausloggen Also nicht Also bitte nicht kaputt machen Und wenn wir es Wenn wir es das nächste Mal dann spielen Und wenn wir es das nächste Mal spielen Dann müssten wir eigentlich so Ich weiß nicht ob wir auch den Inhalt der Fässer behalten Das wäre nämlich geil Also nicht nur das Aussehen Feuerwerkskiste Sondern halt auch Ja genau Da machen wir Also Wir werden keine Kisten behalten Das wird nicht passieren Aber ich denke Was in den Fässern ist Das haben wir vielleicht behalten Ich denke Also bin ich Genau Das wäre ja geil Deswegen packen wir alles in die Fässer Was wir nicht brauchen Feuerwerk Haben wir eh nicht genug Und dann speichern wir Wenn wir das nächste Mal spielen Nehmen wir wieder das Schiff Und dann gucken wir mal Und es ist doch ne gute Bilanz Die Foxy Mehmet Ist noch nicht einmal gesunken Oh Ja Zwei sogar Aber ja Alle bei MPC Ja Der MPC zieh ich nicht Ne Ist ne Insel So Ich nutze mal kurz Ist ok Da kommen wir nicht mit aller Gewalt rein Ich nutze mal kurz den Moment Und guck mir an Ja Tatsache Also Ich mein gut Das wirkt jetzt so viel Ja oh Wir haben so viel gemacht Aber am Anfang geht es auch schnell Bei der Season Das darf man nicht vergessen Das darf man nicht vergessen Wir haben müssen Das hat uns der Schlüssel gesagt Der Schlüssel heißt Key, Trees und Isle Oder so Ja Aha Ok So Aber wir sind in einem Wrack vorbei gefahren Aber vielleicht auf dem Rückweg Wenn es noch klar ist Vielleicht auf dem Rückweg Weil das ist direkt hier auf dem Weg Technik Ich hab noch die Uhr geguckt Technik Steuerbord Aber das Wrack Wollte aber nicht vergessen Steuerbord Gibt's mein Anker Ja gut Ich steh beim Anker Dann hoch damit Dann mach 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 So wir haben keine Schiffe gesehen Richtig? Richtig Ich hab keine gesehen Ich auch nicht So Hier ruhige Geht links rum Ich geh rechts rum Oder? Ja Ok Wartet Nehmt euch noch was zu fressen mit Hab ich Oh Ah ne Dort liegt da auch noch was zu fressen Warte Da gibt's da auch noch was zu fressen Hier sind Fässer Genau Seid ihr da? Moment 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 Okay Bretter nehm ich mit Banonen Warte Zwei Banonen Ach hier sind Kogosnüsse Okay Ich mach Ich mach die Kammern immer sehr gerne Die sind lustig Keine Ahnung Hat so ein bisschen was Indiana Jones mäßiges Weiß nicht So ich mach jetzt Ich trag alles raus Oder was? Wie immer Du machst das gleiche wie immer Wenn wir in Münzen reinfinden Setzst du die Münzen ein Ansonsten trägst du alles raus Geld heben wir erst ganz am Schluss auf Ja Ansonsten schmeißen wir alles runter Nein Wie bist du da hochgekommen? Ich komm nicht hoch Bewegt dein Kadava da oben Ich komm nicht hoch Ich bin zu dick Ich komm gleich nicht hin Was soll das denn? Sag mal Ich komm nicht hoch Hero Weitere Münzen Ho 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 Naja also diese Kammer ist mal scheiße Ja Ich hab eine Ich hab eine Ich geh da unten Ah, ich sehe Hast du? Nein Ich bin runtergefahren Okay, ich schmeiß sie runter Auf Faxies Wo? Sieh sie unten Wo ungefähr? Auf der Rückseite Ja, hab sie Haben wir alle? Ja Äh, hohen Kopf links Kette in der Mitte Die Kette Lock Ähm, noch Schnappt euch die Kiste auf jeden Fall Die müssen wir raustragen Kiro, hast du? Ja Okay Gold sammeln Eine Sache haben wir nicht geschafft Egal Ein Goldkrug, ne? Ja Und was nach oben liegt Vielleicht Wenn da was liegt Ich hätte es so geschrien Hätte ich Wär es vor meiner Vor meiner Nase Zugefallen Naja, das war sa und dumm Da hochzuspringen So hatten wir es noch Nervig hatten wir es noch nie Mit den Leitern Oh, hier sind auch noch Die Menge Kisten In der Mitte Da kamen wir auch nicht hin Hä, ich hab doch gerade Luft geholt Habe ich mich auch gerade gewundert Ich glaube, das läuft automatisch ab Ja Sobald du voll bist Ich bin tot Ja, tot Aber die wichtigsten Sachen Okay Dann läuft halt echt automatisch Wahrscheinlich Das ist echt schade Weil das war so beschissen zu springen Und ich auf meiner Seite war direkt Als du tustest Dann kam ich in die Mitte Dann hoch Morgen soll es kühler werden Ich hoffe, ey Ich hoffe wirklich Oh, hey Die sind immer noch bei uns Auf der Karte, ne? Wer? Ich hab die eben gehört Die Idioten Du meinst die, die wir versenkt haben? Ja Die habe ich eben gehört Ich glaube, die waren Die sind tot Schon wieder Aber wir waren noch diesmal nicht da Sie bleiben sich ihrer Linie also treu Was denn? Jeder braucht ein Hobby Aber übermütig sein ist doch mein Hauptmütig Das ist bei meiner Mutter schlimm Meine Eltern sind jetzt beide Rentner Und meine Mutter hat eigentlich nichts Also ja, sie versucht sich so im Tablet So ein paar Spielchen oder so Aber die meiste Zeit Sobald irgendwas los ist An irgendeinem Entweder vorne oder hinter dem Haus Wo sie wohnen Springt sie ans Fenster und guckt Ich hasse es Ich hasse so Leute, ne? Und wenn ich dann mal bei denen bin Dann haltet ihr es davon ab Sag ich Setz dich hin Geh dich nichts an Und dann dreht ihr durch, ne? Ich muss das wissen Geh aus dem Weg Schlimm Schlimm so Leute Das sind einfach schlimm Ich will nie so werden Ohne Scheiß Ich will nie so werden Aber irgendwann mal kommt die Langeweile Ne Ne Ich hab immer Ich kenn's ja von meinem Vater Mein Vater hat auch sein Hobby Sein Modellbaubereich da Der bastelt was Der zockt was am PC Dem Der ist so nicht Dem wird nicht langweilig Und so ist es mir auch Ich werde immer irgendwas machen Am PC irgendwas basteln Videobearbeitung Bildbearbeitung Ne Serie gucken Immer was Aber einfach nur An den Fenstern rumgammeln Und so gucken was die Nachbarn machen Wie langweilig ist das denn bitte? Ich hab kurz ein bisschen Panik Ich Guck mal kurz um uns herum Ja Mach das Ich seh ja von mir Der weißhaarige Pilz Man Man könnte ja auch sagen Er ist zu faul und zu schleppen Aber Das guck mal lieber Ansonsten Es ist eigentlich nur eine Kiste Sehr wichtig Die ganz teure Alle anderen sind zwar auch Wichtig Also nett Aber Wie wir aber die Skelette ignorieren Welche Skelette Ah endlich Die gute Truhe Na Geister Welche Geister Wie ist das Geister? Hab ich nicht gerade Geister gehört? Also wir hätten es locker geschafft Alles rauszuholen Wenn ich Auf meiner Seite nicht einfach abrupt Nicht hochgekommen wäre Also da war einfach Schluss Da ging es nicht weiter Und auf der anderen Seite Hab ich es erstmal nicht gerafft Hochzukommen Das war super nervig Äh Es liegen noch zwei Sachen unten Und nur noch eine Sache Ist es so dunkel Ich seh nichts jetzt Und für jetzt letzte Sache Und das wäre Ich fange an zu optimieren Komm dazu Ja ich mach den Rest hier Passt schon Der Rest vom Schützenfest Ah da ist noch so viel Kleinvieh Nee da ist noch so viel Eine Kiste ist schon dran Da ist noch so viel Kleinvieh Ich versuche mein bestes Naja ich muss von der anderen Seite Nur drei vier kleine Sachen Aber da muss ich mich auch nochmal bei der Was für den Namen richtig aussprechen Stil hat oder 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 Miss Stil hat bedanken Weil ohne die hätte ich die Icons nicht gekriegt Weil die gibt es nicht mehr zum runterladen Also die die ich an der Seite benutzt habe Die hatte die noch Gab es irgendwann mal Auf der offiziellen Seite Gab es die Und auf der Also wenn du dich anmeldest Und irgendwie als Creator oder was auch immer Aber Ich habe alles runtergeladen gehabt Die gibt es nicht mehr Diese Icons Auf der offiziellen Seite Und sie hatte die noch Und dann konnte ich die verwenden Um das hier zu basteln Ich finde es liegt da noch viel Ja Also Kleinvieh war es das Aber ihr habt hier Irgendeine hat nochmal Hä Der ist ja schon weg Okay also mit Laterne sieht es besser aus Guck nochmal ganz unten Aber da wird alles weg sein Da habe ich alles Äh Weg gehabt Nö Es sieht so aus Als wärst du es gewesen Hier Hop 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 Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Ja muss mich auch hoffen Ich habe mich halt im Sprung erwischt So Untertragen lohnt eigentlich fast gar nicht Bis da Nächster Außenposten ist ja direkt der Golden Sense Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Süd-Osten Anker Geben wir alles an dem neuen Ding da ab Und dann wäre die Flagge los Oh ja die Flagge noch abgeben Genau das geht auch nochmal extra Schade dass wir nur eine Botschafter Flagge machen können Einmal alle Botschafter plagen Auch den Reaper Gebt mir Segel Nein ich habe Rückenwind für Sache jetzt hat er es gesagt Jetzt wechselt es gleich Wahrscheinlich bist du gerade so außerhalb vom Gebiet Aber da leicht dezent leuchtet es wo wir hin müssen Ja wir müssen genau aushalb vom Wind Was habe ich nur erwartet Naja aber ist immer noch gut Nicht presser Gegenwind Hatten wir schon ganz anders War ich halt eigentlich leise zu verstehen War ich halt leise zu verstehen oder so wie immer So wie immer eigentlich Krass Ich habe das Mikrofon noch ein bisschen tiefer gemacht Weil eigentlich wäre es ungefähr da wo meine Hand ist So wie der Standard Aber dieser Rahmen macht so einen Schrägen Und dann ist das Mikrofon genau da Das was man nicht sieht Ich wollte gerade sagen wo muss ich hin aber ich sehe es Ja das haben sie auch glaube ich bewusst Deswegen so hoch gemacht Dass du genau weißt wo du immer zum Abgeben hin musst Ich meine es nimmt doch so ein klein bisschen den Flair Aber das ist mir scheißegal Hauptsache schneller abgeben Ja schnell abgeben Und alle sind happy Alle sind wirklich alle sind froh Ich bin der Käpt'n Ich lasse arbeiten Ich weiß nicht wie gleich eingesperrt wird Zero Los Wenn ihr mich einsperrt Was passiert dann? Ja dann kannst du erstmal Werbung machen Nö Dann bin ich immer noch unten und lasse arbeiten Oh 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 Wir sind ziemlich schnell Wir bauen doch vorne gleich einfach den Anker runter Ich mach vorne schon mal hoch Na wir müssten abbremsen Wir sind noch weit genug weg Alles gut Ja Da ist noch eine Truhe des Sefa Die ist voll Ich will nicht behaupten dass ihr das Kacke gelegt habt Weil wir das behaupten Sehr sehr schlecht sehen werden von oben Aber egal Flagge des Goldsammlers Die können wir doch auch nur beim Dings abgeben oder? Können wir das Lochbuch abgeben? Die Munitionskiste können wir abgeben Welches Lochbuch? Achso Das kommt Nee Lochbuch geht auch nur beim Schnitter Ich will auch mal mit hucken Jetzt geh auf die Plattform Äh Warum steht dann halt nicht Achso Ohne ist auch ein Hebel Ich glaube es ist teilweise zu nah oder? Ja das ist Kannst du es ein bisschen Bisschen noch Über ein Ticken zu nah sein Ja kannst du es ein bisschen nach hinten legen Ich kann es auch immer anreichen Warte Ach verdammt Hab ich dich jetzt auch sorry Ich hab es nicht gesehen Alles gut Alles gut Ach Mist Aber das Anrecht funktioniert nicht mehr Da fängt dann nur eine Luft Geht es gar nicht mehr? Oder geht es? Aber guck mal Ich kann die hier platzieren Am Am Seil So hier unten sind noch Lagerkisten Mach mal die Feuerwerkskiste leer Und mach die mal bitte rein Ins In unser Feuerwerkskist In unser Feuerwerksfass Bei den Kanongruppen Ich will wissen ob das nächste Mal da ist Jo Aber die leere Kiste Können wir nicht abgeben Doch Aber die Feuerwerkskiste Die leere Feuerwerkskiste Aber die anderen Kisten Oh ich glaube ich habe eine runterfallen lassen Geh mal gucken Wie dauert das noch? Naja so eine Schatzkroh ist voll Im Wärme von da noch ausgebotet Also Er doch froh Gibt alles Kohle Die kleinen will ich nicht fallen lassen Bis es mir zu was kommt Äh Ich glaube das hat echt geklappt Oder? Naja das war mein Problem War vorhin die ganze Zeit Ich glaube das ist auch wieder runtergefallen Naja das hatte ich Wartet 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 Das war es mit kleinen Sachen Gut Wir können zwei Kisten Soweit ich gerade sie nicht abgebe Weil ich noch festgebackt bin Achso das war ich Ja Ja hast du Sackgast doch Ja aber die können wir weggucken Mit der Harpune Das geht Ich habe die aus Spastat da dran gemacht Hätte ich mir sagen können Dass die da backen Ich habe die Was ein bisschen komisch ist, die guckt nach vorne zur Treppe, weil wir kommen dauernd von hinten mit dem Abgeben, das ist ein bisschen, fühlt sich nicht so organisch an. Sehr gut. Fühlt sich nicht so organisch und müsste sich automatisch rumdrehen oder müsste lieber in unsere Richtung stehen, weil ich glaube die meisten Leute werden die wirklich von hinten von der Laderampe besuchen und nicht von vorne. Haben wir die gute schon abgegeben? Ja. Was? Was? Oh. Oh gleich. Wachen sind durch. Das ist geil oder? Ja. Ja. Das spart so viel Zeit. Wird abladen. Okay. Waren wir noch kurz vorne, wenn wir das Schiff speichern. Blanke abgeben. Ja, ja, ja. Wo ist denn hier vorne? Ah links ist es. Okay wir müssen nach links. Anker hoch. Oder sonst ist das nicht. Ich bin schon bei Hero. Ich bin schon bei Hero. Abgeben. Wo ist denn das? Hero. Am Zelt. Da. Ja. Ich weiß noch nicht mal wo wir es angenommen haben. Das war am Zelt. Gut. Nein. Ah tritt er wieder zurück. Ja. Wir müssen segeln. Warte rein. Wir haben ein bisschen überzogen. Ja. Weil wir auch PvP hatten. Aber ansonsten war es doch. Was doch. Was doch. Wir haben nicht lange gedauert. Doch. Das waren. Nein. Was? Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Das waren schon eine halbe Stunde ungefähr. Echt? Mhm. Und dann wieder hinsegeln und so. Das hat alles wieder Zeit gefressen. Also eine halbe Stunde ungefähr der Fight. Und dann wieder hinsegeln. Insgesamt eine dreiviertel Stunde würde ich fast sagen. Kann ich anker? Noch nicht. Bin doch gescheit rum. Oh. Jetzt mach. So. Jetzt will ich gucken. Ich kann das Schiff hier reparieren. Mit Sharon sprechen. Sharons Angebot durch Stöber. Ne. Falsch. Doch. Können wir uns Dekoration jetzt kaufen? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Nö. Haben wir nicht. Danke für dich. Nö. Also ich kann nichts kaufen in der Dekoration. Schiffsdekoration. Kein Teppich. Ich kenne nichts. Und bei den ganzen Schmuckstückern haben wir auch nichts freigeschaltet. Keine Ahnung wie lange man das spielen muss. Damit man überhaupt was freigeschaltet. Ich kann mir nur die Dinge kaufen, die ich im Vorfeld auch schon kaufen konnte. Ist das bei ihr überhaupt? Ja. Ist bei ihr. Ja. So. Aber ich wollte eigentlich jetzt hier mein Schiff restaurieren. Was kostet das? 1.500. Ja komm. Reparieren. Ich kann ein Schiff kaufen. So. Wie kannst du mir die Schiffs gehen? Und wie kann ich das jetzt speichern? Ich glaube es ist nur, ähm, gespeichert automatisch den Startort. Ich kann Bretter kaufen, ich kann Kugeln kaufen, ich kann Dings kaufen. Aber ich kann nicht sagen, speichere mir den Scheiß. Es gibt hier keine Speicheroption. Aber ich muss das da irgendwo machen können. Ne, kann ich nur kaufen. In der Kiste, wenn ich bei der Kiste bin, über Schiffsanpassung. Ah, hier. Moment. Muss ich das pro Gegenstand dann machen, oder was? Ja. Na, ist doch sau teuer. Hier. Gegenstand für das Schiff speichern. Ja. Das kostet mich 7.500 pro Gegenstand. Nein, 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 nein. Gibt ein paar, die kostet 5.000. Also 7.500 kostet mich der Rumpf. 7.500 kostet mich die Galionsfigur. 7.500 kostet mich das Segel. 5.000 kostet mich Steuerrad. Kanone kostet auch noch 5.000. Und der Anker kostet auch noch mal. Ich werde es jetzt machen, aber es ist einfach sinnlos teuer. Schiff, wiederhergestellt. Genau. So, wenn ich jetzt die 1 drücke. Ja. Schließen. Okay. Schweineteuer ist das. Ja, da haben wir gar nichts besser. Das Rosensegel fand ich auch ganz okay. War nicht ganz so blass das Schiff, aber auch nicht ganz so hell. Schauen wir mal die Segel an. So. Warum fährst du? Wieso bewegen wir uns? Weiß ich nicht. Wenn der Anker unten ist. Hä? Der Anker ist nicht unten. Wir müssen niemanden hochgemacht haben. Er ist unten. Ich habe es doch gerade geguckt und habe gesehen. Hast du jetzt mein Schiff kaputt gemacht? Ja. Jetzt gehst du es bitte reparieren. Wenn ich es darf. Warte auf neue Materialien. Nein. Also ich, also ich darf es nicht. Toll, jetzt wollte ich gerade aufhören. Ich verstehe auch nicht warum das so ist. Mit einem heilen Schiff. Äh, wo war es? War der Schiff für K2 oder 2? Nee, das ist ein extra Redepunkt bei ihr. Ganz unten. Wahrscheinlich darfst du es nicht so schnell hintereinander machen. Und den Inhalt hat er auch nicht gespeichert. Er speichert nur die optischen Sachen. So. Er wollte es ausprobieren. Aber ich konnte nicht sagen, speichern wir das. Ja, Anker ist unten. Er war die ganze Zeit da unten. Ich habe nicht runter gemacht. Tja. Komisches Spiel. So. Äh, ja schön war es. Gerne wieder. Mhm. Und lange. Jetzt geht es ins Bett. Ich bin gut. Ja, ich sage schon mal tschüss aus dem Discord. Mach die Abmoderation. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Sea of Thieves Season 4. Hat ja noch ein bisschen was zu bieten hier. Hat sich gereimt. Boah, er kann keine Absicht. Ähm. Ne, Season 4 habe ich gesagt. Ne, Season 7. Season 7. Season 7. Sea of Thieves Season 7. Da reimt sich nichts drauf. Haben wir heute gespielt. Ja, ohne Piraten-Outfit. Aber hier mit, äh. Äh. Handtuch. Haha. Und Sea of Thieves Logo. Und, äh. Ging auch mal, ja. Mein, mein Gott. Vielleicht mache ich das öfters mal so. Vielleicht mache ich auch wieder dann den Greenscreen, wenn es wieder kälter wird. Aber bei den Warmentemperaturen ist alles andere völliger Selbstmord. In meiner Dachgeschosswohnung, ne. Ähm. Hat Spaß gemacht. Ja, wie immer mit den zwei. Wir haben eigentlich ganz gut gemacht. Auch haben wir zwei Schiffe versenkt. Ein NPC. Das war jetzt nicht so schwierig. Aber das PvP war lustig, weil sie sich doof drangestellt haben. Und wir aber auch gut getroffen. Das muss man auch dazu sagen. Und, äh. Ja. Wir machen das mal wieder. Wir haben noch nicht geklärt, wann wir bespielen. Wir sprechen uns ab. Spätestens aber in der Woche. Vielleicht, vielleicht schon am Sonntag. Vielleicht aber auch erst in der Woche. Wir gucken mal. Äh. Wann wir wieder dazu kommen. Die Season werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen. Dann weiter leveln. Ähm. Und die dann durch machen. Und gucken, was es noch so schönes Neues zu erleben gibt. Aber. An dieser Stelle hier ist jetzt Schluss. Für den Livestream wie für die YouTube Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren. Oder die das Ganze hier nachgeschaut haben. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs. Und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Wie ein Jahrer. Wie wichtig. B können mit dir vibe machen. Tschüss. Wir müssen sich filmen.